So, Chat, wie sieht's aus mit unserem Final Fantasy 5 Run? Wir haben letzte Woche angefangen, unsere Gruppe zusammengesucht, haben festgestellt, dass irgendeine böse Macht in dieser Welt gerade am existieren ist, die alle Kristalle zerstört und dadurch die Welt ins Grauen werfen will. Wir haben diese böse Nacht noch nicht kennengelernt, aber wir reisen gerade von Land zu Land, von Kristall zu Kristall und haben dabei erlebt, wie zwei dieser Kristalle zerberstet sind und haben aber bei der Zerberstung auch profitiert, denn durch die Zerberstung haben wir neue Klassen bekommen, neue Jobs bekommen, die wir unseren toten Charakteren geben können. Und ich habe zum Abschluss letzte Woche einen schweren Bosskampf gemacht, nämlich den Bosskampf gegen Shiva, der optional war, damit ich sie jetzt als Beschwörung habe. Meine Katze heißt Shiva-Chat. Wusste sie das schon? Das kommt aus Final Fantasy. Sie heißt nicht Shiva, wie dieses komische Katzenfutter essen. Nein, nein. Jetzt wisst ihr es. Wie komme ich hoch? Hier? Hier? Nee. Hier? Hier? Ja, hier kommt... Nee, das ist Gefängnis. Hier komme ich hoch. Ja. So, und dann haben wir... Ähm... Heißt es nicht Shiva? Ich dachte, das spricht man immer Shiva aus. Ist das nicht immer so ein Doppel-E? Das Katzenfutter frisst man... Äh, frisst man. Sprich man Shiva aus. Ab ins Keckpedia damit, genau. Endlich hat sich das Geheimnis gelöst. Alle haben sich gefragt, wie kommt dieser Teufelskerl auf den Namen Shiva? Das ist so ein cooler Katzen-Name. Äh, wir haben keinen Pet Shiva-Emote, oder? Haben wir einen Pet Shiva-Emote? Wir haben einen Pet-Biako-Emote, aber jetzt Shiva? Haben wir einen Pet Shiva-Emote? Ich bin mir gar nicht sicher. Vielleicht habe ich es auch einmal wieder vergessen. Doch, wir haben einen Pet Shiva. Ich bin da verlassen. Ich kenne meine eigenen Emotes nicht. Huch! Upsi! So. Okay. Äh, kurz nochmal, um mich daran erinnern, was hier abgeht, Chat. Ich habe ja letzte Woche für den Bosskampf extra hier ein paar Klassen geändert. Damit wir den Boss schaffen. Weil wir haben ja gegen Shiva gekämpft. Die hatte eine Feuerschwäche gehabt. Und die Ritter, die ihr geholfen haben, waren so Eisritter, die halt eine Schwäche gegen Feuer haben. Deshalb habe ich hier ein bisschen angepasst. Und habe halt, äh, einen Schwarzmagier gemacht, damit er Feuer zaubert. Und zwei Paladine gemacht. Paladine können auf ihre Schwerter Elemente draufpacken. Und dann habe ich beiden halt Feuerschwertmagie gemacht. Dass die halt auch Feuer-Damage machen. Ähm, so. Und ich wollte ja die Berufe noch ein bisschen ändern. Ähm. Zeitmagier ist sehr stark. Wir haben was. Wir haben neu bekommen letztes Mal. Zeitmagier. Beschwörer. Rotmagier. Paladin, ne? Yo, der Berserker! Wie cool ist der denn? Lena trägt einfach so ein komisches Outfit, Alter. So ein Katzen-Outfit. Das ist aber auch ein bisschen, meint ihr, das ist nur eine Mütze? Oder hat sie wirklich ein, irgendein Tiger umgebracht und ihm seinen Pelz abgezogen und sich das Ding über den Kopf gesetzt? Und sie hat wohl ein Bikini an, wie es aussieht. Erkenne ich an den Pixeln. Ich bin Pixel-Profi. Furry, natürlich findest du das cool. Nein, das ist doch kein Furry. Wie sehen wir bei ihm? Er hat einen Wolf. Als Berserker. Äh, Zeitmagier, Beschwörer, Rotmagier. Wie sieht's bei Galuf aus? Er hat einen Bären oder so. Zeitmagier. Okay, Zeitmagiers, äh, 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 Markenzeichen ist wohl ein spitzer Hut. Spitzer, kleiner Hut. Mhm. Und Pharis? Pharis hat auch irgendein Katzenwesen. Aber eine volle Rüstung, kein Bikini. Mhm. Ja, ähm, wem hab ich nochmal Blei, Blei, Blaumagie beigebracht? Äh, Lena, ne? Äh, ähm, äh, äh, ich muss noch meine Dingens ausrüsten. Äh, meine ausrüsten, genau, ich muss noch meine Wikipedia-Liste ausrüsten. Ich muss noch meine Liste öffnen mit den, ähm, Spells. Wir haben nämlich, äh, oder was heißt wir haben? Ich hatte vorgehabt vielleicht, und hey, wache Hino-Wartung, was geht ab? Äh, äh, ich hatte vorgehabt, ein paar Blaumagier-Skills zu sammeln. Wenn ihr nicht wisst, was ein Blaumagier ist, Blaumagier ist eine Klasse, die Spells von anderen Klassen klauen, äh, von anderen Gegnern klauen kann. Und ich wollte so ein paar Spells damit sammeln. Und damit das ein bisschen einfacher ist und ich nicht bei jedem Gegner hoffen muss und probieren muss, gibt's eine Liste. und der folge ich einfach. Okay, hier hatten wir letztes Mal das gehabt. Okay, okay, okay. Hey, Reiki, was geht ab? Oh mein Gott! Yo, Red King! Dankeschön, Red King! Für die 10 Euro, Mann, und willkommen zurück. So, ich lasse das mal hier so offen. Was das nächste Gebiet ist, ne? Hast du nicht allen Lernen gegeben? Ja, das mache ich ja gleich wieder weg. So, ja, jetzt die Klassen-Chat. Also, der war ja vorher unser Dieb. Ich glaube, ich würde sogar schon bei ihm eigentlich den Paladin lassen. Paladin ist eigentlich ganz cool, oder? Paladin ist eigentlich ganz cool mit den Elementarangriffen. Bei Lena glaube ich, mache ich vielleicht Zeitmagier? Ich weiß nicht. Also, sie hat jetzt schon Schwarzmagie, Blaumagie. Das ist ja schon zu viel. Ich will ja hauptsächlich zwei Sachen haben. Vielleicht gebe ich ihr Zeitmagier, dann kann sie halt Blaumagie machen und auch buffen mit Zeitmagie. Weil Zeitmagie ist sowas wie Gegner verlangsamen, unser Team beschleunigen und sowas. Das ist eigentlich ganz stark, vor allem fürs Late-Game dann. Oder ich gebe es halt Galuf, unserem Weißmagier. Dann kann er heilen und buffen. Aber der ist wahrscheinlich eh die ganze Zeit beschäftigt mit heilen. Ne, warte. Lass so machen, Chat. Pass auf. Lena wird Blaumagier und Zeitmagier. Boom. Wir können ihr Lernen geben. Aber jetzt kann sie nicht richtig kämpfen, ne? Ne, warte. Wir machen ihr, gib mir Schwarzmagie. So. Sie ist eine Zeitmagierin. Sie levelt jetzt Zeitmagier und kann aber noch nebenbei ein bisschen Schwarzmagie machen. So. Galuf ist unser Heiler, aber er kann auch nebenbei beschwören. So. Was hattet ihr davon? Das ist stark, oder? Und er kann trotzdem noch beschwören. So. Ist krass, ne? Und Fares war ja vorher unser Mönch. Und Mönch kombinieren wir jetzt mit einem Berserker. Pff, 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 pff. Let's go. Sie hat keine Berufskombo. Ich weiß nicht, ob Berserker geil ist. Ist Berserker geil, Chat? Ah ja, was kann ich hier? Also Fares war ja auch so eine Mili-Kämpferin bei uns. Boah, ich weiß nicht, was wir hier geben. Ich weiß nicht, ob Berserker geil ist. Ob Berserker irgendwas Geiles lernt. Lernt Berserker irgendwas Geiles? Der Pferdeschwanz geht aber schon hart, ja. Ah, die hat automatisch schon Berserker als Debuff. Oder Buff, okay. Also Berserker, Buff, Debuff, kann man Balfe als Debuff ansehen, ist, ähm, sie kann nicht aufhören anzugreifen. Also quasi, sie greift die ganze Zeit von alleine an. Ich kann nichts, ähm, ich kann sie nicht kontrollieren. Aber dafür macht sie auch viel mehr, äh, Damage. Dafür macht sie auch viel mehr Damage. Ähm, aber ich weiß nicht, ob das das ist, womit wir das kombinieren wollen. Weil sie ist ja ursprünglich Mönch gewesen. Und ich will halt irgendwas anderes, physisches damit kombinieren. Aber jetzt ein Paladin. Unser Riki ist ja schon jetzt ein Paladin. Deshalb weiß ich nicht, ob Berserker so geil ist. Aber Berserker wird, das Ding ist ja, alle Jobs, wenn sie aufleveln, kriegen, äh, geben sie ja auch dem Charakter feste Stats. Wie zum Beispiel jetzt, der Mönch gibt immer Leben und Damage oder so. Also viel Leben und viel Stärke oder so, wenn man den levelt. So ein Ritter gibt immer viel Verteidigung, äh, wenn man den levelt. Und ich kann mir vorstellen, dass Berserker vielleicht auch viel Damage gibt. Und das würde dann ja auch nicht so funktionieren, oder? Weil sie hat ja schon durch Mönch, Mönch super viel Damage bekommen. Und jetzt durch Berserker auch noch mehr Damage bekommen. Ich weiß nicht, ob das so geil ist, die Kombi, ne? Er braucht viele Jobpunkte. Berserker ist geil. Ja, wir können's testen, I guess. Mal gucken, was das wird. Können's testen. So, ansonsten. Zack, zack, zack. Was ist die stärkste Mage-Kombo? Äh, Blaumagier, Zeitmagier, oder was? Oder meinst du Weißmagier-Beschwörer? Äh, wir gucken nochmal kurz in die Shops rein. So. Unser Ziel ist auf jeden Fall heute der dritte Kristall. Also jetzt als nächstes. Der dritte Kristall. Ähm, der Feuerkristall. So wie es klang. Und das ist wohl die Heimat von Galuf. Und Galuf hat sein Gedächtnis verloren, als wir ihn getroffen haben. Und wie es sich herausgestellt hat, ist er wohl irgendwie dort ein hohes Tier. Irgendwie der König, der Anführer oder so. Keine Ahnung, in dem Gebiet. Da gehen wir als nächstes hin. Kampf Axt. So. Zack. Time Black Mage und White Summoner. Ah. Aber ich hab nicht Time Black Mage. Ich hab jetzt Time Blue Mage. Ah, Moment. Was hab ich jetzt? Fähigkeiten dem Galuf. Der hat jetzt Beschwörung und Weißmagie. Okay. Äh, Riki hat Fähigkeiten Klingenmagie und Gänge finden. Gänge finden ist nice. Äh, Fares hat als zweite Fähigkeit, können wir theoretisch Konter noch machen. Er greift die ganze Zeit automatisch an und wenn er getroffen wird, greift er auch nochmal an. Oder ich geb ihm mehr Leben. Also Chakra bringt nix, weil das ist ja eine Fähigkeit, die ich einsetzen muss und ich kann ihn nicht mehr kontrollieren. Er ist jetzt komplett Kraft. Ne. Ich denke, Konter ist wirklich das Beste gerade. Weil ich kann ja Fares jetzt eh eh nicht mehr kontrollieren. Fares wird jetzt einfach immer automatisch das von alleine draufhauen. Dementsprechend. Das einzige, was sich jetzt lohnen würde, wäre Konter, weil das ist automatisch. Und LP ist halt auch passiv. Er kriegt halt mehr Lebenspunkte. Ich denke, wir machen Konter. Einfach jetzt hau drauf. Er ist, sie ist jetzt in ihrem Element. Oh ne, Drifthouse geht ab. So, ich hab mich alles gekauft, ne. Okay, dann würde ich sagen, ab geht's. Yala, Abfahrt. Speichern nochmal den, den, die Customization. So, und wir wollen jetzt keine Ahnung wohin, Digga. Ich weiß nur, wir wollten auf jeden Fall irgendwie zu dem Feuerkristall. Aber wo der ist, ich erinnere mich nicht mehr. Und bevor ich jetzt losziehe und rumirre, haltet euch fest, Chat. Wir gehen einfach nochmal zum König rein. Und der wiederholt wahrscheinlich das, was er letztes Mal noch gesagt hat. Der sagt uns nochmal, wo wir hin sollen. Smart, oder? Der König ist nicht da. Verdammt. Der König wurde von Garula angegriffen. Er erholt sich in seinen Gemächern. Verdammt. Das ist der fünfte Teil. Ich hab die Kategorie nicht geändert, ne? Der König liegt jetzt im Bett. Da. Prinzessin, ihr hattet vollkommen recht. Uuuh. Buh. 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 König Wails, ihr dürft euch nicht überanstrengen. Ihr müsst sofort nach Karnak. Der dortige Feuerkristall wird durch eine Maschine verstärkt, die der unserer sehr ähnlich ist. Bei Karnak ist ebenfalls ein Meteorit eingeschlagen. Es gilt, keine Zeit zu verlieren. Stimmt. Da, wo auch die Kristalle zerstört werden, da landet auch immer Feuer ein Meteorit, ne? Dann ist man auch wie ein kurzes Phänomenal. Ja, ich will das natürlich so immersiv wie möglich machen, ne? Bitte zieht in Betracht, um den Wunsch des Königs Volkes zu leisten. Karnak klingt wie ein fucking Pokémon, by the way. Ähm. Okay, wir haben auch, die nächste Fähigkeit ist in der Nähe von Karnak. In den Wäldern von Karnak. Ist die nächste Fähigkeit, die wir uns holen können als Blaumagier. Bup, 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 bup. Und hey, Discord, was geht? Und hey, Diabele. Bibabu, Bibabi. 程, was habt ihr gestern Abend so getrieben, nachdem ich so lange, äh, so früh, äh, weg war? Wie habt ihr gestern euren Abend verbracht? Hart, ach ja, stimmt, du hast ja Geburtstag, du hast heute Geburtstag, ne, Johannes? Alles Gudi, zum 27. Du, Alter, sag bald die 30, Alter, leben vorbei schon. Hoffe, hast du dich gut um Rente gesorgt. Alles Gute, Mann. S&T 5. Auf 15 Uhr gewartet. Du hast Elden Ring angefangen, Riki? Rina, du hast bestimmt, stimmt. Du bereitest ja gerade deinen DLC-Charakter vor. Stimmt, da war ja was. Bin dumm. Also morgen Elden Ring Open End. Ja, ich denke. Also wir machen vielleicht morgen noch ein bisschen anderen Schnickschnack. Nicht nur Elden Ring. Vielleicht machen wir noch ein paar andere Kleinigkeiten nebenbei. Aber ja, ich denke, wir werden morgen hauptsächlich Elden Ring machen. Aber vielleicht auch noch ein paar andere Kleinigkeiten. Ich überlege mir was. Bereite mich auf Dawn Trail vor. Nur geweint. Ich war draußen Skateboarden. Okay, Roy, Alter. Holy shit, was machst du hier im Stream? Du bist einfach zu cool für uns. Einfach Skater Boy. Nice, dass du dich dran erinnerst. Ein bisschen Elden Ring Kingdom hat es 2 und so weiter gespielt und mich auf Mathe-Klausur vorbereitet. Okay, wo könnte Karnak sein? Ein Karnak klingt wie etwas Südliches. Warte, wir haben einen Chat. Wir haben hier einen Cheat Code. Wir haben einen Cheat Code. Eine Weltkarte. So, ähm... Hier gibt's einen grauen Punkt, aber das... Oh, warte, ich seh die Maus gar nicht, ne? Äh... Hier gibt's einen grauen Punkt, aber das geht nicht mehr. Das war ein alter Punkt, da können wir nicht mehr hin. Hier gibt's einen grauen Punkt, da können wir auch nicht mehr hin. Deshalb sind die ausgegraut, I guess. Und ansonsten von hier aus würden wir zu diesem grauen Punkt noch hinkommen. Außer die Karte zeigt nicht alles an. Ne, wir kommen nicht zu dem grauen Punkt, oder? Oder doch? Doch, kommen wir. Äh... Hier ist ein grauer Punkt gewesen. Der sitzt weg. Achso, das war hier Anfang des Spiels. Deshalb ist er ein grauer Punkt. Kana klingt feurig. Ja, ist ja auch das Gebiet des Feuerkristalls. Hä, Gshed? Bin ich blind? Ich bin richtig scheiße drin. Macht ja seit... Äh, erst seit zwei Tagen. Ah, okay. Ich hatte auch mal eine Skaterphase damals gehabt. Damals. Vor dem Mauerfall, Digga. Da durften wir im Westen gar nicht skaten. Äh, das Einzige, was ich in meiner Skaterlaufbahn geschafft habe, war ein Olli. Den habe ich gelernt. Mehr konnte ich nicht. Ich weiß nicht, ob ich heute noch einen Olli könnte. War richtig stolz auf den Olli. Meine momentane Regel ist einfach, ist nach dem Aufwachen SMT 5 bis Stream, danach Elden Ring. Ich sag's, wie es ist. Klingt nach einem geilen Tag. Hatte Skater- und Longboardphase. Hier für maximal drei Wochen damals. Ne, Longboard hatte ich nicht. Als Longboards cool waren, saß ich den ganzen Tag zu Hause und hab gestreamt und Videos gemacht. Skaterphase hatte ich so, keine Ahnung, vielleicht mit 15, 14. Aber auch nur hauptsächlich, weil zwei Kumpels, zwei Schulkollegen sich dafür interessiert haben. Und ich mitmachen wollte. Von alleine hätte ich das wahrscheinlich nie gemacht. Okay, Chat, wo muss ich hin? Wann waren Longboards nochmal in? Äh, Longboard-Tour, Unge. 2014 oder so. Chat, wo muss ich hin? Wo ist Karnak? Meteorit vom Wasserturm? Hä? Waren wir da nicht schon letzte Woche? 2014. Ja, keine Ahnung, wann war die Longboard-Tour? Das war, glaube ich, so Peak-Longboard-Type. Der Unger hat es ja damals irgendwie mit YouTube das extrem gepusht. Diese ganze... Also natürlich hat nicht Unge-Longboards erfunden. Es gab natürlich auch schon vor Unge-Longboards, klar. Und es gab natürlich viele Leute, die haben auch schon vor Unge-Longboardet. Und dann kam Unge und hat das irgendwie richtig noch populärer gemacht. Und dann gab es Leute, die haben gesagt, Äh, ich kann nicht so longboarden vor, Unge. Ich longboarde nicht wegen Unge. Und alle so zu jedem Longboarder direkt, Hä, lol, du guckst Unge. Und dann haben sich irgendwelche Longboard-Gatekeeper angegriffen gefühlt. Scheint das erste Mal dieses Wochenende länger als eine Stunde nicht zu regnen. Ich gehe mal raus und ein bisschen Gras anfassen. Ein bisschen grasen, ein bisschen Gras essen. Ein bisschen auf der Wiese grasen. Mach mal muh. Mach mal, mach mal muh. Ja, Unge hat Veganer und Longboards erfunden. Und, äh, er hat auch Dinge erfunden. Kulturelle Aneignung. Ich bin damals als Kind auf dem Bauch mit einem Skateboard den Berg runtergeballert und hab, äh, mit meiner Nase aufgeschrammt und hab seitdem unschönen Knick auf der Nase. Uh. Aber jeder Skater hat irgendeine Skater-Story, wo er irgendwie sein Leben lang davon irgendeine Narbe hat. Ich nicht. Ich bin hier mit Skateboard auf die Fresse geflogen. Aber ich hab auch nicht so lange. Meine Skateboard-Phase ging vielleicht ein paar Wochen. Äh, 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 okay. Aber ich hab auch schon mal meine Nase aufgeschrammt. Da, ähm, bin ich jemanden hinten draufgesprungen, so Huckepack-mäßig. Auf ihn draufgejumpt. Er ist aber dabei nach vorne gegangen. Ich bin über ihn drüber geflogen. Meine Hände haben sich irgendwie an seinem Rucksack verkantet, sodass ich mich nicht richtig abstützen konnte beim Fallen. Und ich bin dann frontal mit der Fresse auf dem Boden. Rrrrsch. Da bin mir auch meine Nase aufgeschürft. Riggi! Hat das geklappt? Wurde er teleportiert? Das wissen wir erst, wenn wir es ihm gleich tun. Okay, die Meteoriten sind miteinander connected. Das haben wir wahrscheinlich letzte Woche erfahren. Ich hab's aber auch nur vergessen. Sport ist Mord. Mir fehlt eine Kante an meinem Schneidezahn, weil ich mit einem City-Roller abgespackt habe. Äh, abgepackt, Lunge. Ich hab einfach abgespackt gelesen. Was ist denn abgepackt? Fast Travel, ja, Mann. Aber das heißt, wenn wir uns teleportieren, verlieren wir unsere Flugmöglichkeit. Weil unser Drache kommt natürlich nicht mit, ne? Aber City-Roller war auch ne Zeit, Mann. Das war auch geil. Also nicht die, die, die heute, die elektronischen, sondern die, die alten, wo man noch richtig treten musste. Das war auch ne geile Zeit. Bin dann mit zur Schule paar Mal gefahren. War ne geile Zeit. Hab immer versucht, dabei zu springen. Hat nicht so ganz gut geklappt. Ich hab meine Hände und Knie aufgeschrammt. War nicht so geil. Ach, hingefallt. Das sagt man so abgepackt? Gibt's Orte in Deutschland, da sagt man dialektmäßig abgepackt? City-Roller gehen momentan wieder im Trend, auch mit Jugendlichen. Das ist wild. Ja, wegen dem E-City-Roller, oder? Das sieht dir alles so vertraut aus. Und der Ritter im Turm kannte mich auch. Warum nur? Wer bin ich? Richtig, ach so. Gar nichts mitbekommen noch. Hab noch nichts auf TikTok dazu gesehen. Joa, wieder kein Drache-Chat. Müssen wieder zu Fuß rumlaufen. Kein Schiff, kein Drache. Auf geht's. So. Hier ist gleich in der Nähe wahrscheinlich dann schon Karnak. Und in der Nähe von Karnak, in den Wäldern. Da ist ein großer Wald. Da soll wohl ein Gegner mit dem Namen Fragezeichen, Fragezeichen, Fragezeichen sich befinden. So, beschwören, Chat. Shiva. Diamantenstaub. Zeitmagie kam, haben wir momentan verstummen. Hast, gemacht. Regina. Oh, Regina. Nice. Ja, gelöscht, Digga. In der Nähe von einem Wald soll ein Wald... Nein, nicht in der Nähe ist ein Wald. In der Nähe von Karnak ist ein Wald. Und in dem Wald soll ein Monster drin sein, bei dem wir was lernen können. Vielleicht ist das schon hier der Wald. Das sind noch mehr Wälder, aber. Und die Gegner heißen einfach Fragezeichen, Fragezeichen. Was macht es? Silve? Führt Windgeflüster aus. Entzieht dem Gegner LP und damit allen Gefährten zu heilen. Uh. Führt Klette aus. Bewirkt Lähmung auf einen Gegner. Ein Schokobootritt. Es ist aber sehr, auf jeden Fall, gegenüber Final Fantasy 4, auf jeden Fall einiges angenehmer, dass du nicht mehr casten musst und dass du nicht mehr 5 Charaktere hast. Das Casten und diese 5 Charaktere, das war einfach irgendwie too much. War überfordernd. Einfach Graspanzer. Schwarzmagie. Ah, ich hab mich verklickt. Das haben sie nach 4 sofort widerlegt. Ja, zum Glück, ey. Ey, da kam ein fetter Chokobo. Da kam er vorher nicht, oder? Okay, bei, bei, beim Chokobo kann random ein fetter Chokobo kommen. Der Chokobo-Sum ist übrigens nicht immer derselbe. Ja, haben wir jetzt gesehen. Live miterlebt. Wildhund. Schwarzmagie. Hunde hassen bestimmt Eis. Hunde lieben Eis. Das ist deren Element. Das sind Huskies. Moment. Da gab's grad ein Fragezeichen. Da sind die Gegner, bei denen ich was lerne. Die Fähigkeit ist Fragezeichen. Nicht, äh, die Gegner heißen Fragezeichen. Die Gegner heißen Wildnack. Und die sind Wildhund. Ja, da sind sie. Ich hab' aber keinen grad Lernen ausgerüstet. Müssen wir gleich kurz allen ausrüsten. Ja, das Problem mit Fahres ist auch ein bisschen dadurch, dass ich jetzt bei ihm die ganze Zeit einen Dingens gepusht habe. Äh, den Monk. Der Monk. Und der Monk hat ihm die ganze Zeit Leben und Damage gepusht. Hatte halt jetzt irgendwie super wenig, wahrscheinlich, Agilität. Und trifft die Gegner super selten. Er hat 18 Agilität. Eigentlich müssten wir dem irgendeine Klasse trainieren, die Agilität pusht. Also wahrscheinlich sowas wie, äh, Deep, ne? Zum Beispiel, wir haben Ricky Deep gemacht. Und der hat sehr viel Agilität. 39. 18. Da müssen wir vielleicht... Das ist halt mein Gedanke gewesen. Dass vielleicht Berserker bei Fahres gar nicht so geil ist. Weil damit pushen wir weiterhin jetzt Damage vermutlich. Und nicht das, was Fahres braucht. Und zwar Agilität. Ich hab' muss Dinge zu ausrüsten. Fähigkeiten kurz. Ähm... Lernen. Ich geb' einfach allen Lernen. Lernen. Okay, vielleicht ihr nicht. Ihr geben wir trotzdem Schwarz Magie, damit sie noch Damage macht. Hier Lernen. Und hier auch. Lernen. So. Hab' gehört, Schokolade ist aktiv gegen Hunde. Ist das so? Wieso? Ich check den Joke nicht. Da, Fragezeichen. Ich denke, ich hab's jetzt gelernt. Nochmal Fragezeichen. Ach, Schokolade ist giftig für Hunde. Oh. Ich glaube... Man sollte generell Tieren keine Schokolade geben zu essen, oder? Da, Fragezeichen gelernt. Okay, dann haben wir das gelernt. Stark. Können wir wieder wegmachen. Machen wir wieder Gänge finden. Ähm... Schwarze Magie bleibt. Hier machen wir wieder Beschwören. Äh, nicht Beschwören. Huch. Weiß Magie. Und hier wieder Konter. Wir brauchen Braun Magie. Äh, ich glaube, das gibt's nur in... Uh, die haben Lava anstelle von Flüssen. Äh, ich glaube, Braun Magie gibt's nur in Herr der Ringe. Diese Oberschlauen von der Bibliothek der Vorväter sagen ja schon lange, dass wir aufhören sollen, den Kristall zu benutzen. Die wurden echt lästig. Also hat die Königin eine Mauer errichtet, um Ruhe vor ihnen zu haben. Okay. Ähm, dass man dort jetzt nicht mehr so eine... Ohne Welt weiteres hinkommt, sollte klar sein. Kam da gerade jemand aus dem Schornstein raus? Ach so, lol. Dank dem Kristall ist es ein leichtes, Waffen und Rüstungen herzustellen. Darum haben wir in Karnak nicht nur die beste Qualität, sondern auch die besten Preise. Okay, aber jeder Kristall verursacht... Äh, gibt den Leuten, die dort wohnen, auch irgendeine bestimmte... Äh, irgendeinen bestimmten Vorteil. Die... Äh, die, die in der Nähe vom Windkristall lebten, das war... Die haben davon profitiert, dass die halt geile Schiffe hatten, wegen dem Wind... des Windkristalls und so. Konnten die halt die Seefahrt pushen. Äh, die... Beim Wasser... Äh, konnten halt durch so Wasser... Antriebe und Shit... Äh, auch... Irgendwie zum hohen... Stand... Der... Ihr wisst schon, ne? Kommen. Und die haben hier viel Cash, weil sie mit dem Feuer Kristall Waffen machen können. Die sie dann verkaufen oder so. Dann gucken wir mal. Was sie so geiles verkaufen. Äh... Ich wollte kaufen. Wer bist du? Da sind sie! Ihr gehört zu den Monstern. Wir haben euch aus den Meteoriten kommen sehen. Versucht gar nicht, erst so etwas zu leugnen. Scheiße, ich wollte einkaufen. Verdammt. Äh, das ist Final Fantasy 5, Marinette, Dupal und Chang. Chang, was geht ab? Ich habe auf deine Nachricht 10 Minuten zu spät, äh, geantwortet. Du bist wahrscheinlich schon wieder weg und, ähm, bist... Hasst mich, weil ich nicht geantwortet habe. Aber, ja. YouTube-Chat. Wo spielt... Bitters in welcher Zeitlinie? Bitters? Zeitlinie? Welche Zeitlinie? Die Final Fantasy haben keine Zeitlinie. Wenn du das meinst. Hey, Aaron. Nö, bin doch da. Ja! Aber, ja, wir spielen Final Fantasy 5. Jetzt haben wir den Schlamassel. Okay, wer bist du denn? Da plane ich meine grandiose Flucht und wo lande ich? In einer anderen Zelle. Wie viele Jahre später spielt das nach dem vierten Teil? Die haben keine Timeline. Jedes Spiel hat seine eigene Welt. Und hat nichts mit den Teilen davor zu tun. Und das war meine letzte Sprengladung. Wieso sperren die mir jemanden ein mit einer Sprengladung? Erstmal auslachen. Aha, das findet die jungen Leute wohl witzig, was? Scheiß-Boomer. Ah, was soll's. Mein Name ist übrigens Sid! Was? Der Professor Sid, der diese teuflischen Maschinen gebaut hat? Die Maschinen, die die Kristalle verstärken? Oh, okay. Verzeihen Sie! Verzeihen Sie! Das war nicht nett. Und dadurch, dass er den Feuerkristall verstärkt hat, konnte jetzt mit der Hilfe dieser verstärkten Feuerkristalls irgendwelche krassen Waffen bauen. Er ist hier der Heimerdinger. Äh, Heimerdinger. Ich weiß nicht, wie ich auf Heimerdinger komme. Junge, der Typ, der die Atombombe gebaut hat. Ich bin gerade so fokussiert auf den Namen Heimerdinger. Ich weiß nicht mehr... Ich weiß nicht mehr seinen richtigen Namen. Oppenheimer! Mann! Heimerdinger! Junge! Liegt Brain Rot aus dem Nichts? Halt wirklich! Nein, nein, keine Entschuldigung nötig. Es ist ja wahr, dass alles meine Schuld ist. Es war vor vielen Jahren, da fand ich ein altes Schriftstück in der Bibliothek der Vorväter. Darin stand, dass die Kristalle vor tausenden von Jahren viel mehr Energie hatten als heute. Ich habe also die Kristalle in Tycoon Whales in Karnak erforscht und Maschinen gebaut, die sie verstärken. Ein Fehler. Ihre Energieleistung zu erhöhen, hat sie letztlich zum Zerbersten gebracht. Und das liegt einzig an mir. Aber warum sind sie eingesperrt? Für die Kristalle in Tycoon und Whales war es zu spät. Also dachte ich mir, ich könnte wenigstens den hier in Karnak retten. Doch als ich versuchte, die Maschine abzuschalten, haben sie mich in diesen Kerker geworfen. Wir sitzen also alle im gleichen Boot? Ihr seid hier, um den Kristall zu beschützen? Allerdings, wir werden darum gebeten von dem hier. Ein Kristallsplitter? Wer seid ihr? Oh nein, oh nein, wie schrecklich. Professor Sitt. Oh, das ist Kanzler. Er holt ihn jetzt raus. Er hat einen geilen Pferdeschwanz. Was passiert? Ihr hattet die ganze Zeit über Recht, der Kristall droht zu zersprengen. Was? Ich habe den Verstärker abgeschaltet, aber die Energieleistung steigt stetig weiter an. Das feuergetriebene Schiff. Ja, was ist damit? Wahrscheinlich ist es das feuergetriebene Schiff, das dem Kristall die Energie abverlangt. Professor, ich bitte euch. Alleine können wir nichts tun. Ihr müsst uns helfen. Es gab doch so eine Fantasie 10 und Fantasie 10 2. Ja, die, die eine Fortsetzung haben und in derselben Welt spielen, die haben eine Zahl dahinter. Es gibt 10 10 und 10 2. Genauso gibt es auch 13 und 13 2 und 13 3. Aber alle anderen, die eine eigene Römische, jedes Final Fantasy, was eine eigene römische Zahl hat, ist ein eigenes Final Fantasy. Hat nichts mit den anderen zu tun. Wenn diese jungen Leute mitmachen dürfen, dann gerne. Was aber, die sind aus den Meteoriten gekrochen. Dafür gibt es Augenzeugen. Die stecken mit dem Werwolf unter einer Decke. Werwolf? Ja, oder halt, ist auch egal. Ich meine hauptsächlich, die römische Zahl bestimmt die Welt. Und die römischen Zahlen haben mit den anderen römischen Zahlen nichts zu tun. So. Wenn sie nicht helfen dürfen, dann kann ich das auch nicht. So leid es mir tut. Also schön, Professor. Ihr werdet mir doch helfen, oder? Ich gehe voraus zum feuergetriebenen Schiff. Ist nicht gerade der sicherste Ort. Ihr stoßt dann zu mir, wenn ihr soweit seid. Ich warte auf euch. Seit wann trägst du eigentlich eine Brille? Ich habe eine Brille seit 12, 13 Jahren. Außer sowas wie Taktik, was in der Welt von 12 spielt. Aber das ist unwichtig Ja, das ist egal Es geht ja um die Main-Teile Aber wieso sieht man dich So selten mit Brille Weil ich vom PC keine Brille In der Regel brauche By the way, die nächste Fähigkeit ist Im Schiff Ich bin halt Kurzsichtig Und als kurzsichtiger Mensch Brauche ich Beim Monitor Keine Brille, weil ich ja davor sitze Aber ja, in der Regel trage ich öfters Brille im Stream, nicht nur heute Das, was Froscher sagt Die Kristallklammer Liegt tief unter dem Schloss Ihr könnt nicht an den Kristall heran Flammen blockieren den Weg Der Kristall hat einen Sprung Und es schlagen Flammen heraus Äh, Skills habe ich verändert wieder, ja Ich meine schon Ja, habe ich wieder geändert Wir haben versucht die Maschine abzuschalten Bevor der Kristall beschädigt wurde Aber Dann flog alles um die Ohren Die Nuke ist hochgegangen Das Feuer getriebene Schiff kann man, äh, kann sich auch ohne Wind fortbewegen Wie findest du Kontaktlinsen? Keine Ahnung Ich habe keine Kontaktlinsen Juckt mich nicht Aber meine Meinung zu Kontaktlinsen ist sehr positiv Kontaktlinsen ist ganz nett für Menschen, die sie haben wollen I guess Gerüchte besagen, dass die Kristalle in Tycoon und Wales auseinandergebrochen sind Kann ich irgendwo schlafen? Ein schwarzer Schatten Weißt du vielleicht, welche Stärke deine Brille hat? Wieso interessiert dich das so sehr? Willst du meine Brille nachbauen? Keine Ahnung, Digga Ich war so 12, 13 Jahre nicht mehr beim Augenarzt Ich müsste mal wieder Deine Meinung zu Albanern Banane, immer Immer, Riki So, bevor ich jetzt wieder die Story weitermache Ich wollte hier eigentlich shoppen Der Werwolf Lass ihn nicht herein Oh, der Werwolf, Alter Wir haben ihn mit ein paar von Professor Sitz Sprengladungen Ich bin weggescheucht Aber der kommt wieder Ganz bestimmt Der ist so aus wie Boxen Aber die haben ihn einfach Die haben ihn einfach mit Dynamit beworfen So, ich wollte erst shoppen, bevor wir die Story weitermachen Hast du deine Brille gemessen? Soll ich sie jetzt zentimeterweise ausmessen? Damit du sie nachbauen kannst Ich finde Kontaktlinsen richtig kacke Menschen, die ihn nicht richtig sehen können, sollten keine Wahl aus der Brille haben Okay Gatekeeper Mit Rielschild, zwei Stück Mit Rielhelm Federhut, zwei Stück Mit Rielrüstung, zwei Stück Moment Scheiße Die gibt mehr Gewicht Ne, weniger Gewicht Aber dafür weniger Verteidigung Ja, scheißegal Davon nehmen wir zwei Stück Davon nehmen wir zwei Stück Davon nehmen wir ein Stück So Wie sieht's mit Waffen aus? Hammer Für den Berserker Das Schwert für unseren Riki Die Routen sind eigentlich egal Der Rest ist auch egal Okay Ne, weil ich selbst Brillenträger bin Und die immer tragen muss Auch vom PC Ja, bestimmt muss ich die auch vom PC tragen Aber ich bin jetzt Ich fühle mich jetzt da nicht so krass eingeschränkt Vorm PC Also meine Augen sind jetzt nicht so schlimm Dass ich vom PC Probleme hätte Ich habe nur manchmal das Gefühl Dass ich weniger müde bin Wenn ich Bei langen PC Sessions mit Brille sitze Aber ich fühle mich jetzt nicht wirklich eingeschränkt Willkommen Womit kann ich dienen? Okay, wir haben hier Kung Fu Engel Und Vitra Mal gucken, ob unser Soweit unser Beschwörer gerade Vitra benutzen kann Gravitas Und Stopp für den Zeitmagier Und hier haben wir Feurer Eisra Blitzra Und Gift Und manchmal trage ich die Brille einfach so Weil ich mich hot finde Gehen kurz schlafen Slay Aber in der Regel, wenn ich rausgehe Trage ich sie eigentlich immer Vom PC Nicht immer Also ich trage sie hauptsächlich draußen Und vom Fernseher Im Stream ab und zu Wie ich mich fühle Wenn ich das Gefühl habe Ich sehe heute geiler mit Brille aus Dann ziehe ich mir eine Brille auf Ist wie mit der Mütze So Ähm Was haben wir hier? Schon mal von einem Monster namens Schreckensgespenst gehört Wenn es einzelne daherkommt Wenn es einzelne daherkommt Macht euch auf einen Blitz gefasst Also Obacht Okay Ja und beim Autofahren, klar Klar Aber Autofahren gehört jetzt bei mir nicht zum Alltag dazu Klavier Stark Starker Song Mein Cousin braucht keine Brille mehr Aber fühlt sich ohne jetzt komisch Und hat eine Mit Fenstergläser Wieso keine mehr? Hat eine Augenopäte Ich bin bei mir überrascht Wie ich so lange ohne Brille überleben konnte Hätte die eigentlich schon immer gebraucht Und wenn ich sie jetzt abnehme Dann bin ich einfach blind Ja man gewöhnt sich auch sehr schnell dran Das ist auch Wenn ich jetzt irgendwie Ein, zwei Stunden Brille trage Und dann die Brille absetze Und dann die Brille absetze Denke ich mir Holy shit Ich bin blind Weil man sich halt dran gewöhnt hat So wie manchmal trinkst du aus der Vase Und an einem anderen Tag aus dem Topf Genau das Hatte kurz eine Hab sie gehasst und immer versteckt Irgendwann hab ich dann nicht mehr gebraucht Anscheinend Hat sie sie nie aufgefühlt Okay Das geht Einfach geheilt von alleine Ich muss seit Ewigkeit mal schauen wegen Brille Aber mit zu faulen Termin zu machen Für sie stärker Ja ich müsste eigentlich auch Aber auch kein Bock Kein Bock Da wurde so ein komischer alter Kerl Von den Wachen geschnappt Ja einfach ganz viele Karotten gefressen Vitamin A oder so Wusstet ihr schon Dass sie im Professor City Den Kerker des Schlosses gesperrt haben Ja Digga da waren wir schon Haben wir schon gerettet So Wo ist denn das Schiff geparkt Digga Ah da steht es Okay Aber ich war noch nicht ganz im Schloss Ich bin ja wieder abgehauen Warte ich will mal kurz im Thronsaal schauen Hier gibt es bestimmt auch Loot noch in der Festung Professor Sid wartet beim Feuer getriebenen Schiff Wo ist die Königin nur abgeblieben Ausgerechnet in Zeiten wie diesen Ich glaube Chat Die Königin ist eine Böse Das ist so eine Maleficent Alter Ich hätte gerne nicht Ich hätte eigentlich eine Brille Aber da ich nur auf dem linken Auge kurzsichtig bin Nehme ich die nicht Also meine erste Brille die ich hatte War auch ultra hässlich Ich habe mich auch die nie getragen Die habe ich auch irgendwann kaputt gemacht Beim Sekiro spielen Okay Lass rein Ich brauche nur fürs Autofahren eine Immer wenn ich die absetze Muss ich mich daran gewöhnen Dass ich die gerade nicht brauche Aber irgendwann muss ich die wohl perma tragen Was hast du beim Sekiro Spielen eigentlich nicht kaputt gemacht Ich habe beim Sekiro Spielen Nur ein Gamepad und eine Brille kaputt gemacht Sonst nichts Glaube ich Hat ja ganz schön lange gedauert man Das ist genau wie ich es vermutet habe Der Schiff Antrieb entzieht dem Feuerkristall Energie Der Antrieb? Ja wenn wir die Maschinen nicht anhalten Und das schnell Wird der Kristall zerspringen Werdet ihr das erledigen? Weiß gar nicht wieso so viele gegen Brillen sind Ich mag Brillen Ja ich finde auch Brillen sind an sich ein nettes Accessoire Also klar du kannst auch bei vielen Brillen was falsch machen Dass sie vielleicht dein Gesicht nicht Dein Gesicht nicht unterstützen Sondern eher dein Gesicht abwerten LOL Aber am Ende des Tages Ist ja eine Brille auch irgendwo ein Accessoire Neben dem eigentlichen Main-Effekt Dass es eigentlich eher für die Augen ist Aber gleichzeitig ist es ja auch ein Accessoire Ich meine viele Leute tragen ja sogar Brillen Einfach nur mit Glasscheiben als Accessoire Hier geht es hinein Aber es wird kein Spaziergang So viel ist sicher Es wimmelt da unten nämlich nur so von Monstern Viel Glück wir zählen auf euch Okay Let's go So hier gibt es einen Gegner neben Namens Mototrap Needs to be in critical health Or hit with a thunder Spell Okay Dann denke ich mal Machen wir schon mal wieder allen die Fähigkeit lernen rein Okay Vielleicht machen wir nur Lernen für die beiden So Weil Der wegen Gänge finden Damit ich Secrets finde Und hier Damit sie überhaupt vernünftig Damage macht Schwarzmagie Ähm Moment kurz Ähm Welche Stufe ist V3 Stufe 3 Okay Okay Und Wie hoch ist die Weißmagie die er benutzen kann Fünf Okay Stark Stuhl Ey das Schiff ist ja dasselbe wo wir schon mal waren Nur hier ist es ganz Meine Brille hat einfach mal fucking 200 Euro gekostet Nur dass ich Auto fahren kann Stark Schnapper Manche kosten Manche sind gratis Ja der Der Rahmen Es gibt Rahmen die sind gratis Aber die Gläser kosten ja immer Oder Oder hat sich das geändert Die Gläser kosten ja immer Der Rahmen kann Theoretisch Umsonst sein Hat der Typ nicht irgendwas von Schreckengespenst geredet Wenn nur noch einer da ist Dann setzt er irgendwie Zauber Wegen Zauber ein Aber Wow Laut meiner Liste Kriege ich hier keinen Zauber Von den Schreckengespensten Oh ich hab nen Zauberstab benutzt Ja kann sein dass es vielleicht bei Minderjährigen von Krankenkasse übernommen wird I don't know Oder hat ne bestimmt Stärke das vielleicht die Krankenkasse übernimmt Die können was anderes wenn Blitz angewendet wird Aber kein Blue Spell Ne es hieß doch Es hieß doch dass wenn nur noch einer von denen da ist Dann machen die Blitze Testen wir mal Jetzt muss er was machen Aber er stirbt einfach Okay Mit Trilhandschuhe Ich hab bei der Weed die Rüstung glaube ich nicht Upgradet Upgedatet oder? Doch hab ich Okay Ein Angriff von hinten Oh nein Stürzen Also funktioniert bei denen nur Blitzmagie? Sehe ich das richtig? Oh Hatte ich Hab ich nicht vorhin Damage gemacht mit Naja egal Äh lass mal Silve probieren Wie die hier aussieht Alter Das sind ja zwei kleine Feen Ah gehalten Ich probiere nochmal Eis Sind die komplett immun gegen Magie? Ne Eis funktioniert Deshalb macht der mit seiner Route so viel Damage Weil er Blitzstrahl Uh Das ist die Fähigkeit die sie einsetzen Wenn sie alleine sind Die macht blind Ich hab Blitzstrahl gelernt Man kann das lernen Laut meiner Liste nicht Stark Also Krankenkasse hat bei mir irgendwie 20 Euro übernommen oder so 20 Euro haben oder nicht haben ne Also ich glaub ja also Bis zu Hause Ich bin immer einmal im Monat beim Augenarzt Zum schauen zu lassen Ob alles okay ist Hast du irgendwie einen besonderen Fall mit deinen Augen Oder wieso so oft? Ähm Ich muss kurz Ähm Heilen Ähm Die Augen Wir reden über schlechte Augen Chat Und ich muss jetzt Die Augenkrankheit meiner Gruppe heilen Mit Augentropfen Hebel Oh das ist ein Fahrstuhl Oh das ist ein Fahrstuhl Lol wie sick Der aussieht Einfach Minecraft Redstone Fahrstuhl Ich denk mal da geht's Wird's weitergehen Ich check nochmal hier unten ab Vernichter Okay das ist er nicht Den können wir nochmal töten Den können wir vernichten Yo Von denen lerne ich was Chat Entweder ich greife die mit Blitz an Da Selbstzerstörung Oh das Geht das nicht auf die Gruppe? Scheiße Wenn das jetzt mal ein Konter ist Auf denjenigen Der schwarz Der den Blitz einsetzt Dann muss ich kurz Bei ihr wechseln Auf Aber Selbstzerstörung Ist eigentlich auch Echt ein dummer Skill Den zu lernen Ich weiß nicht Ob wir den unbedingt brauchen Ja ich weiß nicht Ob wir den brauchen Aber wir nehmen ihn einfach mal mit So ich wechsel mal hier Bei ihr auf Blaumage Essenziell Alter Guck mal man kann nach unten schauen Elixier halten Wild-Propon P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P In der FF14 gibt es dafür eine Farmmethode Bei welchem Mob lernt man in der FF14 Selbstzerstörung Bei einem Bomber, ja okay gut, da gibt es Sinn Eins plus eins gezählt Hab ein starkes Problem mit meinem rechten Auge Ich hatte einen Unfall auf der Arbeit Oh, erst vor kurzem oder wie? In der FF14 gibt man so Jumping Puzzle als Blue Mage Was für Jumping Puzzle Vor einem Jahr und das hast du immer noch Holy Shit, das klingt Das klingt schlimm Bananenbrot, gönn dir Ich hab meine Mio Mio Mater Banane Ich werd leider dafür nicht bezahlt Ach, in Goldsauce In den Jumping Puzzles Ah, okay So, kann jetzt wieder die Monsterfalle, äh Die Roboterfalle kommen Da ist wieder der Poltergeist Den hatten wir schon mal gesehen Bestimmt mag der Vernichter kein Feuer Ach, Kugane Tower, sowas Also man bringt sich um In der Stadt Und dann wird man wiederbelebt von jemandem Und der belebt dich dann wieder dahin Wo das Ziel des Jumping Puzzles ist, ja Bei Kugane Tower Da klettert man ja ganz, ganz hoch Und dann muss man präzise auf einen kleinen Punkt runterjumpen Ich erinnere mich Dass das ja mit Blue Mage ging Und da man ja in der Stadt nicht sterben kann Weil es dort keine Gegner gibt und so Sind die einzigen, die in der Stadt sich selbst umbringen können Die Blaumagier Ist hier jetzt was versteckt? Nee Okay Ey, kann man bitte die Monsterfalle wieder, äh Die Roboterfalle wiederkommen? Excuse me? Oh, das heilt ihn, lol Schwach, wer Jumping Puzzle nicht ohne Hilfe schafft Okay Gatekeeper Alter, durch die Lüftungsrohre Richtiger Einbruch Halbe Stealth-Mission Sneaky Wir müssen auf jeden Fall noch die Monster Die Roboter noch finden Äh, die Roboter finden bevor Bevor wir zum Endpost kommen Weil ich kann mir vorstellen, dass wir hier kein zweites Mal mehr reinkommen Ach du Scheiße Jetzt muss ich ja raten Ach Scheiße Das ist so dumm Oh mein Gott, er verfehlt so oft, ne Ich will mich unbedingt selbst zerstören Ich brauche dringend Hä? Ich brauche unbedingt diesen Spell Hier ist ja gar nichts Okay Ich meine, ich bin ja eh schon hier im Dungeon Ich nehme den einfach mit Wenn ich ihn da jetzt nicht bekomme Wenn jetzt Gegner nicht mehr kommen Dann werde ich jetzt nicht noch extra hier Dumm im Kreis rumlaufen und suchen So Okay, probiere mal die Röhre aus Aber wenn die hier schon kommen Nehme ich es einfach mit Okay, die ist auch falsch Oh, ne, gar nicht so falsch Diebeshandschuhe Aha Die sind auf keinem gut Was machen die denn? Kann die überhaupt irgendjemand tragen? Ne Wahrscheinlich nur ein Dieb Äh, wie komme ich hier raus? Achso Mit meinen Augen ist schon echt Krebs manchmal Ich morgens aufstehe Flackert Das ist wie bescheuert Achso, das vom Schweißen Oder was? Augen verblitzt Äh, ich bin hier falsch, oder? Ich bin gerade verwirrt, wo ich bin Hier, wa? Ne, ich fahre gerade zurück Scheiße Hab mich verlaufen im Dungeon Ja, hier wieder hoch Durch die Rory Arbeit im Lager Mit einem Karton Äh, mir ist ein Karton Ins Auge gefallen Aua 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 Autschi Auch falsch? Auch falsch Oder vielleicht sogar richtig Okay, das ist glaube ich sogar der richtige Weg Und vier fahre ich wahrscheinlich wieder hoch Oh, okay Wir sind jetzt beim Boss, I guess Dadurch, die Tür führt mich wahrscheinlich zum Boss Ich gehe aber nochmal kurz zurück Die anderen Wege schauen Ob da irgendwie ein interessanter Loot ist Ja, zum Glück nicht blind geworden Auf einem Auge Zum Glück ist das etwas, was Behandelbar ist Aber hey Wenn es so nicht wäre Wärst du ein cooler Pirat Man muss die Dinge immer positiv sehen Mein Lieblings Final Fantasy ist Äh, acht Vollmond Klinge Alter Let's go Keiner kann die benutzen Geile Waffe Was ist das für eine Waffe? Ähm Ah, ist ein Bumerang Eine Wurfwaffe mit einer scharfen runden Klinge Ja gut Bring mir gar nichts Gut, dann heile ich mich Wechsel nochmal die Fähigkeiten Und dann Jaller Abfahrt, ne Ähm Gänge für den Braum Für den Bosskampf nicht Wir machen rein Errichtet im Kritzenschuss Automatisch eine magische Barriere Ja, why not, ne Äh Dich wechseln dann wieder zurück auf Zeitmagier Und geben dir Schwarzmagie So Dich Du bleibst Beschwörer Aber dir müssen wir eine Andere Fähigkeit geben Und zwar nicht lernen Sondern wieder Weißmagie Damit er gleich heilen kann Und du kriegst Konter So Dann zählten wir einmal kurz hier Und dann mal schauen, was hier der Boss ist Wahrscheinlich die Königin Von Karnak Autofahren wir Darf man mit einem Auge kein Auto fahren? Ich meine Autofahren ist heutzutage auch eh nicht so wichtig I guess Ich komme auch ganz gut klar in ein Auto Gut, ich bin aber auch ein Opfer Und sitze den ganzen Tag zu Hause Ja stimmt, kein Auf Wiedersehen, Tiefenwahrnehmungen Ich bin so Äh Äh Aha. 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 Ah. Aha. Äh. Okay, der geht nicht mehr. Ähm. Ja, ich muss irgendwie da hoch. So nicht. So aber. Komme ich wieder runter. Äh, ich bin dumm, ne? Ne, bin ich nicht. Äh. Ich krieg das, okay? Ich krieg das hin. Äh, ich kann mich ja, ne? Äh. Äh. Ich muss nach oben. Äh. Ach so, ich check's. Ich stell mich auf diese Plattform und aktivier das von hier aus. Ich dachte, ich muss da einen Weg hinbauen, aber ich kann ja von der Plattform aus. Okay. Wer hätte das gedacht? Königin Karnak? Was sucht die denn hier? Die Miese. Sie ist eigentlich ein Dämon. Ihr magt es. Ihr werdet dafür bezahlen, meiner Wiederkunft in die Quere zu kommen. Oh, die ist besessen. Redstone Queen. Okay, die hat mich angezündet. Scheiße. Yo, die ist einfach, das ist eine Digimon. Meint ihr? Eis ist seine Schwäche? Er wird zu einer Hand. Meramon, ja. Hä? Eis ist nicht seine Schwäche. Kann sein, dass er... Dass er das we... Dass er das wechselt. Der... Okay, das war viel Damage. Jetzt ist er wieder ein Mensch. Ich glaub, Fahres ist tot. Kann ich Hass auf die Gruppe machen? Leider nicht. Ich mach mal Hass auf den... Auf den... Vor unseren Weißmagier, damit er vernünftig heilen kann. Jetzt wechselt er wieder die Form. Jetzt ist er ein Tornado. Flüssige Flamme. Nein. Magnet. Er hat nach vorne geschoben. So, ich mach einfach mal auf alle Hass. Solange Garth of Mana hat, sollten wir easy überleben. Runter! Runter! Boah! Das war viel Damage. Weil er halt schon... Mit Vitra halt er schon sehr gut. Okay, das hat ihn geheilt. Er hat sich selbst geheilt. Ja, ich glaub, ich muss die Mechanik hier gar nicht herausfinden. Die machen das schon. So, und dann nochmal Hass auf die Zeitmagierin. Und dann sind alle gebufft. Okay, ich kann ja gleich noch versuchen, den Gegner zu debuffen. Ansonsten jetzt einfach draufknüppeln. Draufknüppeln und heilen. Und Yoshi, roh, 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 roh. Dankeschön für den Zapf. Vielen, vielen Dank. So, wie sieht's aus mit Gemach auf den Gegner? Verfehlt. Okay. Das war's. Easy Boss. Hast du nur die vier oder kommen noch welche dazu? Hab nie FF5 gespielt. Ähm, also die sind schon fast fest. Ich glaub, wenn ich mich richtig erinnere, gibt's eine kleine Änderung später im Team. Aber... Fahres... Lena und Ricky sind, glaub ich, fest. Kann sein, aber nicht fest. Ich bin mir nicht sicher. Also Ricky ist auf jeden Fall 100% fest. Ich kann mich auf jeden Fall an eine Änderung erinnern. Aber bin mir nicht sicher. Feuerbogen? Königin Karnak. Ich wurde kontrolliert von einer bösen Macht. Sie will alles ins Dunkele hüllen. Eure Hoheit. Die Kristalle, sie werden nicht durch die Maschinen zerstört. Eine böse Macht nutzt ihre Energie, um sich neues Leben einzuhauchen. Bitte beschützt den Feuerkristall. Er ist in dem Raum, direkt hinter dieser Röhre. Neue Klassen! Let's go! Nieder mit dem Kristall. Der wird ja sowas von jetzt in die Luft gejagt. Der Feuerkristall! Der Feuerkristall! Ach ja? Das sehen wir aber anders! So! Garlof, warum sagst du denn nichts? Erkennst du mich nicht wieder? Wuff! Wir kennen uns? Ich kann mich nicht erinnern. Wenn ich doch nur wüsste, wer ich bin. Hey Sie, Bruder. Duda, was hast du getan? So viel Energie durch den Kristall zu leiten, wird ihn zerbersten, Wuff. Er wird auch kontrolliert. Kommt einfach so ein random Guy rein. Oh, da ist ein Knopf. Damit hätten wir also drei. Noch einer und der Siegel ist gebrochen. Äh, 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 äh. Keine Chance, der Hebel ist kaputt. Mach den Kristall selber kaputt, bevor der Kristall sich selbst kaputt macht. Schnell! Galuf, ich halte es auf. Ihr müsst von hier fliehen. Eine Chance gibt es noch. Wuff! Rettet den Erdkristall! Geht! Wenn der Kristall erstmal zerberstet, geht der ganze Raum hier in Flammen auf, Wuff! Verschwindet von hier und beschützt den letzten Kristall mit eurem Leben, Wuff! Werwolf! Wir müssen ihm helfen! Garluf, du bist unsere letzte Hoffnung! Wir kriegen keine neuen Jobs hier? Oder wir können auch mal später hier hinkommen und die dann abholen. Aber die Kristalle sind jetzt so verschwunden. Da liegen jetzt keine Splitter auf dem Boden. doch, 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 die Kristalle sind das Arbeitsamt. Die Flammen werden schwächer. Der Feuerkristall muss seine Kräfte verloren haben. Und der Bösewicht will das Arbeitsamt stürzen, weil sie sind kriminell. Arbeitsamt ist neumoderne Mafia, genau wie die Krankenkasse. Der Kristall ist zerbrochen. Wo ist der Werwolf? Wahrscheinlich wurde er von dem Feuer eingeschlossen und konnte nicht mehr entkommen. Oh, Chad, die vier Kristalle sind das Arbeitsamt, das Finanzamt, die Krankenkasse und... Wer ist der vierte Kristall, Chad? Die Viereinigkeit, die Viereinigkeit, das Gesundheitsamt, GEZ, da haben wir es, GEZ, Arbeitsamt, Finanzamt und die Krankenkasse. Das sind die vier Kristalle. Wahrscheinlich wurde er von dem Feuer eingeschlossen und konnte nicht mehr entkommen. Einfach niedergebrannt. Wir müssen uns beeilen. Das Schloss wurde durch die Kräfte des Feuerkristalls zusammengehalten. Zusammengehalten? Heißt das, ohne den Kristall wird das Schloss explodieren? Exakt, wir dürfen keine Zeit verlieren. Ey, nimm doch die Kristalle mit jetzt! Zeit bis der Dezonation 10 Minuten. Ja, easy. Ich mache einfach Random Encounter aus und abfahre. Wo ist das Problem? Also hier sind wahrscheinlich gar keine Gegner. Moment. Hier ist eine Kiste gewesen, oder? Ja. Ich kann aber schauen, gibt es die Gegner? Nee. Gibt es hier nicht. Also haben wir noch genug Zeit, um uns umzuschauen? Vielleicht finden wir noch irgendjemanden. Doch, es gibt hier Gegner. Wildköter. 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 Gibt es hier noch jemanden, den wir retten können? Um extra Loot zu bekommen? Alles für Loot. Hier gibt es sogar noch Loot. Eine Falle, verdammt. Gigas! Von dem kann ich was lernen. Aber ich habe kein Lernen dabei, Chat. Gibt es mehrere davon? Die machen einfach so. Schnellladen. Das ist vor dem Bosskampf? Hä? Wieso ist das vor dem Bosskampf? Hier. Ich habe den automatischen gesucht. Ich muss noch einmal nach oben. Hä? Auch nicht? Hä? Wieso ist das vor dem Bosskampf? Hey, Luke. Das Spiel speichert doch die ganze Zeit automatisch, wenn ich durch Räume gehe. Hä? Ich wurde ausgetrickst. Oder bei dem Teil scheint es wohl nicht mehr so zu sein. Wie kann ich da nochmal rüber, Alter? Da war, glaube ich, eh nichts Wichtiges, oder? Der automatische wurde jetzt gerade nochmal gespeichert, als du den Raum gewechselt hast. Dein Scheißernst? Ja, dann machen wir den Bosskampf nochmal für Luke. Er ist gerade erst gekommen. Will gerne den Boss sehen. So, blau Magie. Ich habe jetzt Blitzstrahl hier mittlerweile. Aero. Aera. Goblin Heap. Und Fragezeichen. Let's go. Fragezeichen. Boah, 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 boah. Alter, getötet. Da hat er gar keine Chance. Nein. Nein. Lass mich raten, es ist eine Falle. Du hast ja keine Selbstzerstörung. Ja, scheiß drauf. Klingt je nach einem dummen Spell. Ich wüsste jetzt nicht, wann ich eine Selbstzerstörung machen sollte. Außer es macht halt ultra viel Damage. Aber safe nicht. Wieso lohnt sich das nur beim Monk? Wieso profitiert Monk davon, wenn er sich selbst killt? Oh, hier gibt es ja gar nichts. Oh, hier gibt es ja gar nichts. Da war noch eine Kiste. Eine Falle. Ich dachte irgendwie, der Monk kann sich nicht selbst killen. Er lernt später irgendwie eine Fähigkeit, dass er immer mit einem HP immer überlebt, bevor er stirbt. Er kann nie one-hitted werden oder so. Medikai erhalten, okay, stark. Rolle des Blitzes oder so. Aber Chat, hier ist schon der Oskar. In meiner Liste steht, dass hier noch ein Bosskampf drin ist. Aber das ist ja schon fertig. Da gibt es noch ein Versteck oder so. Kraut aus dem Garten. Dankeschön für acht Monate. Dann wollen wir mal. Was? Wie gesagt hat er, da wollen wir mal gesagt. Da, kein Bossgegner. Da ist noch ein versteckter Bossgegner. Müssen nochmal laden. Keine Ahnung, hier steht in Karnakastel, ist ein Boss namens Ironclaw. Kristallsplitter. Werdet auch ihr unsere Kräfte leihen? Werdet auch ihr uns eure Kräfte leihen? In dem Splitter ruht der Geist eines Kriegers. Tierbändiger? Geomant. Geomant. Ninja. Nein. Bei mir kam der eigentlich immer, wenn ich aus dem Schloss gehen wollte. Und hab auch nichts gelootet, sondern straight raus. Aber bei mir kam jetzt kein Boss Wieso kam bei mir kein Boss Wieso kam bei mir kein Boss Boss ist ein Random Encounter Also ich hab trotz Ausgemachten Random Encounter Hab ich ja gerade am Tor einen Kampf gehabt Oder hab ich gerade auf die Namen nicht geachtet Und Der Der Ritter von denen hieß Ironclaw Hieß er Eisenklaue? Du hast zu viel Damage gemacht und den geskippt Es kam ja auch kurzer Dialog Von wegen Moment mal Und dann war es vorbei Der Soldat war es Als ob der wirklich Der fucking Boss war Ich war einfach zu stark Feldwebel Wildköter Ne, hier muss einer kommen Da wollen wir mal Feldwebel sagt es jetzt Nein, nicht den Der Beserker tötet ihn jetzt aus Versehen Dann wollen wir mal Dieser verdammte Das ist kein normaler Soldat Zeig uns dein wahres Gesicht Wow Ich hab ihn einfach zu krass Gekillt Ihr wollt wissen wer ich wirklich bin Ich bin ein berüchtigter Kopfgeldjäger Man nennt mich Eisenklaue Verwandlung Tötet ihn bitte nicht Volltreffer Der Beserker darf ihn jetzt nicht töten Aus Versehen Todesklaue Da ist es Die miese Sau Todesklaue gelernt Okay Nice Ach echt Kasuro Darum ging es jetzt die ganze Zeit Dass ich hier nur noch einen Boss suche Der einen Blue Mage Skill hat Aber wie es aussieht Kann man den wohl skippen Ja der sah ziemlich stark aus Der sah ziemlich stark aus Ich mein der Paladin war ja fast Full Life Und der hat ihn einfach auf 5 HP runtergeballert Und paralysiert auch noch OP Ich bin die ganze Zeit am Raiden Ja dann sag mal deinem Raid Die sollen mal kurz Pause machen Wichtiger Wichtiger Kampf hier Was für Raiden Was für Raiden In zwei Wochen kommt Dawn Trail Ja gehen wir nochmal in die City Oder raidest du jetzt in Elder Scrolls Online Oder in World of Warcraft Ich denke mal du raidest in FL14 oder Mein Freund möchte noch ein paar DSR Ultimate Waffen für Glamour Die Königin ist oben Aber sie ist verletzt Das Schloss wurde zerstört Oh Dunkelheit Komm nicht näher Bleib weg von mir Okay Sie ist im Delirium seit wir sie gefunden haben Wir haben es geschafft aus dem Schloss zu entkommen Wir haben die Königin aus dem Feuer getriebenen Schiff gerettet Aber sie hat Verletzungen davongetragen Okay Ähm I guess wir gehen mal auf ein Schiff wieder Ich denke mal da wartet Zitt auf uns Und wir haben jetzt ein Schiff wieder Hätte ich doch bloß niemals diese teuflische Maschine gebaut Heimerdinger Alles All das ist meine Schuld Wenn ich nicht gewesen wäre War das was fragwürdiges? Das war ein Anime-Spoiler Ich hab's nicht mehr gecheckt Hab gegoogelt Der heißt wieder Hamster Das ist dieser komische Trottel Der irgendwie nachts kam Und so klang Als wäre er besoffen Der sich jetzt wohl umbenannt hat Und jetzt random Anime-Spoilert Äh Den musst du gar nicht timeouten Kannst ihn direkt wegbannen Professor Muss hart für ihn sein Was hat er gemacht? Keine Ahnung Kam hier einfach rein Hat irgendein Anime gespoilert Ich hab keine Ahnung von dem Anime Was das für ein Anime ist Aber Erste Nachricht Ist direkt irgendein Spoiler Zu einem random Anime Ich denke mal Von so einer Person Müssen wir nicht viel erwarten Im Chat Da müssen wir glaube ich Nicht viel erwarten Da können wir direkt weghauen Und zufällig heißt er auch Hamster Wieder eine weirde Typ Der mitten in der Nacht kam Und geredet hat Als wäre er irgendwie besoffen Ja ich denke mal Hier gibt's nix mehr Äh So Ne Nicht der Kegi Army Typ Der Hamster Typ Der heißt Mondhamster Oder so glaube ich Kann vielleicht auch Zufall sein Das ist einfach Der auch Hamster heißt Ähm Der ist irgendwie nur Der ist die ganze Zeit Bei Elden Ring dabei gewesen Und hat eigentlich dort Ganz normal geschrieben Glaube ich Glaube ich Aber Als ich nachts Das Horrorspiel gespielt habe Hat er irgendwie geschrieben Als wäre er mies besoffen Keine Ahnung So Chad Wir haben neue Berufe Wir haben Den Ninja Wie sieht er bei den anderen aus Okay Alter Er ist einfach Samurai Und nicht Ninja Oh Pinker Ninja Alter Ein Kein Ninja Sondern ein Ichimonji Warte ne Wie heißt der nochmal Kunoichi Die weiblichen Ninjas Ne Äh Ich würde sagen Wir machen Fahrers zum Ninja Oder Vielleicht ein bisschen Mit der Hoffnung Dass sie vielleicht ein bisschen Agilität damit grindet So Sie hat jetzt eine Vollmondklinge Und einen Dolch Lederhandschuhe Karateanzug Lederhut Okay Mal gucken was so ein Ninja lernt An Fähigkeiten Ähm Ey ihr könnt doch nicht meinen Freund Bannen Natürlich war das dein Freund Er lockt Er lockt sich kurz um Und sagt Ihr könnt doch nicht meinen Freund Bannen Junge Stark Sag doch Ja sag doch direkt Das war dein kleiner Bruder Manche Leute haben es echt nicht nötig Ne Trash zu schreiben Um sich dann für den Moment Lustig zu fühlen Bist du aufgestorben In Elmring Hat er für jeden Tod Eingedrungen Vielleicht Ähm Werfen Wo kann ich dir einen Beweis Ich will keine Beweise Sag deinem Freund Er soll sich wegficken Ich will den hier nicht im Stream haben Und wenn du auch weggefickt werden willst Äh Dann mach so weiter Ansonsten benimm dich alter Geh mir nicht auf den Sack Bist du überhaupt alt genug Für fucking Twitch Ich frag mal direkt mal so Ähm Was geben wir denn I guess Konter Twitch ist glaube ich ab 14 Jetzt darf ich das nicht sagen Jetzt wird er lügen Wie alt er ist 13 sogar Okay Äh Und die anderen Berufe Moment Was waren die anderen Berufe nochmal Die anderen Berufe waren jetzt Noch Tierbändiger Und Geomant Ich sag's wie es ist Bin an beiden nicht wirklich interessiert Nur der Ninja ist cool Alter der Geomant Sieht einfach aus wie so ein süßer Clown hier Tierbändiger ist ein süßes Schaf Ja Aber ja Ajo Die hat so Ohrwärmer Ich werd einfach nichts mehr schreiben Du kannst schon schreiben Aber Wenn das wirklich nicht du warst Sondern dein Freund Was denkt er was hier passieren wird Seine erste Nachricht in den Chat Ist einfach ein fucking Anime Spoiler Was denkst du was passieren wird Dass wir uns alle denken Oh cool Willkommen im Chat Wir sind jetzt beste Freunde Der soll sich wegficken So what the fuck Ist der neu hier drin Willkommen Kann ich dienen Okay Der war vorher nicht da Na Kunai Oder hab ich den übersehen Ich glaub der ist neu Der verkauft genau die Waffen Für die neuen Klassen jetzt So Tierbändiger brauchst du glaube ich Für Blue Mage Skills Wieso Ist doch scheißegal Was er gespoilert hat Mach nie YouTube Niemand jucken deine Streams Ey ich mach YouTube Ich hab einen neuen YouTube Kanal Check den mal ab Und verpiss dich aus dem Stream Chat Da kannst du gerne Deine Kommentare schreiben So Ähm Ja Was war jetzt mit Tierbändiger Wieso brauch ich Tierbändiger Für Blue Mage Skills Warte Fähigkeiten Du warst wirklich Freitagnacht besoffen Mit Tierbändiger Kriegst du Control Und manche Monster Wenden gewisse Skills Nicht auf dich an Oh Ähm Du kriegst wieder Gänge finden Ähm Also wenn Tierbändigen So wichtig ist Für Blue Mage Dann können wir bei ihr Vielleicht ein bisschen Den Tierbändiger Leveln Muss ich weit leveln Bis ich die Fähigkeit Auf andere übertragen kann Ich muss nicht irgendwie Die Klasse jetzt Ähm Meistern Oder wie Meistern ist nur für Allrounder wichtig Wir schauen Ne nicht du Doch Doch Lena So und dann gebe ich ihr Blau Magie So Testen wir mal ein bisschen Bei ihr Blau Magie aus Er bleibt Beschwörer I guess Wobei Wir können wieder bei ihm Zurück vielleicht auf White Mage gehen Äh Weil ich glaube Die nächsten White Mage Spells Werden wahrscheinlich Ein höheres Level brauchen Als Weiß Magier 5 Ich denke mal Wir gehen mit dem Äh Hoch Äh Warte Ich muss mal kurz Äh Kurz Ähm Ähm In die Twitch Einstellungen gehen Und ändern Dass Neue Accounts Nicht so easy reinkommen Ähm Äh Wo war das nochmal So 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 Das war So Okay Äh Müsst ihr mich nur dran ändern Dass ich das wieder ändere Ne Müsst ihr mich nur dran Müsst ihr mich nur dran Müsst ihr mich nur dran Leveln Weil White Mage Wahrscheinlich die wichtigste Klasse Mit dem Spiel Äh Und geben ihm I guess Beschwörung Ne Ja So Zack 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 So Was hat die jetzt für Fähigkeiten Fangen Ermöglicht das Fangen von geschwächten Monstern Und was passiert dann Dann kämpfen die für mich Solange die sterben Oder Ich mein Wir können's kurz probieren Jo Garuda Einfach Fangen Versuchen Garuda zu fangen War das jetzt Fangen? Hab ich jetzt Garuda gefangen? Fangen? Ne Gegner ist zu okay Warte Dann schwäche ich ihn nochmal Junge wie viel Damage er macht Fangen Du verteidigst Du verteidigst dich Fuck das wollte ich nicht Ich hab schon wieder aus Versehen getötet Verdammt Für Fangen war Garuda noch zu stark Ja ja man muss ja schwächen Also Leben abziehen Ne So Verteidigen Verteidigen Du machst einmal Peitsche Und jetzt sollte er super wenig Leben haben Und jetzt fangen Gegner ist noch zu stark Immer noch? Oder ist mir zu stark wirklich gemeint Dass Ich noch weiter leveln muss Wir tasten uns weiter ran Fangen Fangen Der ist halt gleich tot Der ist halt gleich tot Oh ich hab gefangen Lena hat Besänftigung gemeistert Fares hat Rauchbombe gemeint Okay Okay ich hab jetzt einen Vogel gefangen Und jetzt schauen wir mal was passiert Freilassen Schwingenschlag Moment mal Moment mal Äh Kurz mal schauen Ist jetzt weg Fertig Das ist nur für einmal Also du fängst ein Monster Kannst ihn im nächsten Kampf einmal benutzen Und muss wieder ein neues Monster fangen Das klingt ja Absolut Trash Das klingt ja Absolut Trash Aber Meintet ihr genau das Braucht man? Also Weil Fähigkeiten zu lernen Muss ich ein Monster fangen Und das dann freilassen Auf mich selbst? Für Blue Mage Nein Kontrollieren braucht man Okay Hab ich noch nicht gelernt Ne Okay Müssen wir erstmal lernen Gut Äh Dann geh ich nochmal kurz Schlafi schlafi Und dann ziehen wir los In die weite große Welt Oh Ich soll dir Final Fantasy 5 erklären Ähm Ist ein geiles Game Alles erklärt Mehr brauchst du nicht wissen Ist einfach ein geiles Game Erst dachte ich mir Boah Ist wie Pokémon Stellt sich raus Das ist eher wie Pokémon Ranger Was ist Pokémon Ranger? Vielleicht hat der Vogel auch so wenig Damage gemacht Weil Weil sie halt noch eine Niedrige Bäschenstufe hat Keine Ahnung Äh Final Fantasy 5 Ist ein rundenbasiertes Spiel Ein rundenbasiertes JRPG In dem es darum geht Das Böse zu vernichten Was diese Welt ins Chaos stürzen will Das Böse versucht momentan Gerade zu erwachen Und zu erwachen Muss dieses Böse Die vier elementaren Kristalle zerstören Die der Welt Die Elemente geben Wie zum Beispiel Wind Hast du nicht gesehen Wasser Und so Und der Böse Das Böse etwas Das Böse Unbekannte Hat mittlerweile geschafft Drei Kristalle zu zerstören Nur noch ein Kristall Und dann wird das Böse erwachen Und wenn das Böse erwacht Dann wird es die ganze Welt In Chaos stürzen Und das wollen wir verhindern Es steht 3 zu 0 Für das Böse Wo ist meine Liste Habe ich jetzt meine Liste geschlossen Ne, da ist sie Ah, mein Ohr hat gejuckt Äh, der nächste Bei dem wir was klauen können Ist in irgendeiner Wüste Okay So Ja, dann Let's go Habe ich mir schrocken Ja, ich auch Weil es so gejuckt hat Da komm ich her Äh, okay Okay, okay, okay Ist das eine Wüste? Sieht schon ziemlich wüstig aus Könnte auch ein Sandkasten sein Der eigene Dankeschön Für 5 Monate Ah, das ist Den ich brauche, Chat Ich habe niemanden lernen Äh, gerade aktiviert Den brauche ich Und der kann Äh, Aqua Atem oder so Wasser Atem machen Den brauchen wir Der gibt mir ne geile Fähigkeit Da Nasser haucht Den brauchen Uoooooooh Äh, äh Äh, äh Weg hier Ähm Entweder ist das so ein Ähm Entweder ist das so ein So ein Sehr starker Random Encounter Der irgendwie super selten ist Und wenn er kommt Dann kriegst du mies aufs Maul Oder Es ist die falsche Richtung Und da sollten wir eigentlich Erst später hin Oder Das wäre das Schlimmste Ich Bin unterlevelt Das wäre das Schlimmste Ich meine, ich kann Ne, ne Ich muss den Kampf geschaffen Wenn ich die Fähigkeit behalten will Ne Okay, warte Wir machen Chat so Äh, lernen Ich gebe allen lernen Äh, lernen 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 Man braucht dann nur Er da oben Lassen wir nur bei ihm So Okay Äh, wieder Kämpfer anmachen? Äh, stimmt Ich kann Charaktere wechseln Da war ja was Äh, so Zum Lernen muss man gewinnen Ja, meine Frage Was macht ihr euch immer Was auf euren Burger? Will mir nämlich Nächste Woche Burger machen Lecker Schmecker Mach ich ihn mal draus Aber Sag das keinem Wieso macht er so viel Damage? Todesklaue, let's go Wo? Todesklaue, bestimmt Äh, prozentualer Prozentualer Angriff Poah Ähm Aera Äh, vielleicht so ein Blitzerer auf die Waffe drauf Nicht zweimal angreifen Das zählt nicht Scheiße Chat, der ist viel zu stark Vielleicht schaffe ich ihn blind zu machen Poah 96, er ist tot Der hat ja gar Der hat ja gar nichts drauf Also der ist halt super stark Aber ziemlich squishy Ja, ich mach bei mir immer Tomaten drauf Tomaten Salat Sauere Gürkchen Käse Bastel mir dann irgendeinen random Patty zusammen Und die Soße ist immerhin so eine Fertighamburger Soße oder so aus dem Laden Und dann auch gerne mal so Irgendwie ein bisschen Sriracha oder so rein I guess Sriracha ballert auch immer Ähm Hier wieder beleben So Soße immer Ketchup, Mayo vermischen Ja, das ist auch geil Ja, das ist auch geil Also halt wirklich Auch einfach nur Mayo So ein Burger mit Mayo Ist auch geil Oder halt irgendwie Oder halt irgendwie Mayo mit Tomatenmark oder so Geil Auch geil Das muss da nicht mal irgendwie eine krasse Soße sein Hinterhalt Tod Fliehen Wir hauen ab Könnt ihr bitte aufhören über Burger reden? Sagst du heute ist Bestelltag? Bohr Orangen auf Burger So Er scheint Er kommt hier immer zu 100% Junge Was sind diese One Hits? Okay Versuchen wir mal Eisra Auf die Klinge zu machen Vielleicht ist das geiler Blitz ist ziemlich arsch Nein Nicht auf den Heiler Der Heiler darf nicht One Hitted werden Aber kann er jetzt bitte seinen scheiß Nasshauch machen? Sonst bringt mir das alles hier gar nichts Okay Er hat wieder keinen Nasshauch gemacht Schwanzpimmel Geblockt? äh feurer probieren wir mal feurer aus leute er macht keinen nass hauch er macht es einfach nicht mehr der feuer ist auch scheiße jetzt macht es jetzt greift er auch zweimal hintereinander an dieser pimmelige pimmel das sollte ihn aber jetzt töten schon ich habe keinen maana mehr und er lebt noch okay nice ich hoffe das hat sich gelohnt das zu lernen ich war ich hoffe das war eine lohnung ananas auf pizza also was haltet ihr chat von krapfen und wie es die eigentlich eure nutella mit butter oder ohne butter und heißt es eigentlich die nutella oder das nutella fällt mir noch irgendeiner ein habe ich irgendeinen vergessen oh ja alle die vier sich eistee trinken sind opfer und wenn wir schon dabei sind was ist euer lieblings zelda game eigentlich so bibliothek der vorväter einfach mal so ein paar fragen in den raum geworfen um ein bisschen chat aktivität zu steigern das banger song wie klingt der in og der geht viel härter der geht viel härter aber snr ist immer so geil ja was geht hier ab was machen wir hier in der fucking bibliothek okay ich glaube ich gehe gerade schon irgendwie secret weg oder so da kann ich wahrscheinlich die buchbeschwörung lernen mit das ist der enkel von professor sit moment mal chat wie ist die tochter von sit in final 16 ist sie nicht auch mit lol der name ist ja gar nicht neu den haben sie einfach von hier genommen ich dachte das war ein komplett neuer name ich habe nicht die leiseste ahnung wohin mit wollte die unterirdischen stockwerke sind von monstern überrannt worden hier ist es aber der sohn ist der enkel die ist die bibliothek der vorväter ein archiv alter schriften also wenn ich bitten darf lest einige bücher im erdgeschoss sind von monstern besessen so eine schande eine unserer schriften besagt dass die kristalle einst viel mehr kraft besaßen als sie das heute tun mit dieser erkenntnis im hinterkopf baute professor sit seine maschine maschinen die die leistung der kristalle auf ihr früheres niveau bringen sollten das hier müsste es sein okay südlich von hier liegt das dorf jachol dort hat man bei der ausgrabung in ruinen verschiedenste wertvolle gegenstände zu tage okay mit diesem buch hat es ein besonderes bewandtes ich spüre es vor 30 jahren tauchte ein monster babilos biblos genannt in der nähe des windschreins auf irgendwann gelang es dieses monster in den tiefen der bibliothek einzusperren alter biblos dies ist das älteste werk in unserer bibliothek aber da die hälfte der seiten fehlt erschließt sich uns nur in teilen biblos in ff14 gab es so ein riesiges buchmonster als boss gegner wahrscheinlich ist das der ne tagebuch eines reisenden ich werde diesen seltsamen stab jenem mann aus der kuhn geben die geschichte eines blaumagiers endlich lernte ich mir die fähigkeiten der monster anzueignen aero stufe 5 aero und stufe 5 exitus buch seite 22 es ging hier gerade um blue mage kann ich was von dem lernen chat fucking tycoon es ging gerade um 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 blue mage und auf einmal kommt hier so ein buchmonster von einem paar aber von dem kann ich von dem was lernen laut meiner liste von page 64 und page 256 kann ich was lernen große global bibliothek kam buche in ff14 feuer ja ähm ja i guess wir töten den ne null der ist wahrscheinlich ultra stark seite 64 von dem lerne ich was oh mein gott ist das kompliziert um von dem was zu lernen chat er macht exitus er macht tot 5 tot stufe 5 und tot stufe 5 funktioniert in final fantasy so dass du instant tot bist wenn du ähm wenn dein leben durch 5 teilbar ist quasi sonst stirbst du daran nicht das heißt damit der spell trifft muss unser charakter der lernen hat eine stufe haben die durch 5 teilbar ist und ich weiß gerade nicht welches level ricky ist ricky hat gerade lernen drin aber ich habe keine ahnung welches level der ist also wenn er jetzt stirbt haben wir es oder die sind alle teilbar durch 5 hab's gelernt lol was ein zufall dass ich genau jetzt die sind gerade level 20 geworden junge chat wisst ihr was gerade geiles eigentlich passiert ist die qual in der wüste die wir durchlebt haben im kampf gegen äh die chimera dass ich versucht habe nasshauch zu lernen da ist die ganze zeit faris gestorben hat nicht gelevelt aber die anderen und dadurch dass er die ganze zeit gestorben ist war dann nicht level 20 so wie die anderen sonst wäre ich jetzt game over junge schicksal ich sag's wie es ist schicksal scheiße scheiße schicksal boah ich wollte eigentlich gegen da ausmachen wir gehen gleich in die bibliothek ich bin noch nicht fertig ich geh grad nur zurück zum heilen so äh chat wir müssen jetzt ein bisschen den beastmaster glaube ich lernen äh trainieren der muss kontrollieren lernen weiß jemand im kopf aus welchem level tierbändiger das lernt oh loll ich habe alles auf maxim 4x4 oh loll äh oh wir trainen über einen klassen im spiel äh musst einfach kämpfe machen wenn wir auch gegner töten weil wir brauchen kontrolle langsam weil jetzt kommen irgendwie super viele gegner wo wir kontrolle beherrschen müssen ich meine vielleicht lernt er das super early aber ich bin halt noch level 1 tierbändiger mit der nächsten stufe ja wow okay dann müssen wir wirklich einfach ein paar kämpfe machen ja mit riel drache wie cool ist der denn ne ich mach kein taste of marathon schwanz die miese sau leder hat kontrollieren gemeistert okay so dann können wir wieder ähm beruf wechseln auf auf zeit magier lernt der lernt der blau magier überhaupt irgendwas wichtiges oder sobald man mit ihm blau magier auf andere klassen übertragen kann ist der komplett egal chat sind seine höheren level noch irgendwie wichtig so okay so jetzt haben wir kontrollieren jetzt können wir monster kontrollieren verfehlen und das brauchen wir eigentlich nur damit ich manche fähigkeit aus den gegnern raus hole und das ist direkt beim mitrieldrachen den wir gerade hatten bei dem gibt es was zu holen der lernt als äh als letztes analysieren wow okay gut so jetzt kontrollieren kontrollieren verfehlt kontrollieren schwanz verfehlt verfehlt der gegner steht unter deiner kontrolle und jetzt transfusion auf mich selbst boah Jürgen was für wilde spells in diesem spiel gibt okay 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 gehen wir wieder rein in die bibliothek ahem 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 okay die bücher hatte ich ja schon ne okay was sagt ihr dazu ich will natürlich nur die betroffenen bücher verbrennen aber wir wissen nicht welche das sind vor langer zeit hat ifrid für uns die von monstern befallenen bücher verbrannt oh lol ifrid tot lore ja gehen wir nach unten in den keller i guess da gibt es auf jeden fall noch kämpfe ich hab das aber kann das sein dass das hier optional ist das ist nicht optional okay ich dachte das ist irgendwie optional so Zufallskämpfe an dann mhm 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 achso jetzt ich kann ihn durch ist schon banger song aber hallo aber hallo ich habe doch kämpfe angemacht gibt es hier keine kämpfe hier ist was das ist ein loch ok hier kommen kämpfe in dem keller eter schmeter da sind sie so um schild doch der ist wichtig bei dem lernen wir was chat indem ich ihn kontrolliere nein die sind jetzt alle beserker modus jetzt kann ich nicht mehr kontrollieren machen mondflöte kann ich sogar ach moment mondflöte gelernt nee ich sollte aber was anderes noch von ihm lernen ok ich sollte noch etwas anderes von ihm lernen können und das geht nur wenn ich ihn kontrolliere secret derzeit super gefährlich der ist super gefährlich wenn der mal angreift sind wir alle tot noch einer ok tot game over und doch nicht okay wenn er halt level tot level tot tot level 5 macht sind alle gelöscht wir sind gerade alle glaube ich level 20 fahr ist auch glaube ich mittlerweile level ab oder oder welches level sind wir gerade ne fahrers würde noch überleben ok ich speichere mal nach jedem kampf hier ist gerade sehr gefährlich buch ich bin die frit lange jahre war ich angeschlossen in den seiten nur die die meine flammen widerstehen erlangen alter wieso ist die fried grün ja machen wir direkt eisra aufs schwert ok der löscht ihn ja einfach was macht der beserker modus dass alle mehr damage machen aber ich die nicht mehr kontrollieren kann die greifen automatisch die ganze dann so medica mal da oben drauf ok vielleicht hätte ich lieber heilen sollen und nicht medica machen sollen naja klappt schon er verfehlt opfer zeit magie hast komm schon jetzt du hast ein eisschwert das macht bestimmt richtig viel damage boah löschung ja komplett gelöscht junge imagine wird jetzt noch schwarz magie dabei genug ja genau ihr habt euch ja ihr habt euch als würdig erwiesen meine kräfte sollen die eure sein eigentlich so genug scheiße ich werde gleich sterben bitte hört auf ich komme hier schon miet hey habbeldabel was geht ab geht's voran ja schleppend aber es geht voran das beschwerbare monster ifrit erhalten okay ich dachte halt dass das hier vielleicht optional ist genau deswegen weil es klang so wie ifrit schmiefrit und wir gehen hier nur rein nur wegen ifrit das ifrit design ist richtig cool ich finde seine farbe kinda weird wieso ist der grün wieso ist der scheiße grün digga kannst du mal umblättern diggi blätter mal um kannst du mal kurz umblättern ne das ist die falsche seite wieso hat dieses buch so viele 64er seiten kannst du mal die 256 geben nein ok schade shiny ifrit gut betucht ok äh moment das ist sogar der richtige weg ich muss da weiter gehen moment hier geht es gar nicht mehr weiter chat ist das wirklich nur für wie ich ah ne hier ne hä was ah doch hier geht es weiter niemand kann passieren wir sind in lidl na ifrit verzeiht meister oh man muss sogar ifrit holen sonst kommt man gar nicht weiter junge seite 256 kommt nicht mehr ha 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 hey jetzt ist Fahris auch Level 20 Leute haha ha 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 jetzt können alle One Hitted werden ouuuuuhh ein Spell und die ganze Gruppe ist geviped Let's walking go Kann sich bitte das Buch bewegen Es ist halt wirklich jetzt einfach Gamba Wir haben vorhin noch andere Seiten gesehen Also die Bücher können schon andere Seiten haben Aber irgendwie ist die Lieblingsseite dieser Bibliothek wohl Seite 64 Einfach von einem Buch besiegt Mach's doch besser So, warte, wo haben wir aufgehört? Ich mach mal noch aus Wir haben mich hier drin aufgehört Speichern nochmal Seite 256 ist zu schüchtern Kontrollieren Nein, er macht wieder Mondflöte Wie soll ich ihn so schnell kontrollieren Wenn er immer Mondflöte macht Äh, ich muss mal kurz warte Fähigkeiten Ich geb dem wieder Gänge finden Und wir geben dem hier lernen Äh, ihr geben wir lernen So Ist halt einfach Ist einfach Glücksspiel Wenn ich Pech habe, macht er halt Mondflöte Wenn ich dann nicht Alter Mal nicht eine 64 Direkt zum Start Bitte kein Exitus Bitte kein Exitus Okay Junge, könnt ihr bitte Englisch 21 werden? Ich hab hier panische Angst In diesem Dungeon rumzulaufen Er macht wieder Exitus Teil 5 vor 2 Wochen durchgespielt Ist die Luft raus Für Teil 6 Wieso das denn? Spiel speichert automatisch In jedem Raum Game over ist in dem Spiel Nicht ganz so schlimm Wer ist der denn? Neue Seite Diese Seite Hab ich ja noch nie gesehen Ganz anderer Mensch Junge, Fahres Böllert aber auch echt rein Ach komm Lutsch mir doch meinen Sack Braucht ein paar Wochen Pause Von RPGs Achso Dann gönn dir Es ist halt wirklich Jetzt einfach nur ein Gamba Cooler Dungeon Ja, es liegt halt an meinem Level Es liegt halt an meinem Level Sobald alle Level 21 sind Bin ich halt immun gegen den Todesspell Ich bin halt leider zur falschen Zeit Hier angekommen Zur ungünstigen Zeit Ähm Chat, ist Offguard ein wichtiger Blue Match Blue Match Spell? Kann ich den skippen? Weil Buch Seite 256 Muss ich halt kontrollieren Offguard heißt der Spell Ich weiß nicht, ob der wichtig ist Ob der geil ist Ich muss halt Seite 256 kontrollieren Und dann gegen mich selbst Das angreifen Aber kontrollieren ist ja irgendwie Zufall Ob, äh Kontrollieren funktioniert Und Seite 256 Macht er die ganze Zeit immer Mondflöte Bop, 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 bop Dadurch kann ich nicht mehr Kontrollieren machen Na Scheiße Vor 15 Minuten Wurde im Chat Im YouTube-Chat was geschrieben Ich hab nicht drauf geantwortet Verdammt Wenn du noch da bist Ähm Final Fantasy 14 Weiß ich nicht, ob geplant ist Für den Marathon Mal schauen Lass dich überraschen Es halbiert die Defensive des Gegners Klingt schon strong Ja, scheiß drauf Brauchen wir nicht Ist das mit? Ja Der Spell ist ziemlich mit Bleib wachsam Ich hab kein gutes Gefühl Was diesen Ort betrifft Buck Yo, Babilos Das ist er Oh Mann Ich hab Jetzt Ihr Keine Dingens gegeben Scheiße Naja, egal Ich wollte ja Naja, egal Ich hab ihre Fähigkeit Nicht geändert Sie kann nicht vernünftig Damage machen Passt schon, ne? Was hält der Typ Eigentlich von Ifrit? Hä, ich hab ne Beschwörung Verpasst, Chat So, schau mal Macht Ifrit viel Damage Wenn ja Könnte Feuer Vielleicht eine Schwäche sein Machen wir mal Feuer Kontrollieren Nein, ich hab den falschen Geheilt Ich bin ein dummer Dummbotz Ja, okay Paladin ist so geil Der Mystic Knight Und dann blockt er auch noch Diese scheiß Legende Macht Damage des Todes Und blockt dann auch noch einfach Was ein geiler Ficker So, jetzt den richtigen heilen Perfekten Zeitpunkt Gehalt Er wäre jetzt tot gewesen Manch jemand kann ihn kontrollieren Oh, von Babyloss kann man By the way was lernen Den Hammer kann man von Babyloss lernen Und Babyloss hat gerade Hammer Genau auf den eingesetzt Der es lernen kann Also eigentlich schon perfekt Junge, er ist so kack Er trifft einfach gar nichts Netz In einem klebrigen Netz gefangen Einfach eingewichst, Alter Ähm Ich weiß nicht, was das macht Es macht Hass weg Okay Äh, wir können mal Brotes ballern Was, mein Irgendwas stand da gerade Oh, lol Ich hab schon irgendeinen Text Übersehen Zauberhammer gelernt Da ist es Nice Ich denke mal Das macht Gegner klein Weil Hammer und Hammer macht Nee Es gibt ja den Äh, den Zauberwicht Das macht dich klein Dann machst du kaum Physischen Damage Aber Hammer Heilt diesen Diesen Status Das heißt Zauberhammer ist Eher wahrscheinlich Irgendwas anderes Keine Ahnung Ich wollte doch nicht Gestört werden Wenn ich lese Erzähl mir nicht Dass du diese ganze Zeit Über in dieses Buch Vertieft warst Welche ganze Zeit Über Na, jetzt wo du erwähnst Da war ein leichtes Klopfen und Schlagen Hinter mir zu vernehmen Wart ihr das etwa Will der uns veräppeln Mann Ein schräger Vogel Zauberhammer halbiert Die MP Ah, okay Wie auch immer Schätze, es wird Zeit Zurück zu gehen Was? Kommt ihr auch? Ich kenne Abkürzung Legende Einfach kurz Mittelfinger mir gezeigt Ich kenne Abkürzung Bam Hier Mittelfinger Mitt, da bist du ja Zum Glück ist dir nichts passiert Danke Dass ihr mitgefunden habt Da fällt mir aber Ein Stein vom Herzen Hey Ihr wart da Um mich zu retten? Ich weiß zwar nicht Wovor ich gerettet werden musste Aber es war auf jeden Fall Nett von euch Ach ja Seht doch mal alle her Buch Ich habe das Buch Der Bücher gefunden Das ist die Wucht Ich wette mit der Darin geschriebenen Methode Können wir das Feuer getriebene Schiff Wieder mit Energie versorgen Stark Ich muss sofort Opa Sid davon erzählen Sid? Oh, ihr kennt ihn? Er ist mein Großvater Opa ist einfach der Beste Wenn er an etwas forscht Kann ihn nichts Und niemand aufhalten Er gibt nicht auf Bis er die Lösung Zu einem Problem gefunden hat So mag er vielleicht Früher mal gewesen sein Aber jetzt Wovon redest du? Für mich scheint es Als hätte er sehr wohl Aufgegeben Was? Das würde er niemals tun Tja Heimerdinger Warte mit Das sei einfach Mit In dem Gespräch Abgehauen Diese Büchermonster Sind im FF Manga FF Lost Stranger Auch vorhanden Und wird auch vom Main Charakter Glaube ich erkannt Als die Bücher Aus FF 5 Wilder Manga Den du da liest So Okay Dann Gehen wir I guess Wieder zurück zum Schiff Ich hoffe Sid kann uns mitnehmen Oder er ist in der Stadt Nee ist wahrscheinlich in der Stadt Oder er ist in diesem Dorf Jaloch Oder wie das hieß Ich check mal die Taverne ab Und einmal Das Schlafgemach Wo ist Sid Sid ist nicht da Im Bett Da ist nur der Typ Die Königin ist oben Aber sie ist verletzt Okay Okay gut Dann ist er vielleicht Im nächsten Dorf schon Moment Hier ist so ein Gelehrter Okay Den haben wir schon mal gesprochen Du darfst die Etagen In den Häusern Nicht vergessen Okay Okay Da ist er Der Raum war vorher leer Sid Mid ist nicht hier Kommen sie schon Reißen sie sich zusammen Oh der hat sich Der hat sich besoffen Chad Er versucht Er versucht seine Probleme Wegzusaufen Brrr 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 Verschweigen wir eure Zeit Ich bin bei mir Und alle Und bei mir Opa Mit Das Heimerdinger By the way Sid By the way City City Sid 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 Heimerdinger Sid Die Verstärkung der Kristalle War nicht das Problem Sondern Ein großer böser Bösewicht Hat das gemacht Und dann wären eigentlich Alle Probleme Von Sid Weg Aber okay Wir können auch daraus Eine dramatische Szene Machen I guess Von neuem Beginn Du hast Völlig Recht Natürlich hab ich das Es ist doch nicht zu spät Der Erdkristall ist noch immer intakt Fragt sich nur wo Das weiß ich leider auch nicht Aber wir müssen ihn finden Und beschützen Und um das zu tun Brauchen wir das feuergetriebene Schiff Stimmt's oder hab ich recht Beides Wir müssen das feuergetriebene Schiff Wieder flott machen Aber ohne den Kristall Ich bin dir bereits um Längen voraus Hopper Sieh dir das mal an Bug Jetzt kommt dieser Kupf raus Exitus Alle tot Credits Oha Wo hast du denn das ausgegraben Hm Verstehe Gut gemacht Mit Das könnte klappen Also gut Machen wir uns an die Arbeit Jau Einfach Jau Alter Fucking Jau Woher kommt Justin Bieber Ja weil Justin Bieber Den Song gemacht hat Never say never Und sie hat gesagt Sag niemals Niemals Und das war Ein lustiger Joke Ah lol So Jetzt geht das Schiff Oder Der ist schon fertig Oder Ja Maschine ist schon fertig Ich stehe dem Weg Leute Ihr müsst mit entschuldigen Er ist einfach sehr begeistert Wir kümmern uns um das Schiff Ihr macht ein Päuschen Galuf Stimmt etwas nicht Ja Sie sehen irgendwie komisch aus Galuf Alles in Ordnung Mein Kopf Für einen Augenblick Dachte ich Ich könnte mich erinnern Er ist eigentlich der Bösewicht Opa Okay Das wiederholt sich Sie hat in ihm Irgendwas getriggert Ah Sie hat in ihm Das Wort Das Wort Opa Hat in ihm Irgendwas getriggert Kiele Chat Die kommt auch Die gibt es auch In Final Fantasy 14 Sogar einer Der Ein Charakter Das Maincast Quasi Alter Dankeschön Für die Bits Jetzt mal mit den Bits Wenn du schon welche hast Ähm Diese komischen Neuen Effekte im Chat Testen können Die hat immer noch Keiner getestet Ich will sehen Wie die aussehen Nicer Fun Fact Da ist das so ein Kleiner Lala Fell Die Krile Krile Ich weiß nicht Wie die ausgesprochen wird Ich sag immer Krile Ich weiß aber nicht Ob die Krile Ausgesprochen wird Autsch Schmidt Hör auf Was tust du denn da Ah Sie hat auch Immer ihn geschlagen Krile Sagst du immer Krile Da hat er doch Immer geschlagen Ihren Opa Aua hey Lass das gefälligst Krile Du alter Dummkopf Sagen tue ich es nie Aber wenn Ja Krile Klingt halt so Scheiße irgendwie Aber Krile Klingt halt auch scheiße Vielleicht heißt es einfach nur Kriel Und das E ist stumm Kriel Hat einen scheiß Namen Ja Ich spreche den Namen Wie er da steht Krile Kriel Schau im Stream Hä Bei mir Hä Was soll ich im Stream schauen Bei mir sehe ich nichts Passiert das nur auf Twitch Da waren Emotes Im Im Bild Ja in OBS Sehe ich das nicht Das muss ich Kann ich wahrscheinlich Nur auf Twitch sehen Ähm Hat es einer Geklippt oder so Da Redeemed Bildschirm Celebration Die kann man wahrscheinlich Nur auf Twitch sehen Ich mach nochmal Ja aber wieso Ich hab nicht mal An Alert Oder sonst was bekommen Ich kann es nicht mal sehen Wenn das jemand Worm macht Du sagst auch Statt Th Angrät Tankgrät Ja und Ein Problem damit Oder was Kann man das ausmachen Bin mir nicht sicher Kururin Okay ich warte jetzt Bin gespannt Ich guck meinen eigenen Stream Voll spannend Gerade dieser Stream So fühlt ihr euch also Nachrichteneffekt Aber es kommt nichts Es kommt nichts Oh jetzt kommen Herzen Das sehe ich Das hat funktioniert Aber das davor hat nicht funktioniert Der hat davor gerade noch gemacht Nachrichteneffekt Für 40 Bits Ist nicht durchgekommen Money well spent Muss man sagen Das waren ja schöne Herzchen Bei mir hat es funktioniert Was ist denn passiert Ich sehe es nicht Also es kommt bei mir Weder am Smart TV Noch am Smart Phone Was ist das für eine Random Scheiße Ihr habt den Nachrichteneffekt Im Chat gesehen Ich habe den nicht gesehen Ja schickt mal Discord Würde das halt irgendwie ausmachen Bevor es nachher im VOD ist Ja wenn jetzt In einem 6 Stunden VOD Für eine Sekunde Herzen sind Ich glaube das ist jetzt Nicht so schlimm Ich denke das überleben Die VOD Zuschauer Und ihr Äh habe ich Discord Überhaupt offen Okay Habe es in Clips Reingepackt Okay Die ist jetzt so Bunt markiert Gewesen Aber wieso ist das Bei mir nicht Ich bin ja Streamer Und ich sehe das Nicht bunt markiert Hä Man kann es nicht ausmachen Das ist doch stark Wodurch kam das jetzt Twitch hat ein paar Tage neue Bitsachen eingeführt Du kannst für Bits Also für Echtgeld Deine Nachricht Bunt machen Oder wie es gerade aussieht Außer Herzchen In den Stream beschwören Das ist wohl neu Und Dashgirl hat gerade gemeint Man kann es nicht ändern Zuschauerbelohnungen Das heißt jetzt Power-Ups Oder so Genau es sind jetzt Power-Ups Ich kann es Ich kann Ja man kann es nicht ausmachen Ich kann es teurer machen Ich kann die Kosten ändern Ah ich kann die Abklingzeit ändern Ich kann einstellen Dass es nur einmal pro Stream ist Aber nur bei der Celebration Bei diesen Herzen Das kann ich einstellen Zum Beispiel Man nur einmal im Stream machen kann Oder so Aber komplett ausschalten kann man es nicht Crazy Yo das E-Mode ist riesig Das sehe ich Das riesige Mode sehe ich Boah ist das groß Das Ding ist ja huge Geht das auch dann mit Das geht wahrscheinlich dann auch mit GIFs Also mit animierten Emotes Junge Aber wahrscheinlich nur mit Twitch-Emotes Also nicht zum Beispiel 7TV Also wir können jetzt zum Beispiel Jetzt nicht so einen riesigen Nackten Rosinen im Chat haben Ne Von 7TV Oder genau so einen riesigen Jöhler Das sind ja Das sind ja 7TV-Emotes Die kann man leider nicht riesig machen Aber so ein Nackter riesiger Rosinen Oder so ein Jöhler Wäre schon funny Jakob was machst du hier? Müssen gekuschelt werden Für uns können wir es abstellen Wenn man bei den Chat-Einstellungen Und der Chat Aussehen und Celebrations ausmacht Achso ihr könnt das selbst Für euch ausmachen Okay Galov was ist passiert? Haben sie sich an etwas erinnert? Oh ich hab ne Enkelin Ich stamme nicht von dieser Welt Nicht von dieser Welt Ich kam mit einem Meteoriten Von einer anderen Welt hierher An diesen Plot kann ich mich ja gar nicht erinnern Das würde aber Sinn ergeben Wieso er genau dann aufgetaucht ist Nachdem der Meteorit gelandet ist Weil das Böse Das wir vor 30 Jahren verbannt hatten Wieder zu erwachen begann Ich bin hier um es aufzuhalten Das Böse wieder erwachen? Genau Das Böse Der Meister der Dunkelheit Der Hexer Ex-Death Der ist geil Yaki was los? Los die menschen den front in chat schreiben und dann sogar einen fehler machen idiot keine zweifel die energie der vier kristalle läuft hier zusammen perfekt wir benutzen ihre kräfte um extra für immer zu verbannen um ihn zu verbannen kann ich schon einmal kam ich schon einmal hierher vor 30 jahren soll das heißen wenn alle vier kristalle zerstört sind dann bricht das siegel auf das echte extef in seiner verbannung hält so ist das mein kopf aber extef ist geil chat der ist cool ich kann mich immer noch nicht klar erinnern wir dürfen nicht zulassen dass extef wieder wieder er steht galuf es geht schon ja extef ist jetzt nicht unbedingt hat kreativer name ich weiß nicht aber ja extef es ist der extra tod er kommt um er kommt extra um die den menschen den tod herbeizubringen ich habe geschlafen wie ein baby ich habe geschlafen wie ich höre mich an wie ein alter mann wo du bist es gibt es ist vollbracht wir sind so toll ich präsentiere unser neues windunabhängiges schiff bestens damit können wir uns ja auf die suche nach dem erdkristall machen bingo wir zählen auf euch wir kehren für das erste bibliothek der vorväter zurück dort sollten wir noch zusätzliche anhaltspunkte jetzt wo ich es gemacht habe macht dass jeder was ihr habt die ganze celebrations die ich nicht sehe jetzt ist auch shiva hier passt gut auf euch auf oder der ex vom tod auf geht's ne es ist extef wegen es ist exitus und gleichzeitig tod das ist doppeltod ja wie sollen sie ihn sonst nennen daniel oder was doppelpiece sollen die nennen daniel doppeltod halter daniel doppeltod ist starker name aber hey wir haben wieder ein schiff leute und ich kann auch theoretisch hier noch weiter lang laufen was ist hier doom daniel wüste der wandernden sande ach du scheiße so warte ich öfter mal die kurze karte wir können theoretisch weil wir jetzt das schiff haben ganz rechts unten in die ecke wir können generell jetzt überall hin oder da da nicht vielleicht finden wir ja irgendwelche coolen spells oder so zum kaufen krassend nicht schon wieder ein erdbeben oh ich glaube hier geht es zum erdkristall was zum verdammtes schiff ich wollte erkunden chat oh nein das schiff es sinkt ich hatte jetzt das schiff ich wollte jetzt die welt ein bisschen erkunden ein paar vielleicht städte besuchen gehen dort ein bisschen shoppen ja das war's mit meinem schiff diese insel ist gesegnet die felder bestellen sich quasi von selbst regnen tut es kaum aber die pflanzen scheinen so gut wie kein wasser zu brauchen ja blöd ich wusste nicht das ziel genau die story weitergeht auch dieses jahr haben wir wieder eine gute ernte das verdanken wir dem fruchtbaren boden dieser insel äh sonntag lief bisher ganz gut i guess und deiner so wir haben viele erdbeben hier auf dieser insel dabei erscheint auch jedes mal ein wasserstrudel sagt bloß euer schiff ist von seinem strudel erfasst worden eieieiei was ein pech ja passiert ne äh klavier genau das ist mir aus versehen auch passiert oh man ey oh ich bin schon voll hihihi der alte mann hat echt interessante geschichten auf lager erzählen sie doch mehr von den ruinen die ronka ruinen findet ihr auf dem westlichen kontinent wisst ihr was merkwürdig daran ist die artefakte auf die man dort stößt sind den hiesigen funden erstaunlich ähnlich du opi ich hab den job äh übernachten brauchen wir nicht wir haben ja nichts gemacht äh ja aber hier gibt's shops auf jeden fall hier können wir ein bisschen waffen upgraden ja coole waffen okay schon mal spoiler chat die nächste klasse ist ein bade eine der nächsten klassen und bögen vielleicht jäger noch jäger und jäger und bade klingt beides schon echt scheiße sag's wie es ist luschenklassen haben wir neue spells irgendwas cooles jäger kann richtig strong werden jäger kann ziemlich langweilig werden oh guck mich an ich hab nen bogen du kannst ein geiles schwert haben du kannst einfach magie heraufbeschwören und du kennst mit nem mit nem stock und nem seilchen freak ihr müsst müde vor der reise sein dieses lied ist für euch wenn ihr es singt fühlt sich nach und nach eurer lebensenergie wieder auf den kraftchoral erlernt ich hab keine baden aber cool man kann wohl so songs im spiel lernen ja jo der geht ja gleich richtig ab tonleiter hoch und runter alter stark äh by the way 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 hier gibt's neue spells äh black flame gegner namens black flame jo einfach die doppelächse die hat hinten gesicht und vorne ein gesicht arschgesicht lol der bio soldat einfach unge alter b 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 Ich hab jetzt den Gegner geklaut und jetzt stirbt er. Arschgesicht oder Gesichtarsch? Auf jeden Fall eine ziemlich arschige Nummer. Ich muss hier kontrollieren, wieder weg machen. Die macht gar kein Damage. Bio! Der hat aber reingehauen, Mann. Fähigkeiten kontrollieren weg und dann gebe ich dir Blaumagie. So und dann wollen wir einmal in die Items rein und die Portionen verbrauchen. Hey, Alexa. Hexler, man. Hexler, Bio-Soldat und Doppel-Dino. Doppel-Echse. Schon wieder die Doppel-Echse. Blaumagie! Stufe 5 Exitus. Boom! Let's go! Alle tot. Verfehlt. Leider keine Level 5 oder durch 5 teilbar. Ich find's schade, dass der Beast-Tamer anscheinend reinsackt. Ja, vielleicht ist der gar nicht so bad. Vielleicht, wenn man ihn hochlevelt, dann kann er viel schneller und einfacher fangen. Viel effektiver fangen. Und seine Beschwörungen machen mehr Damage. Äh, seine getamed Monster machen mehr Damage. Ich hab ihn halt nur auf Level 2 getestet. Level 1 getestet. Eifrit. Wie wär's mit... Halbiert die MP. Transfusion. Opfert das Leben des Ausführenden, um die LP und MP eines Gefährten vollständig wiederherzustellen. Geil. Vollständig. Das heißt, wenn er kurz vorm Sterben ist, könnte ich das machen. Als letzte Hilfe. Starker Angriff. Boah. Insane. Wie bin ich eigentlich grad an den Strand gekommen? Boah, die Echsen sind so nervig. Wieso tanken die so viel? Und wo ist fucking Black Flame? Hier soll ein Gegner namens Black Flame kommen. Schwarzer Chocobo-Wald. Uh. Wir kriegen Chocobo hier und können fliegen oder so. Hau rein, Digi. Da ist die schwarze Flamme. Okay. Machen wir die Häcksler weg. Dunkelfunken. Verfehlt. Das müssen die halt treffen. Die Dunkelfunken. Und die müssen genau Faris damit treffen. Nur er hat Lernen dabei. Nicht genügend MP. Äh, konnte man in dem Teil Eta kaufen, Chat? Wenn wir diese Emotes da machen, bekommst du eigentlich auch was davon? Äh, ja. Die Bits bekomme ich, äh. Wieso hasst du Sonntag? Sonntag ist ein freier Tag. Lass dir Sonntag nicht kaputt machen, nur weil morgen kein freier Tag ist. Genieße diesen freien Tag. Äh, wie soll ich jetzt Dunkelfunken von dem bekommen, wenn er die ganze Zeit daneben schießt? Scheiß. Oh, den falschen. Stufe wurde halbiert. Ja, okay. Ist trash. Brauchen wir nicht. Das halbiert nur die Stufe. Er tötet ihn noch. Ich hab kein Kontrollieren mehr dabei. Jetzt trefft ihn niemanden mehr. Was ist das für ein nerviger Gegner? Okay. Ja, brauchen wir nicht. Stufe halbieren. Scheiß drauf. Scheiß drauf, Digger. Stufe halbieren. Maybe in Kombination mit Level 5 Exitus. Ja, aber dafür muss ich ja wissen, welche Level die Gegner sind. Und Stufe halbieren bringt ja nichts. Weil ich kann nichts halbieren, was dann durch 5 teilbar ist. Wenn etwas durch 5 teilbar ist. Wenn etwas nicht durch 5 teilbar ist. Und ich halbiere es. Kann ja nie etwas rauskommen, was durch 5 teilbar ist. Oder? Mathematisch gesehen geht das ja gar nicht. Bring mir ja eh nichts. Und bevor ich dann versuche, von Gegnern die Stufe zu halbieren und zu hoffen, dass die schwächer sind, kann ich auch einfach einen normalen Angriff machen und ihn töten. Bei Bossen wird das eh nicht funktionieren. Wenn es halbiert ist und dann durch 5 teilbar ist, war es vorher schon halbiert. Ja, ja, genau. Deshalb ist es eigentlich egal. So. Gehen wir in den Schokobowald, ne? Was zum Geier ist das? Ein Schokobow? So ein Schokobow ist mir aber noch nie untergekommen. Was immer es ist, ich werde es einfangen. Quiii. Es ist ein schwarzer Schokobow. Oh, dann sind sie also noch nicht ausgestorben. Sieht ganz so aus. Schwarze Schokobos können fliegen. Also alle mal aufgesattelt. Jo, alle zu viert auf einen Schokobow drauf. Außer die 15. Ja, stimmt. Wenn wir die 15 halbieren, geht es auch nicht. Oder die 5. Ne, warte. Ja. Ja, 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 ja. Quiii. Er mag wohl nicht. Du hast ihn doch nicht kaputt gemacht oder so. Nicht lustig, alter Mann. Hört sich so an, als hätte er sich an irgendwas verschluckt. Ach so. Ach so. Die Explosion in Karnak muss sie bisher geschleudert haben. In sein Maul. Und der konnte nicht fliegen, weil er sie verschluckt hatte. Ich kriege jetzt einfach random zwei neue Klassen. Bade und Jäger. Wow. Bäh, die kleben ja noch. Dafür klappt das diesmal bestimmt auch mit dem Fliegen. Okay, random. So, und. Das klingt nach einem nicen Spell. Island Near Crescent. Vielleicht hier. Ich kann hier gar nicht landen. Ich kann nur in Schokobowäldern landen. Wahrscheinlich, ne? Chilliges Theme. Ja, das Schokobow-Theme. Okay, man kann nur in Wäldern landen. So, klang jetzt auf SNES. Ich muss, also ich muss sagen, SNES klingt immer geiler, oder? L-Ring Mod, welche durchgehend Schokobow-Theme ballert, wenn man drauf auf Torrent ist. Gibt's die Mod? Oh, Junge. Auf der Insel in der Nähe von Crescent gibt es wohl einen Gegner namens Prototyp. Genau, Crescent. Ich mach einfach den direkt schon mal lernen. Allen. Damit nicht gleich das gleiche passiert wie vorhin. schwarze Flamme. Angriff von hinten. Ja, so haben wir jetzt auch schwarze Flamme gelernt. Aber jetzt muss ich die töten. Au. Damit ich das auch lerne. Pfff! Pfff! Ja, das ist mir jetzt zu doof Ja, die Gegner sind wohl irgendwie ziemlich schwer zu treffen physisch Wie machst du das mit 7 bis 10 mit Grinden? Weil die haben glaube ich keinen Booster Ich weiß nicht, was du mir sagen willst Ich bin schon über 10 Ich bin schon Level 20 Was sagst du jetzt, ne? Ist das die falsche Insel, Chat? Kennt ihr den Gegner Prototype? Ist das die falsche Insel? Hier steht einfach nur Islands Near Crescent Weil hier kommen gerade nur dunkle Flammen die ganze Zeit Ach du Mais Final Fantasy 7 bis 10 Äh, da brauche ich keine Booster Da spiele ich sie einfach ganz normal durch Ich habe einen Verdacht vom Sprite Aber schau mal auf den anderen Inseln Ähm Man kriegt wohl Flamethrower von dem Boss Wenn ihr das jetzt was sagt Von dem Gegner Von dem Boss, sag ich Ja, aber auch wenn Wir müssen in 7 bis 10 nicht Grinden Man spielt das einfach ganz normal runter Und wer Rare's Prototyp? Ja, das ist gerade mein Problem Ich weiß nicht, ob er überhaupt hier spawnen kann Ob er wirklich einfach nur selten ist Oder auf dieser Insel nicht spawnen kann Können wir auf eine andere Insel gehen, I guess Die Insel über dir Aber ich kann da nicht landen Ich kann nur landen, wo Wälder sind Wozu brauchst du den? Äh, ich kann bei dem einen Spell klauen Der ziemlich stark klingt Flamethrower, Flammenwerfer oder so Klingt schon ganz schön geil Aber gut Dann ist es wahrscheinlich viel später gedacht Wenn ich fliegen kann Mit anderen Charakteren Aber das Ding ist halt Es ist ja hier in der Liste so eingetragen Wie man durch die Story kommt Nacheinander Als könnte man das jetzt schon bekommen Man findet auf nur zwei baumlosen Inseln Okay Weil bisher ist alles in dieser Liste so eingetragen Wie halt auch die Story läuft Gut, dann lass uns weitergehen Ähm Ja okay, gut Hätte ich, bevor das Schiff versunken ist Hätte ich ja theoretisch hier anlegen können Ja okay, true Äh, wo wollen wir jetzt eigentlich hin, Chat? Also der eine hat was von der Ronka-Ruine gesprochen Ob das unser Ziel ist, I don't know Mal schauen Er kann nicht nur Flammenwerfer Hat auch Rakete drauf Ja, Rakete habe ich wohl schon verpasst Hätte man wohl von Äh, ne Irgendeiner Irgendeinem Hier von dem einen Gegner bekommen können Den wir schon hatten Im Schiff Der nur einmal kam Diese Roboter da Von denen hätte man das wohl bekommen können Aber ja Ist gut, wenn wir das woanders noch herbekommen können Ja Jawohl Höhle Chat, ist das optional? Zeigt Monster Was soll ich dir für ein Monster zeigen? Schädelfresser Weg Lena hat Zeitmagie Stufe 5 gemeistert Stark Nusshörnchen Der Schädelbrecher ist böse Okay Einfach Spoiler Du meinst den Schädelfresser? Ich komme hier auch glaube ich nicht weiter Hier ist nichts Ja Ja Das ist glaube ich so ein Gegner Wenn du den schaffst Dann gibt dir halt super viel Erfahrungspunkte Ja Okay Und dann gibt es hier noch Irgendwas Laut Karte Wahrscheinlich Jochol Gibt es jetzt hier Jachol Willkommen in Jachol Wir in diesem Dorf sind nachkommende Zivilisation von Ronka Da haben wir schon wieder den Begriff Ronka Mein Papst ist ein Abenteurer Auch jetzt gerade muss er wieder mal ein Abenteuer bestehen Die Läden hier haben Waffen und Rüstungen im Angebot Die bei Ausgrabungen in den Höhlen im Norden gefunden wurden Mein Opa war ein Abenteurer Er hat mir viel davon erzählt Dass sich unter der Insel Crescent irgendwas befindet Klavier Sogar eine Tänzerin ist hier Hot Okay Das nicht mehr so hot Okay Verkackt Das war ein Fortschritt Ich weiß ja nicht Wenn man sich in die Tiefen der Höhlen begibt Und dort die Wand erklimmt Gelangt man nach draußen Stark Nur die Geduldigen werden im Durchgang Mit dem Totenschädelschaltern bestehen Ja irgendwie funktioniert da ein Schalter nicht Immer nur auf Abenteuer aus Die Jugend von heute Pah Die Höhle im Norden sind gespickt mit Fallen Die die Vorväter dort platziert haben Passt also auf Wo ihr hintretet Wart ihr schon mal bei den E-Story-Fällen Die sind riesig Atemberaubend Ich will da unbedingt nochmal hin Ja was gibt's hier für geile Rüstung Digga Grünes Barree Ninja Gewand Okay nice Waffen Oga Töter Korallenschwert Nice Stummdolch Kaffee 3 Stück Ashura Ein Katana Aber kann der Ninja nicht benutzen Wir kriegen noch ein Samurai Okay ich dachte Doppeldolch ist stark Aber doch nicht Aber guck mal der hat schon recht Äh Fares hat jetzt schon recht viel Oder? Der hat schon recht viel Agilität bekommen Aber dafür sehr wenig Konstitution Okay das liegt wahrscheinlich an der Klasse ne Wenn ich die jetzt wieder wechsle Ich teste mal kurz Der hat jetzt 43 Agilität Wenn ich jetzt seinen Beruf wieder wechsle auf Den er vorher hatte Äh die sie vorher hatte Äh und zwar der Berserker Dann 18 Agilität Okay Ich dachte die Übertragen sich irgendwie die Stats Aber irgendwie nicht I don't know Ja Back to Ninja Äh Kurzfähigkeit Lernen Die auch lernen Du kriegst wieder Blau Magie Und du kriegst wieder Weiß Magie Äh nicht Weiß Magie Beschwörung So Ja kann sein Dass es nur beim Allrounder Sich Äh sich überträgt Ich dachte generell auf alle Okay haben wir schon alles Vor 500 Jahren gab es hier eine großartige Zivilisation Unsere Vorfahren Die alte Ruinen Eigentlich ist es verboten dort hinein zu gehen Aber die jungen Leute von heute kümmert das nicht Mann Diese Banausen Mein Opa war ein Abenteuer Er hat mir davon erzählt Dass ich Er sich unter der Ja okay Äh Ja keine Ahnung Irgendwie gibt es hier gar nichts Moment da oben ist noch Da oben ist noch was Kann ich hier was machen Ne Ich dachte ich kann da rein Vielleicht Okay Ähm Hier ist dann jetzt gar nichts Wie sieht es aus Wo kann ich noch hin Wo ich noch nie war Ähm Durch die Wüste Können wir noch durch Oder da ganz oben im Norden Nordosten Ist noch ein grauer Punkt Äh Nordwesten Wir haben auf jeden Fall noch ein paar Orte Wo ich mit dem Chocobo hin kann Wüste hatten den Punkt sogar Ja ja Ich war ja da kurz Schon mal kurz reingegangen Aber bin da nicht weiter gelaufen Oh Oh Doch nicht Ich dachte er kann über Berge fliegen Aber nicht über alle Okay Über die ganz hohen nicht So Hier ist was Wo ich noch nie war Was ist das für eine geile Stadt hier Das ist ja History Ein gemütliches Leben Kein Stress Das ist mein Leben Flammenring Korallenring Engelsring Ein Ring Der vor Altern und Zombies schützt Ähm Ja 50.000 Merke ich das jetzt Holy Shit Korallenring Absorbiert Wasser Und schützt Feuer Der Flammenring Absorbiert Feuer Und schützt vor Eis Boah voll stark Lass mich euch etwas über Ringe erzählen Flammenring Absorbiert Feuer Ja das hat er schon Ja cool Ach ja und das ultimative aus der 2 ist die Schleife Cool ich kann auch Beschreibungen von Items lesen Danke Opa Ja haben wir leider auch schon alles Bleibt besser weg vom Schaf da links in der Ecke Der Weide Sonst kriegt er einen von seinen dritten ab Mäh Macht er nicht Traut er sich nicht Traut sich nicht das Drecks Ding Drecks Ding einfach Äh Hier oben Der ist doch was versteckt oder Nein Okay Was macht der Typ da oben eigentlich Wie komme ich denn zu dem Muss links vom Schaf stehen Ja der kickt mich bestimmt über den Zaun Und dann kann ich zu dem Typen Stark Stark Okay Neuen Song Ja wie es aussieht Ähm Sind die Songs in dem Spiel Nicht unbedingt durch Level Lernbar Sondern wirklich durch Charaktere die irgendwo rumstehen Ich komme nicht mehr raus Bin gefangen für immer Softlock Was machen wir jetzt Ah hier Hinter dem Wasserfall ist ein Schatz versteckt Das hat mir meine Uroma UR UR Oma Immer erzählt Ja die eine hat ja was davon geredet Von Isetori Wasserfälle Sind so toll Die müssen wir uns unbedingt anschauen Aber hier ist kein Wasserfall Chat Da ist kein Wasserfall Ich will den Schatz haben Lüge Ach hier ist ein Wasserfall Geiler Song man Ich habe das Gefühl ich habe heute echt wenig im Spiel geschafft Lix Der Song Chat Der ist voll nice Riki bist du das Riki ist zurück Ach das ist unsere Heimatstadt Hey wenn das nicht Riki ist Hab dich ja ewig und drei Tage nicht gesehen Endlich wieder in der Heimat Ne ich wollte nicht durchspielen Aber ich habe Oh ich verkaufe Medica Habe ich zum Glück schon gelootet Ähm nicht durchspielen Aber halt nächste Woche durchspielen Aber ich habe das Gefühl ich habe heute so wenig geschafft Dass es nächste Woche sogar knapp wird Ja ist das denn die Möglichkeit Riki Ich traue meinen Augen nicht Alter Altes Haus Du hast früher in diesem Haus gelebt Dann hast du hier bestimmt viele Erinnerungen Sieh dich ruhig um Eine Spielbox Ich habe auch hier eine Spielbox Musikbox Schläft er? Ich glaube ja Musst du uns wirklich schon wieder verlassen? Keine Angst Durgan Ich gehe irgendwo hin Die Krämpfe sind nicht mehr so schlimm wie früher Ich komme auch alleine zurecht Aber natürlich wäre es schön wenn du bleiben könntest Nicht wegen mir Sondern für uns als Familie Ich weiß Aber jetzt versuch ein bisschen zu schlafen Du bist immer noch krank Und brauchst die Ruhe Das werde ich Lass mich nur noch eben das hier fertig machen Du gehst wieder fort nicht wahr? Du warst also wach Willst du noch mehr von den Bösen fangen? Das ist meine Aufgabe Ich will mitkommen Du musst hier bleiben Und auf deine Mutter Acht geben Erzähl dir nicht Dass ich ergehen werde ja Ist unser kleines Geheimnis Äh ja Das ist Pfeinfenster 7 Aber wir Wir haben auch noch den hier Erkennt ihr den? Gut Papa Jetzt ist Schlafenzeit Für kleine Jungs Stella Lass doch die Arbeit sein Und ruh dich ein wenig aus Stella 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 ist gestorben Ich dachte die Musik Kommt aus dem Spiel Stella Okay Stella einfach gestorben Äh keine Ahnung woher Hat mir Jaso geschenkt Ja Muddy scheint wohl Irgendwie krank zu sein gewesen zu sein oder so Und Papa ist wohl abgehauen Weil Abenteuer Ich muss nach Ronka Ruins Oh der ist so ein Grab Ist das Stellas Grab? Hier ruht Stella Oh nein Mama tot Hier äther Okay sehr teuer Jetzt voll zu machen Machen wir 30 äther Ripp Kunai Schuriken Rolle des Feuers Äh Man kriegt hier Schurikens Für so wenig Wahrscheinlich sind die Schurikens hier nicht so stark wie in FF3 ne Attacke 50 Kaufen mal ein paar Stück Also 50 ist an sich schon echt viel Weil die sind So viel Geld habe ich dann doch nicht Okay Lass dir ein paar davon kaufen Doch recht teuer Grünes Barree und Ningerwand haben wir auch schon Okay Ich habe einfach nur kurz gerade gelispelt als wäre ich besoffen Ningerwand Äh Okay Es gibt verschiedene Schuriken Gut Stillschweiger Lösch dich Lösch dich einfach Einfach mein Vater Okay Was war ich hier nochmal Wieso ist das nicht markiert Ach Tycoon Waren wir jemals in Tycoon Chat Ne ne Aber ist wahrscheinlich auch für später ja gedacht So Lass zur Wüste Ew Ew Wo Rollercoaster Rollercoaster Tycoon Beste Alle hassen es irgendwie Weil es nicht so gut ist wie wie zwei Aber ich habe drei geliebt Digga Schwimmbad DLC Beste Ich habe das Gefühl ich komme hier nicht weiter Wir müssen etwas finden erst Ich habe nur die Schwimmbäder gebaut Ich habe nur Schwimmbäder gebaut War geil Ew Ja hier ist halt noch ein Dorf Aber dafür müssen wir durch die Wüste Und ich kann nicht durch die Wüste Weil uns irgendwas fehlt Aber wo fehlt uns was Wo muss ich hin Chat Was ist meine nächste Mein nächstes Ziel Karnak Schon wieder Wo war denn Karnak Irgendwo hier oder so Irgendwo am Hafen Wasser Hier Hier Warte da oben Du musst petzen Was mit dem Schiff passiert ist Oh wow 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 Yo Sid Sorry man Du hast uns vor 5 Minuten Dein Schiff gegeben Gibt es kein kleines Problem Er ist weg Autschi Er ist gar nicht hier Wo ist denn der Wo ist er hin Ne wir brauchen erst mal Keine optionale Beschwörung Ich tuckere schon seit Über einer Stunde rum Und mache nichts Außer Irgendwas Optionales Ich würde gerne in der Story Weiter vorankommen Können wir später holen Feuerroute gefunden Okay Ja Bibliothek Können wir auch schauen Außer Ich kann es danach Nicht mehr holen Wenn wir jetzt weiter spielen Beste Stelle im Song Hey ihr seid zurück Zit Wir haben die Sichelmondförmige Insel gefunden Aber das Feuergetriebene Schiff Ist gesunken Oh verstehe Kann man nicht ändern Wir bauen einfach Neues Okay Ja und was viel wichtiger ist Wir wissen wo sich König Tycoon aufhält Was Er wurde in Karnak gesehen Und soll weiter in die Wüste Der wandernenden Sander Gezogen sein Wandernende Sander Das ist die Wüste Westlich von hier Wo der Sand ständig im Fluss ist Fast wie Wasser Daher der Name Für Menschen ist es unmöglich Sie zu durchqueren Es heißt jenseits der Wüste Lege die Ruinen statt Aber wenn man nicht Hinkommt Weiß man es nicht genau Wenn man die Wüste Nicht durchqueren kann Wie soll der König Es dann geschafft haben Gute Frage Die Augenzeugen Meinten er hätte geschwebt Geschwebt? Levitas Vater Lass uns aufbrechen Hier rum zu sitzen Bringt uns der Wüste Nämlich keinen Schritt näher Der Wüste näher zu kommen Scheint ja nicht das Problem zu sein Sie zu durchqueren Aber schon Wir müssen uns das Ganze Erstmal mit eigenen Augen ansehen Etwa Angst vor Ein bisschen Sand Alter Mann Ich mag kein Sand Ja Schauen wir uns die Sache mal an Er hat den Zauber Levitas benutzt Chat Damit schwebt man über den Boden Eww Eww Kurz auf Chocobu steigen Nur um dieses Eww zu hören Und weiter geht's Wenn der Typ Eww sagt im Song Fang ich immer an zu heulen Das ist so emotional Fühl ich Wie erwartet Es ist hoffnungslos Ein Schritt Wartet Wer wird denn so schnell aufgeben Wo ein Wille ist Ist auch ein Weg Genau wir bauen eine Brücke Es ist nicht ohne Risiko Aber das hat auch noch nie jemanden gestört Oder Der Plan sieht so aus Wir lockern mit dieser Glocke Den Sandwurm aus den Tiefen hervor Den ihr so dann umhaut Und voila Schon habt ihr eure Brücke Nicht gerade die subtierste Methode Was Eher ziemlich ungestüm Fast so ungestüm wie sie Galuf Passt also doch ganz gut zu ihnen Gut Dann locken wir jetzt den Sandwurm herbei Ja let's go Ach ja noch was Ihr wirkt besser keine Magie auf den Sandwurm Ihr würdet das bereuen Viel Glück Los geht's So eine Mut Ist wie so eine fucking Die Tür ist abgeschlossen Warte ich versuche sie aufzubrechen Einmal kurz gegen Gehüpft Geht nicht Können wohl nicht weiter Okay Keine Zauber Aber Blaumagie geht doch Oder Ich trau mich nicht So eine Todesklaue Schade Der hat so einen kleinen Mund Ey Solange die anderen nicht draußen sind Einfach mal eine Bombe reinwerfen Rattengift oder so Treibsand Verfehlt Verfehlt Das ist Star Wars Ne das ist Dune Okay Wo wir weg sind Wir weg sind Ja Machen wir viel Glück Ne ich hab den neuen Dune Film noch nicht gesehen Ich warte bis er irgendwie auf Amazon oder Netflix ist Ja passt auf euch auf Ja passt auf euch auf Okay Jala Abfahrt Gibt es in der Wüste jemanden zu holen Irgendwie nicht Nehmen Aha So 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 ist das also Aha Na gut Aha Da Da ist Die Pyramide Das Weltwunder Verschlossen Schade Das ist Das ist ja Zelda Twilight Ne Zelda Das andere Er passt To the time Okay ist alles zu und Boah Deswegen wollen wir jetzt den Schlüssel finden A Link between princess genau das meinte ich geiles gameplay oder da ist der ausgang da müssen wir hin habt es geschafft der effekt gibt mir kopfschmerzen ja da sind wir zum glück raus ruinstadt gohan was das muss die ruinstadt sein von der sit gesprochen hat kannst wieder hingucken wir sind raus gibt sie gegner ich glaube hier gibt es gegner und hier brauchen wir control lower wer ist denn der das tycoon war das eben könig tycoon ob der wohl den dritten teil mag schön mit wasserrutschen und so oder das zu update mit tieren und dinosauriern in deiner achterbahn vater vater oh shit erwischt nein wir sind getrennt von galuf ich brauche galuf das ist mein white mage ich wusste es you are my sister i'm sorry i was zunächst not sizer and then i don't know how i should tell you digger sister laner galufi ist getrennt von uns galufi and where are we this is a really strange place digger say ma where is the old guy okay ich hoffe wir müssen beim sturz getrennt worden sein man merkt du bist so invested in story ja digger der scheiß schwesterplot der war nach den ersten fünf minuten schon klar dass sie so lange darauf gewartet haben ihm geht es bestimmt gut der alte haudegen kann schon auf sich aufpassen wir laufen ihm später bestimmt über den weg kommt wir müssen weiter oh er ist schuckt oh da ist er ja wow nicht so schnell freundchen so leicht wird man hier so also absolviert sorry man boah der song boah eigentlich chat hätten wir jedes mal wenn ich charakteren von euch namen gebe äh dann hätte ich diejenigen in meinem discord in einem call sitzen haben müssen und jedes mal wenn die ingame reden dann müssen die im discord call das vorlesen das wäre stark oder katastrophe nein das ist so geil das ist so geil Boah Junge, von den 80 Leuten sonst wollen dann nur für noch 5 Leute, dass der Charakter nach gegen benannt wird. Oh ne, Savannah, Sonntag, was geht ab? Boah, der Chat ist vor einer Minute geschrieben im YouTube Chat. Ich habe richtig schnell reagiert. Was ist das? YouTube Main quasi, ja. Chat sagt Hallo zu Savannah Sonntag im YouTube Chat. Wurden geportet. Vorsicht! Oh, ich muss fliehen. Wurden Savannah VIP. Zur selben Zeit andernorts. Gib uns das Ö! Gib es! Nicht landen! Nicht landen! Noch das Ö! Oh. Ost und West und daheim ist es am besten. Oh, shit! Riki wird begeistert sein. Wir haben seiner Bitte wirklich perfekt entsprochen, wie ich finde. Hast du auch einen Sub im YouTube Chat? Ach, das soll ein Sub sein? Ich dachte, er hat einfach in den Chat geschrieben, VOD Enjoyer. Aber stimmt. Das YouTube-Mitglieds-Ding heißt ja VOD Enjoyer. Äh, Koro, danke, wenn du noch da bist. Puh, das war knapp. Das muss eine Transportverrichtung gewesen sein. Nach so langer Zeit aktiviert zu werden, muss eine Fehlfunktion in den Dingen ausgelöst haben. Ja, es sieht halt bei mir aus wie so eine normale Nachricht irgendwie. Steht einfach VOD Enjoyer. Ich dachte, er hat es selbst geschrieben. Okay. Jetzt öffnet sich hier was bei denen. Oh. Hier kommt direkt jetzt ein Boss. Du, 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 du. Hier müsste noch Gegner geben, oder? Ah, der Song ist geil, Mann. Ich feier den. Feier den. Feier den, Digga. Urk. Ah, der rührt sich nichts. Der ist etwas an der Wand geritzt. Und der sucht die Pflanzengefäße in dem Raum in der Mitte. Okay. Ist das Globalbibliothek Musik? Aus FF14? Lest den Notizblock im Raum rechts. Reingefallen. Ne, 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 ne. Ah, dieser freche Kleine. Brüge dir, Ricky. Ja, bevor du dich grün und blau ärgerst, sieh dir das an. Noch eine Nachricht. Untersuch die Urne. Also das Klavier klang gerade. Es gibt halt den Dungeon in der FF14. Und da läuft auch immer so ein desharmonisches Klavier. Das klang so. Okay. Die Urnen sind es nicht. Frosch! Ah, Frosch! Ah, Buch! Geht 8 nach unten und 4 nach rechts. Und zieht an dem, was dort ist. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4. Das geht ja gar nicht. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4. Okay. Schuhreken! Schuhreken! Schuhwicht! Frösche gab es auch in dem FF14 Dungeon. True, 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 true dead. Das stimmt. Aha. Das ist es. Wir haben es gefunden. Woher die Origin herkommt. Äh, was ist hier? Ich habe doch die ganze Zeit Gegner an, ne? Ja, hier gibt es einfach keine Gegner. Gibt es überhaupt ein FF ohne Frösche? FF1. Ist ein bisschen zu gefährlich, da nochmal reinzugehen. Achso, hier kommen wir her. Äh, kann sein, dass es irgendwo keine Frösche gibt. Ich glaube, FF8 gibt es keine Frösche. FF8 gibt es keine Frösche. 9 bin ich mir nicht sicher. 10 gibt es auch keine Frösche. 12 auch nicht. 13 auch nicht. 7 gibt es, glaube ich, 7 zum letzten Mal Frösche. Und dann halt wieder ein 14. Das! Hey! Es ist das Feuer angetriebene Schiff. Ich dachte, es wäre gesunken. Und was ist das dort drüben für ein Schiff? Hangar. Ein Flugschiff. Propeller an einem Schiff? Was soll das denn? Hä, sind die dumm? Sit mit! Autsch! Was zum Rikilena Fares Galuf? Was macht ihr denn hier? Das können wir genauso fragen. Wo kommt ihr auf einmal her? Wir hatten gerade den schwarzen Schokoboot zurück zur Insel Crescent gebracht, als sich plötzlich ein Loch unter uns aufgetan hat und wir in die Tiefe gefallen sind. Moment. Heißt das, wir befinden uns hier unter der Insel Crescent? Das erklärt, warum das feuergetriebene Schiff hier ist. Dieser Ort muss von den Vorvätern gebaut worden sein. Aha. Und diese Propellerschiff? Äh, das solltest du vielleicht meinen Opa fragen, hä? Warte, wo ist er denn hin? Ja, in FF9 musst du Frösche jagen, aber du wirst doch nicht in einen Frosch verwandelt. Oder es gibt den Froschzauber in 9 nicht, oder? Konnte man Gegner in Frösche verwandeln oder wurde man in Frösche verwandelt in 9? Könnte gut möglich sein, dass es das gab, weil das war ja so ein Back-to-the-Roots-Final-Fantasy. Und Frösche war ja hier in den Early-Final-Fantasy immer so ein Element. Ein wiederkehrendes Element. Heiliger Schraubstock, das ist überwältigend, Digga! Hey, Sid! Sterbe ich nicht, Junge! Hier ein wenig anziehen, hier etwas locker. Erst rechts, dann links. Voila, das sollte reichen. Reichen? Reichen wofür? Dafür dieses Schiff wieder fahrtüchtig zu machen. Und so haben wir unser Flugschiff. Nicey! Jetzt können wir Prototyp bekämpfen. Oh. Wow, beeindruckend! Was ist das für ein Dingshit? Sieht man das nicht? Das ist ein Luftschiff. Beeindruckend! Ich habe davon bisher nur in alten Schriften gelesen. Ich kann es kaum glauben, dass ich tatsächlich in einem fliegen werde. Huh, was war das denn? Etwas zieht uns nach unten. Der Boss. Der... Titan kommt jetzt oder so. Verflixt. Irgend so ein Monster hat uns am... Schlafittchen! Schlafittchen, also. Wen haben wir denn hier? Tondengreifer. Schweifschraube. Okay, cooler Damage. Stark. Gefällt mir. So macht das doch Spaß. Der hat bestimmt Angst vor Blitz. Krabbi hat auch Angst vor Blitz. Und das ist eine große Krabbi. Wir haben noch Werfen. Rolle des Blitzes. Ich glaube, das macht prozentualen Depp. Oh mein Gott! Ich glaube, das bringt die Charaktere auf ein HP runter oder so. Boah, du hittet die Sau, Alter. Bosskampf. Wohl eher... Scheißkampf. So. Ha! Diesem zu groß geratenen Hummer haben wir es eher gegeben. Und nicht zu knapp. Definitiv nicht. Wieso heißt das Krustentier überhaupt Tondengreifer, wenn er mit Wind fuchtelt und gestorben ist wie eine Schmeißfliege? Weil er bestimmt unter dem Lehm vergraben war. und Ton und Lehm, ne? Wenn man Lehm... Ton macht man ja aus Lehm. Und der war bestimmt unter dem Lehm. Und wenn er rauskommt und die Sonne draufstallt, dann wird aus dem Lehm Ton. Der Schaden am Luftschiff war minimal. Der Schaden am Luftschiff war minimal. Wir haben es mit, äh, Teilen vom, äh, feuergetriebenem Schiff repariert. Sit! Schon in Ordnung. Du musst mir nicht danken. Wir bleiben hier und versuchen etwas über den Erdkristall herauszufinden. Schwingt euch in die Lüfte. Na los, ab mit euch! Der Meister der Dunkelheit. Ex-Dev. Wir müssen verhindern, dass er wiederkommt. Haha, da gibt's keinen... Keine... Keine Möglichkeit. Ihr seid verloren. Er kommt. Er kommt. Er ist fast da. Also worauf warten wir noch? Ab in die Lüfte. Er steht quasi hinter euch. Guckt nach hinten! Rekki! Rote Song. Was halten wir eigentlich von der Pisspause? Was für ein Leben? Orangenmehl erleben. Was halten wir von einer sicken Pisspause? Man spürt seinen Atem im Nacken. Und ich muss mir auch was zu trinken holen. Ich habe irgendwie so einen Spuckschluck noch drin. Muss auch schon. Ja, dann lass... Lass machen. Warte. Ich lasse euch hier mit... ...dem Original-Banger zurück. Geil. Prototyp deshalb. Das ist ja Omega! Hä? Wie soll ich den besiegen? Kann man den schon besiegen? Mit? Sennfbombe. Tja... Sennfbombe. Äh, auf jeden... Ich habe schon mal Rakete. Ähm... So. Warte. Wiederbeleben. Nee, warte, er hat Rakete. Wofür hat er Rakete gemacht? Der hat auf Lena gemacht. Die einzige, die keine Dinge hat. Kein Lernen hat. Scheiße. Okay, funktioniert nicht. Ich kann ihn nur mit Magie besiegen? Ich kann ihn nicht töten, Chat. Ich kann ihn nicht besiegen. Außer er hat ultra wenig Leben, sodass meine Roll... Meine... Da ist der andere Spell, den wir brauchen. Ich versuche, ihn zu kontrollieren. Was willst du von mir? Siehst du nicht, dass sie die ganze Zeit stirbt? Ich muss ihn auch noch trotzdem irgendwie töten. Und wenn sie tot auf dem Boden liegt, dann mache ich halt währenddessen Damage. Er greift nur sie an. Er greift nur sie an. Ey, bitte! Er weiß, warum du da bist, ja. Du hast es schon kontrolliert. Ja, und dann hat er mich getötet. Und ich kann ihn nicht mehr kontrollieren. Und seitdem spamm ich kontrollieren. Aber ich krieg's nicht hin. Guck dir irgendjemand in den Stream. Junge. Äh, überlebt er das? Okay. Wir haben jetzt Flamme gelernt. Ich... Okay, ich hab's geschafft. Ich hab's geschafft. So, jetzt reakt... Oh, ich kann ihn selbst zerstören. So kill ich den vielleicht. Aber kann sein, dass Selbstzerstörung auch auf mich geht? So, ich hoffe, er es tötet ihn nicht. Verfehlt? Oh, er hat überlebt. So, und jetzt, I guess, jage ich ihn einfach in die Luft. Lull, was? Was macht er hier? Also, für diejenigen, die jetzt damit nicht vertraut sind. Aber das ist Omega. Omega, äh... Ist ein wiederkehrender Superboss. Der kommt auch hier am Ende, im Late Game vor, als Superboss. Und das scheint wohl ein Prototyp von ihm zu sein. Deshalb heißt er Prototyp. Aber ja, jetzt hab ich Blaumagie gelernt. Der macht Urlaub auf der Insel. Also, ich weiß nicht, in welchen Spielen es hier noch gab. Auf jeden Fall in 14 und in 15. Und in 16. Aber das ist ein wiederkehrender Superboss, der immer irgendwie, ja, super stark ist und so. Omega war die letzte Trophäe, die mir gefehlt hat. Das war ein Kampf. Kampf. Das war ein Kampf, ja. Das ist ein Kampf gegen den. Also, ich denke nicht, dass wir das hier in diesem Duel Run wahrscheinlich Omega bekämpfen werden. Aber hey, es gibt ihn auf jeden Fall und der ist sehr stark. Und das ist nur ein Prototyp. Aber cool, dass er hier einfach vorkommt und du ihn eigentlich nur besiegen kannst mit einem Beastmaster. Weil ohne Beastmaster wirst du ja wahrscheinlich never so viel Damage machen, dass du es schaffst. Der hat ja viel zu viel Leben. Außer du bist halt irgendwie schon ultra hochgelevelt. Man kann Omega auch mit Selbstzerstörung töten. Ja, jetzt. Aber ich denke mal im Late Game dann nicht. Wenn er dann als richtiger Boss kommt. So. Naja, Magie 5k HP. Ja, ich mache mit meinen Spells noch keine 5k Damage, sondern 100. Okay. Gut. Dann haben wir das erledigt. Aber Chat. Waren das gerade unten die... Waren das da unten gerade die Ronka-Ruinen? Nee, ne? Das war nicht Ronka. Ronka-Schmonka. Hangar Wohnbereich. Das ist irgendwas anderes, ne? Wie weit bist du jetzt eigentlich in der... Ich habe keine Ahnung. Ich kann mich an die Story so gar nicht erinnern. Ich könnte jetzt nicht sagen, ob ich jetzt 50% durch bin, 20% durch bin. Ich habe keine Ahnung. Muss jemand im Chat dir helfen? Bitte helft uns, Chat. Wir sind in Gefahr. Ähm. Das ist jetzt die Höhle von der anderen Seite. Digga, was für Lindenstraße. Erstschlag, geil. Ah ne, das hat mich automatisch schon ausgerüstet, ne? Dann machen wir Konter. Hey, Annie, was geht ab? So. Ähm. Das ist aber jetzt nicht die... Ich muss ja irgendwie zur Ronka-Ruine kommen. Wie komme ich zur Ronka-Ruine? Ich habe keine Ahnung, wo die ist. Die haben aber gesagt, irgendwas im Norden, meine ich, oder? Ich bin wahrscheinlich hier falsch. Blitzpeitsche. Der schon wieder. Schneidenson! Er kann sich ja doch wehren. Welche Seite benutzt du eigentlich, Keggy, für die Blue Mage Spells? Frag für einen Freund. Äh, ich habe einfach gegoogelt und dann irgendein Steam Guide. Da können wir leider nicht landen. Er ist heftiger als Prototype, halt wirklich. Ähm. Warte, wir machen nur noch kurz Karte. So. Wo war ich denn noch nicht? Hä? Chat, wo muss ich hin? Hilfe. Ich glaube, ich habe es gefunden. Was ist da los? Seht die Stadt. Jo, was ist das denn für ein Gerät? Na, dann die Musik wieder, ey. Lalalalalalalala. Äh, wo ist er jetzt hin? Digga, zeig doch mal, wo er wenigstens hinfliegt. Was weiß ich, wo er jetzt hin ist? Willst du suchen oder soll man dir sagen, wohin? Ja, sag. Deshalb habe ich gefragt. Wo soll ich hin? I am Confusion. Wieder zurück zu Sid und mit. Was ist denn das für eine dumme Scheiße? Wieso muss ich nach jeder Kleinigkeit immer zu Sid? Boah. Sid mit. Wir haben ein kleines Problem. Spar dir den Atem. Wir haben die Ruinen mit unserem Teleskop observiert. Nicht gut, gar nicht gut. Der Erdkristall ist ganz, ganz dort oben. Auch die Einwohner von Ronka ließen ihre Stadt mit Hilfe des Erdkristalls eins schweben. Aber als ihnen klar wurde, dass ihnen das zum Bärsten bringen würde, hörten sie damit auf. Größte Eile ist angesagt. Jemand hat den Schwebemechanismus wieder in Gang gesetzt. Er wird doch nicht, du glaubst doch nicht, dass Vater niemals, er würde das niemals tun. Aber wie kommen wir da hoch? Wir haben Flugschäft, Digga? Dumm? Hiermit. Adamantit. Wenn wir das Schiff damit verstärken, kann es höher fliegen. Aber dazu müssen wir erstmal welches finden. Wenn es weiter nichts ist? Ja, die sind Schwestern. Der Meteorit, mit dem ich kam, in seinem Inneren gibt es Adamantitvorkommen. Sind sie sich sicher? Nennst du mich etwa einen Lügner? Natürlich nicht. Ich dachte nur, weil ihr Gedächtnis doch nicht so ganz auf der Höhe ist. Pappalapapp, an das Adamantit erinnere ich mich klar und deutlich. Ein guter Anhaltspunkt ist es alle Male. Sehen wir nach. Wir bereiten in der Zwischenzeit alles vor. Ihr macht Dampf und bringt uns das Adamantit. Okay, merken wir uns, Chad? Nach jedem kleinen Event immer zu Sid. Aufschreiben, genau. So, jetzt müssen wir wieder zurück zu Sid. Adamantitvorkommen in fast jedem FF-Feuer. Das ist auch immer ein wiederkehrendes Element. Wie mit Riel auch. Hm, es war irgendwo hier. Ich bin mir ganz sicher. Nee, ich habe das, ich habe als Kind habe ich nur FF-8 gespielt. Da, da drin. Nächster Teleporter. Hier ist es. Weintrauben. Jetzt sagt ihr nichts mehr, was? Haben mich meine Erinnerungen so nicht getrügt? Sagt der Typ mit Gedächtnisschwund. Moment, du machst dich doch nicht darüber lustig. Arschloch. Adamantitvorkommen kenne ich nur aus Terraria. Ich kenne das aus Stardew Valley. Hier drin ist noch jemand außer uns. Passt auf. Doch nicht. Ich dachte, wir treffen jetzt fucking Vixer. Vixer. Ich dachte, wir treffen jetzt den Boy, den G. Ex-Death. Flammenwerfer. Rakete. Oh, Flammenwerfer. Boah. Geiler Damage. Rolle des Blitzes. Okay, Blitz mag er nicht. Ich glaube, ich habe hier keinen Blitz. Ich habe zwar einen Blitzstrahl, aber der macht halt nur blind. Aber macht kein Damage. Probieren wir mal Aera aus. Keine Ahnung, ob es ein Stardew Valley hatte. Ich wollte nur irgendein Spiel sagen, wo es auf jeden Fall Ärzte gab. Zum Sammeln. Sehr echt froh bin, dich Kegi und den Chat für mich entdeckt zu haben. Ihr seid alle wundervolle Menschen. Und es ist immer wieder auf ein neues, einfach genügend in Streams dabei zu sein. Kuss. Du Süßer. Adamantit gab es in Stardew Valley. Aha. Ich weiß, es gab auf jeden Fall Mitril in Stardew Valley. Das weiß ich noch. So, Aera ist auch nicht so geil, wie es sieht es. Okay, er ist tot. Harvest Moon früher gespielt, Riki? Auch nicht? Der Boss kommt auch in FF 1 bis 6 viel vor. Adamantai kommt, glaube ich, so gut wie in jedem FF vor. Der kommt so gut wie überall vor. So, okay. Dann gehen wir wieder zurück zu Sid und mit Spin-Offs wie Rune Factory und Innocent Life. Wieso Spin-Offs? Ist das von denselben Entwicklern gewesen? Echt? Wusste ich gar nicht. Lul. Und Sushi Baylilif. Baylilif, Dankeschön für drei Monate. Vielen Dank. Fantastisch. Ihr habt das Adamantit. Schnell, gebt es her, dann machen wir die nötigen Verstärkungen. Riki, ruht euch derweil noch etwas aus. Jungen. Verschlafen. Ich jeden Morgen. Schon wieder 35 Mal auf Schlummer gedrückt. Verdammt. Hat er das Gamecube Harvest Moon? Hab es irgendwann für 15 Euro verkauft und ich hab Angst nachzuschauen, wie viel das wert ist. Ich hab das auch hier. Das ist nicht so krass teuer. Ich glaub, Harvest Moon mäßig ist PS1 am teuersten. Gamecube war, glaub ich, nicht ganz so schlimm. Vor allem, weil das Gamecube-Spiel mittlerweile auch ein Remake, Remaster bekommen hat. so teuer ist es nicht. Die macht Schattendoppelgänger, ja, Mann. Seltsam. Ich hab geträumt, das Luftschiff wäre schon soweit. Es ist soweit. Aufgewacht, wir sind fertig. Hilfe, ihr seid ja schnell. Na klar, was denkst du? Genial, noch obendrein. Wenn ihr in der Luft seid, könnt ihr jetzt nämlich bestätigen drücken und dann mit dem Pfeil nach oben noch höher fliegen. Alter, geil. Das heißt, wir kommen jetzt zu den schwebenden Ruinen? Im Grunde, ja, es gibt nur einen Haken. Wenn wir einmal hochfliegen, explodiert unser Schiff und wir kommen nicht mehr runter. Die schwebende Stadt ist mit einem Abwehrsystem ausgestattet. Wenn ihr das nicht ausschaltet, kommt ihr nicht hinein. Laut diesem Buch hat die Luftabwehr äußerst starke Geschütze. Da müssen wir durch, ohne Wenn und Aber. Ich sehe da keine Schwierigkeiten. Wir lassen uns doch nicht von so einer so ein paar Kanünchen aufhalten. Seht mit. Danke für eure Hilfe. Wir machen uns jetzt auf zum Kristall, bevor es zu spät ist. Ahoi. Mast und Schotbruch. Immer eine Hand breit Luft unterm Kiel. Was redet? Diese Sprüche manchmal von diesem Riki, ne? Ankerlicht und los. Das ist manchmal so random und du, bei. Okay. Okay, das ist dieses. Junge, was ein Gerät! Ey, yo! Junge! Raketenwerfer. Ich schieße einfach zurück mit Rakete. Boom, so. Was machst du jetzt? Boah! Scheiße, er ist konfusiert. Die Rakete ging daneben? Scheiße, er ist jetzt auch verwirrt. Verwired. Die Rakete muss es jetzt sein. Komm schon. Hä? Vorhin hat sie 1200 Damage gemacht. Jetzt so wenig? Hä? Die macht Gamba-Damage. Oh. Chat, by the way. Ist Level 6 bei denen jetzt eigentlich schon maximal Level? Haben die schon quasi ihre Klasse durchgespielt? Ich wechsle die ganze Zeit die Berufe nicht. Weil ich denke, ich kann noch weiter leveln, aber ich habe das Gefühl, es geht nicht für als 6. Der muss gemeistert dahinter stehen. Okay. Aber das ist nicht irgendwie Pro-Story-mäßig irgendwie gelockt, dass wenn du irgendwie bis zu einer bestimmten Stelle spielen musst, und dann geht die wieder erst hoch. Und solange du nicht so weit kommst, sind die erst mal so gelockt quasi. Das ist es nicht, ne? Kannst alles direkt meistern. Okay. FP. Ah da, 400 brauchen wir. Sind das eigentlich noch Zuschauernamen? Nur Riki. Die anderen konnte man nicht umbenennen. Moment. Fähigkeiten. Kurz, Galuf. Er hat jetzt schon Weißmagie Stufe 6. Magie. Wie hoch ist Weißmagie? Moment. Chat, ist Stufe 6 Magie das höchste? Oder kommt noch später was? Ist höchste? Ja, dann kann ich mir gut vorstellen, dass das, was die gerade, dass das hier gerade das letzte Level ist. das ja dann gemeistert ist vielleicht. Weil was ist, was, was, also klar kann er noch was Passives lernen, aber Stufe 6 Weißmagie ist ja schon so das Maximale erstmal an Weißmagie. Und das ist ja sein Job, Weißmagie. Klingt schon recht final. Deshalb kann ich mir vorstellen, dass das jetzt schon langsam endet bei ihm, I guess. Ich überlege bei ihm den Beruf zu wechseln, wenn Stufe, weil ich habe ja Weißmagie bei ihm hauptsächlich gelevelt, damit er höhere Spezeln lernen kann. Theoretisch können wir wieder bei ihm Beschwörer leveln. Wenn Weißmagie eh schon so hoch ist. Vielleicht lernt er noch weißere Magie, wer weiß. Wer weiß, lol. So. Hey Poppy, was geht ab? Beruf kannst du jederzeit wechseln, ja. Habe ich jetzt quasi schlimm gemacht. Der ist auch schon Stufe 6 Paladin. Das heißt, er wird wahrscheinlich Klingenmagie Warte, Fähigkeiten? Ja, Klingenmagie Stufe 6 schon. Das heißt, ich kann ihm theoretisch auch schon was anderes eigentlich beibringen, ne? Ja. Nee, wir sind nicht im Finale. Weil ich weiß nicht, ob sich das lohnt, auf Allrounder zu spielen. Also wenn ich das ja richtig verstanden habe, wenn man eine Stufe meistert, wenn man eine Klasse meistert, dann überträgt sich alles auf den Allrounder. Also auf den hier. Den hier, die Basisklasse. Sodass, wenn man irgendwie alle Klassen meistert, der Allrounder dann theoretisch alle Klassen hat. So. Aber, wir werden wahrscheinlich eh kaum was meistern. Ja, ich weiß, das steht da bei dem, wenn du das gemeistert hast. Deshalb, ich weiß gar nicht, ob es sich lohnt, zum Beispiel jetzt den Paladin weiterzuleveln. Weil ich werde wahrscheinlich eh nicht auf Allrounder spielen. Oder läuft das darauf hinaus, Chad? Auch wenn man so casual spielt. Dass man ab einem Punkt easy ein paar Klassen gemeistert hat, ohne zu grinden. Genau, das meine ich ja. Es wird sich ja gar nicht lohnen. Weil zwei Klassen kann ich ja so oder so schon verbinden. Auch ohne den Roll, äh, ohne zu maxen. Hm. Aber wem gebe ich ihm jetzt anstatt Paladin? Dieb ist auch schon sechs. Wir können ja mir den Ritter wieder geben. Nicht wieder, sondern den Ritter geben. Ja, Ninja haben wir schon Fares gerade. Muss man schon grinden. Aber man kann das Spiel schon durchspielen, ganz normal und gemütlich, ohne den Allrounder zu benutzen, oder? Jäger? Ich weiß nicht. Ne, wir haben schon Blaumagier. Ja, probiert haben wir beide nicht, ja. Wir können theoretisch, also Bade fühle ich nicht. Jäger ist irgendwie auch lame, weil Jäger bringen mir halt nichts für die Klingenmagie. Ich habe halt jetzt den Paladin gelernt extra für Klingenmagie. Der Bade bringt halt nichts. Äh, der Jäger. Davon profitiert halt nur der Ritter oder so. Nicht der Jäger. Ja, Berserker ist kacke, Mann. Der greift die ganze Zeit automatisch an. Ich kann nichts machen, dann ist kacke irgendwie. Äh, ich habe die Dragoon-Klasse noch gar nicht. Wie lange machst du heute? Weiß ich euch nicht. Open End. Berserker hat Mäuse mit. Ich glaube, das ist Löwe. Äh, Wolf. Open End. Ja, ich habe jetzt keine feste Zeit, wo ich sage, wir hören jetzt auf. Nein, wir machen nicht, wir machen nicht bis 4 Uhr morgens. Das kann ich dir sagen. Wir machen nicht bis 4 Uhr morgens, aber keine Ahnung, wann wir aufhören. Ich sage nur Open End, weil ich keine Ahnung habe. Also wir werden auf jeden Fall nicht innerhalb der nächsten Stunde aufhören. So. Das kann ich dir auf jeden Fall versichern. Jäger bringt auch was. Ja, wir können mal schauen, was er so lernt. I guess, keine Ahnung. Zielen, erhöht die Präsentation von Angriffen. Aber man, der kann nicht Klingenmagie Stufe 6. Oh lol, nee, Moment, warte, dann bleiben wir auf Paladin. Ich dachte, ich kann schon Klingenmagie 6 machen. Dann bleiben wir auf Paladin. Warte, wie ist es dann jetzt hier? Bei Galuf? Nee, okay, er kann Weißmagie Stufe 5. Okay, nee, dann bleiben wir erst mal beim Paladin. Bei ihr können wir zum Beispiel jetzt auch von Zeitmagier theoretisch schon weg. Aber die hat auch schon Zeitmagie Stufe 6. Wie hoch ist hier Blaumagier? Hier, Blaumagier ist Stufe 5. Lass mal Blaumagier weiterleveln. Okay. Wie sieht es mit Nasshauch aus? Ich mache die Raketen nass. So. Boah. 500er Gruppendamage, Alter. Ja, okay, chill. So, haben wir alle Raketen? Sehen wir noch Raketen? Achso, man muss von vorne angreifen. Okay, dann geht's. Yo, Flammenwerfer. Digga, wieso um die Flammenwerfer, Alter? Der lebt noch? Scheiße. Jetzt aber okay. also Flammenwerfer für ein Flugschiff klingt schon echt scheiße. Klingt schon irgendwie echt scheiße. ich glaube, wir machen mal Dinge ins Hör-Chat. Hier, EP doppelt. Ich level halt echt langsam. Ich habe mittlerweile Angst, dass ich bald ziemlich hart aufs Maul bekomme. Ich habe irgendwie in den letzten zwei Stunden oder so ein Level gemacht. Naja, mit Flammenwerfer, Holzschiffe, der, der, ja, okay, gut, andere Schiffe, ja, ich weiß nicht, aber, so ein Schiff willst du ja gar nicht in, in so nah in den Angriff gehen, oder? Da wird es ja schon von Weitem alles weg-nuken. Oh, starker Damage-Schieber. Okay, jetzt haben wir wirklich alle, alle Kanonen weg. Schnelltrank einfach. So viel zu deren Abwehrsystem. Wartet, was ist das? Hast du die Flammenwerfer in Avatar gesehen? Raumschiffe? Die haben dann, ihre Flugschiffe hatten auch keinen Flammenwerfer, oder? Ei, 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 seht doch, wie groß die ist. Da müssen wir wohl übel auch ran. Ich hätte mich vorher heilen sollen, ne? Haubitze! Scheiße, die Haubitze, Leute. Sogar zwei Haubitzen. Ach, du redest von Avatar, der Herr der Elemente. ich habe gerade an Pandora gedacht. Wieso macht das so wenig Damage? Sicherheitssperre entriegelt. Oh, oh. Die Seelenkanone kommt jetzt. 900, alter. Kammer, Kammerdruck steigt. Gamba Damage, komm schon. Ach, komm. Schlechtes Game. Ich habe gar nicht mehr so viel Mana auf meinem Heiler. Rokade, komm schon, Rokade. Komm schon. Ach, komm. Schutzschild aktiviert. Ich denke, was für Schutzschild. Kommt doch mal was raus aus dem Gerät. Ja, wir haben keinen Mana mehr. Wie sieht es aus mit Zauberhammer? Nee. Fragezeichen Angriff. Geil. Nee, die Haubitze ist schon kaputt. Energie Aufladung 128%. Oh, oh. Feuer. Er greift an. Okay, geht ja noch. Der sah aber geil aus. Ich weiß nicht, ob es sich lohnt, noch einen Aether reinzuhauen. Der ist doch jeden Moment tot, oder? Streuschussgeschütz aktiv. Okay, vielleicht haue ich mir einen Aether rein. Okay, er ist kaputt. Ich konnte halt nicht mehr heilen. Ich hatte keinen Mana mehr. Avatar-Aufbruch nach Pandora ist nicht lang. Wir sind nice Actionfilme. Wir sind cool. Galov hat Beschwörung Stufe 5 gemeistert. Okay. Kann man sich gönnen. Ob wir über das Loch reinkommen? Sieht stark danach aus. Gleich werden wir es wissen. Wann kam der erste raus? Schon etwas länger her, aber der ist auch heute noch ziemlich, ziemlich, was optisch jetzt auf jeden Fall angeht. Kann er halt mit easy mit den Filmen heute mithalten. Sieht sogar besser aus als viele Filme heute. Konnten wir heute nicht irgendwo schlafen? Ist auf der anderen Seite Schlafi, Schlafi, ne? Hier war Schlafi, Schlafi. Ja, der war seiner Zeit echt krass voraus. Ronka, Ritter und Ra-Magier. Einfach Ramu. Okay, Chat, wir haben in den Ronka Ruins haben wir einige Gegner, bei denen wir was klauen können. Das ist aber keiner von denen. Okay, haut halt einfach alle daneben. Ich suche gerade den Hangar. Ich will eigentlich gar nicht kämpfen. Hau ab, Jungs. Ich wollte eigentlich erstmal heilen. War doch, glaube ich, auch der erste 3D-Film, oder nicht? Das weiß ich nicht. Aber zum Hangar musste ich doch über die Brücke laufen. Hä? Hä? Ich musste doch über die Brücke laufen, zum Hangar zu kommen. Hä? Ach so, weil wir nicht mehr angedockt sind. Wir sind nicht mehr an einem anderen Schiff angedockt. Kann ich mich dann trotzdem irgendwie hier heilen nirgendwo? Nee, ne? Ja, ja, ich hab vergessen, dass das andere Schiff ja, also dass, wo wir geschlafen haben, ein anderes Schiff ist. So. Man kann nirgendwo ne Pause machen, okay. Ich kann wieder wegfliegen. Oh, okay, wir können wieder wegfliegen, ja gut. Dann lass mal kurz vollheilen. Dann muss ich keine Items verschwenden. Nein, die ist nach oben! Ich bin wieder in der Sucht deiner alten Videos. Mir wird kaum noch was anderes vorgeschlagen. Boops! Ja. Hit don't miss, I guess I never miss. Stark, Kommentar. Ja, die Boops-Version von Keggy ist die beste Version von Keggy. Danach Ab, danach Untergang. Das war Peak-Keggy-Zeit. So, ähm, Fähigkeiten. Hier. Einmal kontrollieren, weil, wenn ich das richtig verstanden habe, haben wir hier Gegner, die ich kontrollieren muss, damit ich deren Scheiß benutzen kann. Und, es gibt einen Gegner hier, von dem wir die Fähigkeit nur lernen können, wenn das Leben des Charakters durch vier teilbar ist. Und es ist nur Faris gerade. was? Ja, es gibt so Spells in Final Fantasy. Was das denn für eine Voraussetzung? Dafür sind die halt ultra stark. Es gibt zum Beispiel so ein Spell, damit bist du instant tot, sofort tot mit einem Schlag. aber dafür zum Beispiel muss dein Leben durch, dein Level durch fünf teilbar sein. Das heißt dann auch Tod Level 5, weil dein Level muss halt, ja, durch fünf teilbar sein. Und hier kriegen wir auch irgendwie Level 4 graviger. Aber solche Level Scheiße ist eh unnötig, brauche mir nicht. Ist eh scheiße. Brauche mir nicht. Brauche mir nicht. Warte, wenn ich eh alle nur mit Dingens bekomme? Ne, nicht das. Warte, wenn ich eh alle durch Kontrollieren bekomme, ist eigentlich, muss eigentlich nur eine Person Lernen haben. Und das ist ja die hier. Die hat die ja schon. Wenn du dich entscheiden müsstest, The Binding of Isaac, Dark Souls oder Final Fantasy, was würdest du auswählen? Ich würde auswählen The Dark Fantasy Rebirth. Let's go. Steinmaske? Das ist einfach ein fucking Grab. Was für Steinmaske? Flammenwerfer! Da hat er getrickst. Legends auch noch. Wapapapapapapapi Bubibuba Aber ich könnte mich für nichts davon entscheiden. Ich glaube, ich würde mir lieber das Leben nehmen. In-Game natürlich, ne? In-Game. Äh. Okay. Krötengesang. Kann man nicht auf die ganze Gruppe leider machen. Bei welchem Game lieber? Halt deine Schnauze. Monster Ranger wäre die richtige Antwort gewesen. Ne, wenn ich mich entscheiden würde, würde ich Dark Souls nehmen. Easy pick. Auf fetten Schokobo hoffen, einfach. Mit Sparich Mana. Kleiner Schokobo, schade. Einfach, wisst ihr wieso, Chat? Wieso diese Wahl so einfach ist? Weil. Weil Dark Souls lebt noch. Final Fantasy ist noch nicht gestorben, aber Final Fantasy ist nicht mehr das, was es war. So. Und Dark Souls lebt noch und wird immer besser und geiler. So. Dieb. Ich würde Final Fantasy nehmen, ja, bist ja auch ein Opfer. Raketenglück. Schade. Das letzte Dark Souls ist doch, äh, Ring in City. Ne, das letzte Dark Souls ist Elden Ring. Das lebt noch. Gibt's sogar nächste Woche DLC. Wann hat er so viel Damage bekommen, Alter? Ich brauche eine Heilung, Alter. Zwischendurch mal speichern, ne? Ich achte gar nicht auf die Namen der Gegner, by the way. Weil ich muss hier noch Spells klauen. Goldrüstung erhalten. Ui. FF lebt aber auch und kriegt noch Dorn-Trail. Boah, scheiß auf Dorn-Trail, Digger. Halt wirklich, Dorn-Trail kann warten. Verhexter Fächer. Den brauchen wir, Chat. Okay, ich hab' ihn. First Try. Und jetzt muss ich Himmelswind machen. Boah! OP. Das ist so ein Dreamcatcher oder so, oder? Aber er ist verhext. Himmelswind gelernt. Nice. Ja, so ein Traumfänger, genau. Dreamcatcher. Wie stumms sich dann die Gegner umdrehen? Ja, das ist halt quasi... Sie drehen sich... Sie gucken auch in dieselbe Richtung wie du. Sprich, sie sind ja dann... gegen die Gegner. Sogar die Dorn-Trail-Devs haben gesagt, Dorn-Trail kann warten. Ja, Digger, ich muss noch Patch-Content spielen. Ich muss noch so viel Patch-Content spielen. Und ich hab' eigentlich gar keine Lust auf den Patch-Content, weil alle den Patch-Content haten. Dass ich irgendwie jegliche Lust verloren habe, den Patch-Content überhaupt zu spielen. Ich seh' mich schon... Ich seh's schon kommen. Ich werde niemals Dorn-Trail spielen. Weil alle hassen den Patch-Content, alle reden, wie scheiße dieser Patch-Content ist. Und ich werde mir... Und so wie ich mich kenne, ich will eigentlich es nicht skippen. Also Cutscenes oder so skippen. Ich will's eigentlich trotzdem spielen. Aber gleichzeitig bin ich demotiviert, weil es ja scheiße ist. Aber skippen will ich auch nicht. Und dann wird die ganze Zeit in mir so ein Kampf, so ein innerer Kampf sein, wo ich mich nicht entscheiden kann. Und dann werde ich's immer und immer und immer und immer wieder aufschieben. Und niemals spielen. Habe ich letzte Woche gespielt, das ist überhaupt nicht scheiße. Dann bist du wohl einer von fünf, die genau das mögen, I guess. Spiele lieber Armutcore oder so. Ja, bestimmt tue ich das. Wie viel braucht Himmelswind? 28. Ist okay. 28 dafür, dass das ganze Team komplett, zum momentanen Zeitpunkt, komplett vollgehalten wird. An sich stark, ne? Ist cool, ist cool, ist cool. Oh, das ist eine Heilung für den. Was ist das, Chat? Dieses blaue Ding. Kommt das irgendwie vom Ninja? Woher kommt das? Was ist das? Was ist das? Was ist das? Himmelswind, Ludo. Ach, das ist der Effekt vom Stummdolch. Oh. Ne, pass mal auf. Bei der nächsten Kai'Sa-W-Spam ich Armutcore. Also in drei Jahren oder so. Ey, nächstes Jahr. Nächstes Jahr machen wir wieder Armutcore Kai'Sa-W. Ey, ich kann sie auch nicht sagen, wieso es scheiße ist. I don't know. Ich weiß nur, dass die Leute immer alle sich beschweren, dass es langweilig ist. I don't know, was genau. Ich kann es halt nicht darüber reden, weil ich will natürlich nicht gespoilert werden. Und gespielt habe ich es auch noch nicht. Ich weiß nicht. Ich suche hier noch einen bestimmten Gegner. Aber er kommt nicht. Da ist er. Ich habe ihn gefunden. Das ist die geile Schlange. Die muss ich aber kontrollieren dafür. Nice. Geschafft. First try. So, und dann 1000 Nadeln. Was? Chat, aber ich kann 1000 Nadeln nicht auf mich selber machen. Oh, doch jetzt. Äh, und jetzt? Hat sie das gelernt dadurch, Chat? Hat sie dadurch gelernt? Ich hoffe einfach mal. Ich hole sie wieder zurück und dann... verführen. Verführen. Verliebt. Und? Gelernt. Okay, nice. Gut, dann haben wir eigentlich, glaube ich, alles hier drin. Ähm, also es gibt halt noch einen Spell, aber den brauche ich nicht. Das ist so ein scheiß Level-Spell. Ne, ich mache keinen 100%, aber es gibt, ähm, die Klasse, den beruf Blue Spell, äh, Blue Spell, Blue Mage. Und der klaut quasi die Angriffe von Gegnern. Und ich habe auf dem zweiten Bildschirm so eine Liste offen. Mit Gegnern, bei denen man was klauen kann. Und diese tausend Nadeln, die ich gerade gegen mich selbst eingesetzt habe und mich damit getötet habe. Geht's hier nicht weiter? Äh, habe ich jetzt gelernt. Kann ich jetzt auch benutzen. Ja, und da hinten ist irgendeine Schlange und irgendein Ritter. Okay, ich soll nicht im Chat lesen. Das ist ein Spoiler. Ich gucke in den Chat. Ich gucke nicht in den Chat. Meine Augen sind verschlossen. Junge, wie riesig ist dieser Dungeon? Ich meine, ich habe jetzt alles Wichtige gefunden, was ich brauche. Wir können jetzt einfach durchrennen. Wow, man kann hier runterfallen. Meine Augen sind verschlossen vor jeglichem Spoiler. Ihr könnt mich nicht spoilern. Ich bin versteckt. Ach, komm schon. Äh, hier lang? Hier lang? Boopoo, 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 boopoo. So. Maybe hier? Okay. Schuriken? Antikschwert. Noch eine Vollmund. Vollmundklinge. So. Antikschwert? Hat das irgendwelche Effekte? Beidhändige Führung möglich. Belegen mit magischen Effekten möglich. Äh. Beidhändigkeit wäre eigentlich auch eine geile Fähigkeit für ihn, ne? Welche Klasse lernt Beidhändigkeit, Chad? Der Ritter. Vielleicht machen wir bei ihm als nächstes Ritter. Das wäre vielleicht geil. Dass er dann die... Sein Schwert zweihändig ballern kann. Weil ich habe bei ihm nichts, was ich so unbedingt benutze. Also, Gänge finden halt für die Dungeons, ja. Aber ansonsten... Ist er bei mir quasi wie so ein... Wie so ein leerer Slot da unten. Ich meine, ja, man könnte Plündern benutzen. Oder eine Magiebarriere. Aber Magiebarriere bringt auch nur was, wenn er low life ist. Deshalb könnte ich theoretisch bei ihm dann... mit dem Paladin... Also Paladin spielen. Und hier in Fähigkeit Beidhändigkeit reinballern. Und dann halt... Schwert verzaubern. Und dann auch noch beidhändig. Boom. Böllerung. Ein Schwert, das manchmal Altern bewirkt. Okay. Okay, jetzt hat er zwei Vollmondklingen. Aber dann darfst du kein Schild ausrüsten. Ja, ja, das ist ja okay. Das ist ja okay. So. Ja, man könnte theoretisch ihm auch... Dinge beibringen. Zwei Waffen tragen. Aber die Klasse habe ich ja noch nicht gefunden, oder? Oder ist das beim Ninja? Nee, ne? Die Klasse... Weiß ich nicht, ob ich die... Habe ich die Klasse schon? Die... Doch ist Ninja. Aber habe ich noch nicht. Kommen wahrscheinlich dann erst später. Weil der Ninja benutzt ja eigentlich zwei Waffen. Ja. Ich weiß nicht, was stärker ist, Chad. Zwei Händer oder zwei einzelne Waffen? Ich habe im Marathon noch nicht das FF6 gespielt. Ich spiele der Reihenfolge nach. Und das ist... Fünf. Hehehe. Nach fünf kommt sechs. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Zählen kann ich. Stark, oder? Ich glaube, wenn du Ninja meisterst... Oh, meistern ist ja richtig scheiße. Sechs ist nicht halb, dadurch fünf. Ähm... Ja. Wann wäre ein dritter Zweihändigkeit? Beidhändigkeit? Zwei Waffen mit Elementarkling ist schon strong. Aber was ist, wenn ich zwei Waffen habe? Kann ich jeder Waffe ein anderes Element geben? Nee, ne? Du hast dann auf beiden Waffen dasselbe Element, oder? Zwei oder drei. Ja, theoretisch kann man auch Ninja machen. Ninja machen. Aber wenn ich bei ihm Ninja mache, dann... Das ist ja doof. Nee, nee. Nee, nee. Weil ich will die... Die sollen nicht schon alle ein bisschen unterschiedlich sein. Und dann ist er irgendwie auch ein bisschen uniker. Es ist vielleicht dann nicht Meta und nicht super stark. Boah, mein Gott, ich bin schon wieder hier reingefallen. Aber dann sind die halt wenigstens unterschiedlich. Weil wir haben jetzt schon den Dual-Wielder, haben wir schon den... Die Fares hier. Die ist ja schon am Dual-Wielden. Und der ist dann halt mit dem Zweihänder unterwegs. Äh, FP habe ich die ganze Zeit auf Max, ja. Ja, Zweihänder sind auch cool. Hütte? Hütte. Äh, habe ich den Heilpunkt übersehen? Da ist er. Doch. Wie komme ich da hin? Ich will mich gerne vorher heilen. Na, hier. So, Zelt. Ich weiß nicht, dass Unterstellung Zurück-Video im Kopf. Ich habe keiner aus dem Mainz. Scheint aber ein sehr lustiges Video zu sein. Denke ich. Absolut keine Ahnung, ob ich gerade zurücklaufe. Ich glaube, ich laufe zurück. Bis dahin ist das so Abitur? Fach-Abi, Digga. Fach-Abi. Da lernt man das auch schon. Oh, ich muss den Knopf neu drücken. So. Dann hauen wir mal hier einen Speicherpunkt raus. Ähm, und... Nee, warte. Erstmal Fähigkeiten. Gänge finden brauchen wir nicht. Ballern wir ihm rein. Magie-Barriere, I guess. Hier kontrollieren muss weg. Und wir machen Zeit-Magie rein. Weiß-Magie ist richtig. Und Konter. Ja, Konter ist auch gut, ne? Kraft können wir auch vielleicht reinmachen. Wäre auch vielleicht interessant. Was ist Doppelgänge eigentlich? Erzeugt eine Illusion, die zwei physisch... Ach so, okay. Lass mal Kraft versuchen. Also bist du ein bisschen schlau? Krass schlau und nicht mega krass schlau. Genau. Ich bin nicht ganz schlau. Äh, nee. Wir beenden das Game nicht heute. Das hieß vorhin, ich bin erst beim Drittel des Games oder so. Vater. Äh, dieses maledeite Ding blockiert den Weg. Vater. Ruhe, wir haben jetzt keine Zeit zu reden. Diese Kreatur ist der Wächter dieser Ruinen. Sie kann ihren Schwachpunkt nach Belieben wechseln. Ringt sie nieder, schnell! Okay, dann bringt mir ja gerade in diesem Kampf meine Kling-Magie gar nichts, wenn er die ganze Zeit sein Element wechselt. Dann hauen wir ohne Element drauf, I guess. Das war jetzt der doppelte Damage? Okay, ich glaube, der ist nicht so anfällig wie physisch. Wir müssen mit Elementen arbeiten. Oder wir arbeiten mit der Rakete. Oder den tausend Nadeln. Let's go. Lul! Nur ein gezielter Arschfick ist ein guter Arschfick. Nur ein gezielter Bann ist ein guter Bann. Hau rein! Warte, ich muss, damit der schneller geht, muss ich eigentlich... Hast an Lena geben. Und dann Yala Abfahrt. Ja genau, es ist First-Time-Chatter. Wenn es einer von euch gesagt hätte, hätte ich gesagt, okay, weird. Und bei einem First-Time-Chatter, ich glaube, da kommt auch nichts mehr anderes rum. Der Junge ist verloren. Ihr dürft Arschficken. Aber nicht First-Time-Chatter. Aber nicht First-Time-Chatter. Die dürfen keinen Arschficken. Easy. Danke, weiß ich zu schätzen. Und wieder? Hä? 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 Der Archeo-Avis lebt wieder. Oh! Was für eine Kraft! Diese Energie! Das ist also die wahre Kraft der Kristalle! Ja und jetzt? Ripp oder was? Unsterblich! Ja, 1000 Nadeln ist gerade auf diesem Level sehr stark! Na? Ich meine später, wenn wir dann um einiges mehr Damage machen, dann ist das da... Oh, Waldstrom! Wie funktioniert das hier? Okay. Moment, Chat! Ich kenn den! Das ist doch der erste... Das ist doch die alte Reute, oder? Aus dem Stormblood Raid. Soll das die alte Reute sein? Die man als Mount haben kann? Ja, ne? Oh, das ist ein scheiß Bild. Da. Ist das das Gerät hier? Ah, kommt später, aber ist derselbe. Äh, selbe Design. Äh, selbe Sprite. Ähm, okay. Was für Lindenstraße? Zeig Sprite! Da ist er! Gesehen! Ja, die Farbe passt nicht. Wenn er halt später nochmal kommt, aber mit einem anderen Namen, dann wird er wahrscheinlich bläulicher sein, ne? So, haben wir jetzt den Kristall besiegt, oder wird er wieder auferstehen? Okay, Ricky hat Klingmagie 6 gemeistert. Perfekt. Dann können wir jetzt bei ihm wechseln auf Ritter. Gut gemacht, sehr gut. Genauso lacht er. Das ist eine Falle, Chat. Dieser Drache hat den Kristall vor dem Bösen verteidigt. Nochmal ein Danke für dich. Der hat den Kristall verteidigt. Und der Pfarrer ist besessen von Ex-Dev. So, erwischt. Pfarrer! Der Erdkristall müsste direkt vor uns liegen. Berufseinsteiger. Oh, das Achievement kommt zu früh, oder? Das soll, glaube ich, mir sagen, dass ich jetzt alle Berufe gefunden habe. Alle Main-Berufe. Es gibt ja noch einen versteckten Beruf. Okay, wir machen uns zur Sicherheit eine Speicherung. Okay. Nein, dass du einen Beruf gemeistert hast. Ach so! Oh, lol! Wir haben den Paladin gemeistert. Vater! Vater! Das sieht gar nicht gut aus. Er muss unter der Kontrolle von jemandem stehen. Ich glaube, jetzt kommt zum ersten Mal Ex-Dev, Leute. Mit dem geilen Beat. Ricky, stopp! Komm nicht mal auf den Gedanken. Geht zur Seite! Alle vier versammelt aber im Haufen, Digga. Das macht es leicht, dich auf einen Schlag zu vernichten. Der nächste Meteor kommt. Der nächste Meteor kommt. Wo kommt die denn her? Krila ist hier. Opa! Opa, ich bin so froh, dass es dir gut geht. Krily. Vielleicht heißt sie Krily, Chad. Vielleicht wird ihr Name Krily ausgesprochen. Krily. Krily. Du bist es, Krily. Die Sprite sieht so aus, dass sie so eine Weste an und darunter nichts. Opa, ich hab dich so vermisst, Digga. Vater. Vater! Smash or Pass. Ich glaube, Krily ist ein kleines Kind. Keine Sorge, ich hab ihm nur einen klitzekleinen Blitz verpasst. Es geht ihm gut. Also, heute einfach einer nach dem anderen wird gebannt. Kurz, äh, Filter-Modus aktiviert. Woher kennt man die? Äh, aus diesem Spiel hier. Aber sie kommt auch in FF14 vor. Aber ja, hier ist Hero Origin. Gibt es eigentlich, Chad, in FF14? Gibt es in FF14 außer Krily und Garlow noch Charaktere, die komplett so 1 zu 1 vorkommen, die es in anderen Final Fantasys gab? Außer halt so jetzt, ähm, äh, Events wie Clive oder Noctis oder so. Ja, das erzählt er nicht. Nee, nee. Aber die kommen ja genau so auch in dieser gleichen Connection vor. Stimmt, Matoya. Matoya, true. Matoya, ja. Ja, Sid Bix weg, jetzt zähle ich nicht. Das sind ja wieder, wieder, wiederkehrende Namen. Wer ist Ramser überhaupt? Wer ist Ramser? Aus Tactics? Ah. Ja, okay, gut, dann gibt es ja auch Fran. Ja. Bei Krily liegt es halt daran, dass der japanische Name ganz gut ins Lala-Fell-Naming-Schien passt. Aber sie hat dann ja auch in Yurika auch ihren Opa, der auch Galuf heißt. Ne? Das ja auch. Wo bin ich? Lena? Sarisa? Sarisa, bist du das? Sie heißt Sarisa, sie heißt gar nicht Faris. Sarisa. Sarisa, du bist es tatsächlich. Ich kann es nicht glauben, du bist am Leben. Vater? Oh. Der Song-Shit! Yo! 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 Ich kann nicht in der Cutscene, glaube ich, das verstellen. Also auf SNS wechseln. Ex-Dev! Galov, schön dich wiederzusehen! Muhohoho! So ein geiler Song, Alter. Kristalle, gehorcht meiner Magie! Verleiht mir euren Kram, vernichtet dieses Ungeziefer! Du glaubst doch nicht, dass wir tatenlos zusehen und dich gewähren lassen! Puh-puh! Puh-puh! Rikki! Ah, die Kristalle sind nun zerstört! Es nächstes Volk deiner Welt, Galov! So ein Bänger, ey! Vater! Theresa, Lena, Rikki und ihr, Krieger aus einer anderen Welt! Ich fürchte, eure Arbeit ist noch nicht getan! Ihr dürft nicht zulassen, dass... Puh-puh-puh! Oder so. Gib mir die neuen Klassen! Licht der Erde! Erwache und fordere... Ich fordere deine Sends wieder... Eine von mir... Erwache und... Erwache und fordere deine Sends wieder... Eine von mir! Ich kann nicht lesen, Digga. Puh-puh-puh-puh! Vater! Zurück, der Kristall muss geschützt werden! okay die die kristalle wieder gereinigt wahrscheinlich basiert der komplette stormlight rate auf ff5 oder nur 1 bis 4 nur 1 bis 4 danach ist danach ist fallen fernsey 6 vater halte durch du darfst nicht sterben sarissa vergib mir ich war kaum für dich da lena sarissa bleibt beieinander gibt euch gegenseitig kraft ricky meine zeit ist gekommen kümmere dich um sie warte vater du darfst nicht fünf kam aus dem stormlight raid vor ihr es ging ja gerade ob es nur 1 bis 4 ist und dir die ersten vier kämpfe sind ff5 die nächsten vier kämpfe sind ff6 und die letzten vier kämpfe sind final fantasy 14 origin originals oder ich habe vergessen wie überhaupt was war denn überhaupt das war mit gastorm omega chaos und dann halt die 2 ja das waren die letzten vier und die waren ja alles originals ja okay gut ja chaos ist kein original ja okay so gesehen ja kam omega in dem fall mit keinem teil vor omega kommt von hier und den gibt es auch in mehreren teilen ja warte vater das darfst du nicht verlass uns nicht also omega gibt es in mehreren teilen aber zum ersten mal kommt omega hier vor ne omega in ff1 gab es nicht ja okay gut in der gba-version ja okay gut das war aber ja das og ist ja hier gewesen das war ja in der gba-version gab es ja nachträglich als quasi zusatz content im re-release in dem splitter ruht der geist eines kriegers samurai dragoon tänzer alchemist okay was ist denn jetzt los die ruinen sie stürzen in die tiefe wir müssen hier raus schnell alle zum luftschiff lena kommen ok vielleicht machen wir doch nicht ritter chat wir haben jetzt dragoon festhalten die fahrt wird alles andere als sanft schade hätte gerne die festung als schiff übernommen flugschiff boah aber hier gibt es ja auch noch gilgamesch gilgamesch gibt es ja auch noch ne shinryu gibt es ja auch noch eigentlich fallenfenster 5 hat eigentlich so viel kram reingeworfen der eigentlich so geil ist na lena vater er ist weg nicht wahr karlow was ist stimmt etwas nicht erst hätte einfach auf dem ding und ob wir müssen weiter und zwar sofort was ist denn los ich kann mich wieder an alles erinnern bernard kuhn dankeschön einfach sechs monate vorgestoppt dankeschön man vielen vielen dank ex der für sein böse hex aus meiner welt vor 30 jahren kam er hierher um die kristalle dieser welt zu zerstören jetzt ein schubser oder eine eine starke stärkere brise alter seither war es ruhig und friedlich und wir dachten es würde so bleiben aber etwas seltsames begann mit den kristallen zu passieren als wir es bemerkten kam er mit den meteoriten hierher zurück doch es war zu spät ex ist wieder frei und zurück in unserer welt das ist passiert weil wir zu viel kristall energie verbraucht haben nicht nein wir waren diejenigen die ex der für überhaupt erst hierher zurück gelassen haben wir hätten ihn zurück in unserer welt schleifen sollen so wie einer von uns es vorschlug na ich denke mir gerade was der keggy wohl macht und dann schient er einfach crazy oder ist tatsächlich fast jeden tag wenn du dich immer fragt was macht ja guck einfach den stream ihr wollt also in eure eigene welt zurückkehren ja wir müssen extra verneut mit einem bann belegen grilles kreilis meteorit müssen noch genug energie haben allerdings wohl nur für einen weiteren transport ricky lena faris ich danke euch für alles ich werde euch vermissen moment mal nicht so eilig wir kommen mit euch mit nein das werdet ihr nicht dies ist der letzte meteorit das sind einfach die saiyajin kapseln alter in groß außer montags morgens streame trotzdem morgens montag wir streamen wir müssen morgen elton ring spielen wenn ihr uns begleiten würdet könntet ihr nie nie mehr zurückkehren lebt wohl ja haut rein macht gut ich wünsche euch viel erfolg schafft das schon eure welt euer kampf haut rein hoffnung der erde ja ich würde sagen wir fliegen wieder zurück zu sind war wir müssen uns die neuen beruf anschauen oh ricky ja wir denken gerade über eine sache nach wer von uns ist die hübschere karlow von kreili bekämpfen extra für diese anderen welt und wir wollen vater rächen ja und außerdem karlow er ist er ist einer von uns ricky wir wussten dass du auch so denkst weiß man schon ab wann circa strömen was dann lass uns gehen galos welt wartet die frage ist nur wie wir das anstellen wie kommen wir dorthin die meteoriten haben nicht genug energie für die transportfelder jo ciao kushimikere gute nacht wir haben schon 22 uhr es würde mich doch sehr wundern wenn sid da nicht irgendwas auf die beine stellen kann er baut uns jetzt eine rakete ach stream morgen ich weiß es nicht mal schauen spontan werde ich auf discord schreiben jo leute ich bin jetzt live so kann ich mir jetzt die berufe anschauen ok wir haben vier ah unser galof unser weiß magier ist weg keiner kann uns mehr heilen scheiße scheiße samurai da paladin sterne wir haben paladin durchgespielt so sieht das aus gemeistert stufe 7 ist max ähm alchemist ist neu chat ist der alchemist heiler ne wahrscheinlich nicht ne wahrscheinlich ist es einer so der stärkere items hat oder so ne dessen ist das irgendwie so potions doppelt heilen oder so irgendwie sowas ne so ne scheißklasse trinken erhöht während des kampfes statuswerte durch tränke das ist ja scheiße da ist der tänzer junge wer ist der denn misch deine items und so also wie riku in ff 10 der kann tanzen tanzen verzaubert den gegner mit tänzen ok also quasi ein manipulator nicht eher nicht eher ein buffer supporter sondern eher so ein manipulator oder wie wo ist der dragoon übersehen ach da ist der dragoon er sieht einfach wie aus wie kein chat ricky wird doch ein dragoon oder kein 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 ritter er wird ein dragoon führt einen mächtigen sprungangriff mit doppelten attackewert bei angelebten sperr aus ich überlege gerade wenn wir den dragoon machen ne er sieht so aus wie ich so gut siehst aus ähm ich überlege gerade wenn ich ihn zum dragoon mache mit klingen magie lernt er irgendwas interessantes weil ich überlege auf zukunft digga auf zukunft zu gehen weil klingen magie ist ja schon eigentlich ganz geil ich will klingen magie eigentlich behalten so dass egal was ich für eine klasse spiele die muss klingen magie haben also wegen ritter ritter hat halt beidhändig führen wir können halt theoretisch auf ritter spielen und dann kriegt er halt beidhändigkeit und er kann aber trotzdem noch klingen magie benutzen oder wir spielen dragoon mit klingen magie aber ich weiß nicht was für gut lernen kann so dass wir vielleicht dann wieder auf keine ahnung man ja ich habe auch das gefühl ritter macht irgendwie mehr sinn gerade bei unserem bild ich glaube ritter ergibt mehr sinn samurai will ich gerne erfahr ist geben ich glaube ritter ergibt mehr sinn ja jump lands was so hp mp absorbiert und lanzen ausrüsten boah ne ich glaube doch ritter beschützen ja wir brauchen beschützen halt nicht wir wechseln dann wieder auf irgendeine andere klasse ich will halt nur beidhändigkeit von ihm hier haben so fähigkeit okay 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 so und bei faris wäre geil wenn er am ende ein doppelt katana sie eine doppelt katana tragende samuraikämpferin ist chat oder so mit zwei katana das wäre geil oder ja wir müssen halt ihr noch wir müssen ihr noch beidhändigkeit beibringen klar aber so zweihändiger samurai das könnte geil werden boah der dragoon ist rot bei ihr geil wie lange hast du eigentlich damals gebraucht elton ring durchzuspielen über 100 stunden keine ahnung tipps für anfänger äh spielstärke große waffe und mach immer sprungangriff tänzer wie sieht das bei ihr aus was ist die denn für ein dragoon samurai okay die sprites sind schon echt cool man alchemist tänzer hier bade okay die sprites sind schon cool und dann noch schnellfeuer vom jäger ey ich kann nicht drei sachen ausrüsten das geht leider nicht außer wir gehen halt auf allrounder aber ich weiß nicht ob wir so viele klassen schaffen zu maxen ja wir machen dann bei faris weiter ähm bis faris lernt zweihändig und dann wechseln wir auf ninja äh auf ninja auf samurai ja was hat denn überhaupt samurai für ein standardskill zeninage wirft gill die allen gegnern schaden zufügen geil wir one hitten den endboss mit 99.000 gill äh ich will zurück nein 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 ninja wann wann lernt sie zweihändig nicht chat so nächste stufe ok ja fliegen wir mal kurz zu sit äh was sagt ihr chat werden wir es nächste woche sonntag schaffen durchzuspielen wenn ich jetzt aufhöre junge wie sollen wir noch ein schiff achso hangar nein denke schon nein spiel weiter ja wo ist die gang maybe kommt da echt noch so viel hä wo ist die wo ist die gang Leute darfst du nicht zu spät kommen nee mach ich ja nicht nee nee mach ich ja nicht ich glaube die haben mir den brief zurückgelassen aber mit zweihändig hält man eine waffe mit zwei händen oder nicht hier beidhändig so also plan ist es bei ricky beidhändigkeit zu trainieren dass er eine waffe mit zwei händen trägt und dann halt mit klingen magie das zu verstärken mit elementen und dann bim bam boom und bei faris nicht beidhändigkeit sondern zweihändig also also nicht zweihändig sondern dual wield halt dual wield katanas dies ist die anschrift von sit das übrig gebliebene adamantit von umbau am luftschiff ist gefährlich wir bringen es besser zurück ich hoffe sit ist nicht zugestoßen er will das adamantit zurückbringen das heißt ja äh falsch so eine stunde mehr wäre gut wenn du nicht trödelst was ich denke nicht es gab da echt noch so viel sind wir nicht schon fast durch wir sind doch schon kurz vorm finale oder gleich endboss sit mit was macht ihr denn hier ricky bleibt zurück es ist gefährlich eine gigantische energiewelle ging gerade von dem adamantit aus wir wollen es eigentlich nur wieder an seinen ursprünglichen platz bringen wartet bitte unglaublich seht der boden absorbiert die energie die von dem adamantit ausgeht sagen sie bloß der meteorit lädt sich sozusagen gerade wieder auf vielleicht hat er dann ja genug energie uns zu galos welt zu befördern in dem fall nutzen wir die gelegenheit natürlich was wovon sprecht ihr da überhaupt mhm das habt ihr also vor dieses adamantit stück ist aber leider zu klein die energie des meteoriten reicht so niemals so aus um euch in diese andere welt zu bringen wenn die energie von allen vier meteoriten allerdings gebündelt werden könnte dann würde sie reichen um uns zu galos welt zu transportieren fast durch mit tutorial achso willst du meinen inneren monk besiegen und den offenen slot in beschwörungen füllen ja machen wir gleich bevor wir in die andere welt gehen nun dann lass uns zum nächsten meteoriten aufbrechen wo soll ich hin wo ist unser titan das ist bestimmt titan oder rechts von der stadt links oben rechts von der stadt links oben links oben davon rechts by the way in den wasserfall da hieß es ja dessen versteck ein schatz hat das ding kann ich schwimmen das kann nur in tiefen gewässern schade wasserturm links oben ist das die stadt und rechts davon wo denn random encounter im wald links neben dem vom wasserfall ein random encounter von dem wasserfall aber jetzt nur zu dritt ich krieg aufs mauli oder Ramu Wieso hast du nicht sofort gesagt Das ist Ramu Aber ich schaff den ohne White Mage nicht Ich wollte dich beschützen Ich bin dumm Er sieht so aus Da hat er irgendeine sicke Brille auf Oder Daneben Ich check noch nicht den ganzen Sprite Wieso Das ist ein Mann mit Bart Und ein Krückstock Und ein Zauberstab Der Zauberstab ist by the way echt hässlich Oder Und einer seiner Schnauzer geht nach oben Komischerweise der andere nach unten Ja der Stab sieht irgendwie so unfertig aus Das ist true Was machst du hier Was Ramu Ifrit redet gerade mit Ramu Du bist doch mächtiger geworden Wenn du Wenn du uns deine Stärke leihen könntest Ifrit genug der Worte Du und ich war niemals Feinde Ach du Scheiße Boah sind die cool Wieso ist sein Kopf so winzig Ja das soll sein Sein Bart nochmal In den Vordergrund pushen Ken's out Ja halt wirklich Ifrit Ifrit du und ich war niemals Feinde Ach Junge Einfach so ein random Gespräch zwischen Beschwörungen Ja wo sind die anderen Türme Äh Türme sag ich Die anderen Meteoriten Der eine Meteorit war hier Oh unser Drache ist ja noch hier Lol Lol Wartet hier Überlasst das einfach nur uns Was gerade die Quest Wir versuchen in eine fremde Welt zu reisen Fertig Okay dann weiter Ein Bombi Sit mit Vorsicht Pyroboros Einfach Ouroboros Als Pyro Ähm Okay Ähm Ja drauf Blaumagie Was können wir Nasshauch vielleicht Auf alle drauf Okay die haben viel Leben Erzengel Lol Wir können theoretisch eigentlich Faris nach hinten stellen Ne Der hat zwei Bummeränger Die Ey ich sag immer Bei Faris immer er Keine Ahnung wieso Faris ist für mich irgendwie so ein So ein männlicher Name Okay Ich muss die alle gleichzeitig töten Das heißt wir spammen einfach nasser Hauch Ne Scheiße Scheiße Hä Also ich hab jetzt vier von denen Gleichzeitig getötet Und die beleben sich jetzt nacheinander Die sterben nicht gleichzeitig Die sind nacheinander Äh Äh Okay 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 Yo tschau Jules Ich bin game over Jetzt geht das wieder los Nicht genügend MP Ah 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 Was ist das denn Für ein scheiß Kampf Okay Wir müssen den Mana entsorgen Dann können die das nicht mehr machen Okay 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 Wenn du Lust auf noch was Optionales Story hast Hab ich noch was Wenn du willst Optionales Story Ist die geil Ja Wie machen wir das jetzt ohne White Mage Ähm Was haben wir so für geile Blau Mage Fähigkeiten Blau Mage Blau Mage bleibt Blau Mage Und Blau Mage bleibt Blau Mage Ähm Vielleicht Vielleicht sind die alle Durch fünf teilbar Jo Ginger Mage Gute Nacht Ansonsten würde ich halt sagen Nasser Hauch Spam Und mit Faris Äh Wasserschrift Rollen Spam Bis die halt Irgendwie dreimal gestorben sind Und dann haben die keinen Mana mehr Hm Hm Oder ich kill halt Wirklich jeden Einzelnen Immer und immer und immer wieder Nacheinander Probieren erstmal die Erstmal probieren wir mal Alle Immer und immer wieder Gemeinsam zu töten Mit den Wasser Spells Mal gucken Wie das aussehen wird Hm Ja ich weiß mit Blue Mage kann ich auch heilen Aber Ich brauche ja Ein Strat Strat Wie ich die töte Aber ich weiß nicht Wie ich mit Mit Selbstzerstörung Umgehen soll Noch gerade Das macht 1500 Damage Rolle des Wassers Blaue Magie Ich probiere mal Exitus Okay geht nicht Nein ich habe falschen Spell gedrückt Ach ich bin so dumm Sonst sterben die alle Hä Jetzt beleben die sich nicht gegenseitig wieder Oh das ergibt Sinn Ach so Vorhin hat das nicht geklappt Weil es einen Freien Slot gab Weil ich einen Zu früh getötet habe Alles in Ordnung Das war der Wahnsinn Und dann haben sie sich im Kreis Die ganze Zeit wiederbelebt Aber dadurch dass sie ja Alle gleichzeitig sterben Und sie haben kein Ziel Was sie wiederbeleben Sterben die Und wenn die ein Ziel haben Aber das Ziel dann Trotzdem stirbt Dann geht es ja Auf das nächste Ziel über Irgendwie so Keine Ahnung Digga Ich bin nach wie vor tot Das ist das Wichtigste Klasse gemeistert Den Blue Mage gerade Oder wie Geht er nur bis Level 4 Lul Nun dann Lass uns demnächst Meteoriten aufbrechen Jupp Ich würde auch lieber Chocobo fliegen Tatsächlich Blue Mage geht nur bis Bis Level 4 Ha 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 Ja da machen wir ja Gäste Zeitmagier voll Wo war der andere Meteorit Ich habe vergessen wo der andere war Wind Wasser Karnak Irgendwo bei Karnak Glaube ich Da war ja der Feuerkristall Wie heißt das Spiel Das heißt Die ewige Magie Der Dunkelheit Hä Wo ist denn hier der Meteorit gelandet Hä Der hier Kann ich da rein Irgendwie dachte ich Die sind damit weggeflogen Wartet hier auf uns Wir sind gleich wieder zurück Ich habe nicht geheilt Was wenn jetzt noch ein Boss kommt Ah danke Kein Problem Sie sind da jetzt schon eine ganze Weile drin Findet ihr nicht Wir sehen besser mal nach Nein 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 Lass kurz heilen Lass kurz Lass kurz zelten Die kriegen das schon hin FF steht für Fortnite Genau Für Fortnite 5 Hier ist jetzt ein Dungan Oh da sind sie Zu Hilfe Wah Hilf du uns Was ist denn der denn hier Bestimmt mag er kein Wasser Ich habe keine Ahnung Was ich für ein Element bei ihm nehmen soll Scheiße Er kann das auch Das ist ja unfair Ja Himmelswind Muss uns jetzt Carrying Okay Ich dachte Himmelswind Heilt immer 1k Aber doch nicht Okay Feuer ist komplett Arsch Und der Verändert jetzt Irgendwie sein Element Oder so Ich vermisse Garlow Also so ohne Ohne White Mage Zu spielen Schon Nicht so geil Okay Das war's Himmelswind Himmelswind Heilt die Höhe Der aktuellen HP Des Nutzers Oh Deshalb habe ich 1000 Geheilt Oh Jetzt checke ich mir Was du von mir wolltest Als du gesagt hast Ja dann gibst du hier Ein Elixier Und Himmelswind Und dann ist geil Was willst du von mir Mit Elixier Aber ja Mit Elixier Ist sie dann Vollgeheilt Und hat natürlich Maximale HP Und ihre maximale HP Ist dann die Heilung Die sie heilt Und wenn sie dann Eigentlich voll stark Das zu machen Auf Eine Monk Oder so Oder eine Klasse Die super viel Leben hat Oder Wenn wir eine Klasse spielen Die super super viel Leben hat Wie so ein Monk Ich weiß nicht Ob es noch eine andere Klasse gibt Die auch viel Leben hat Und dann brauchst du ja Gar keinen Heiler mehr Weil da kann ja niemanden mithalten Vitra hat auf die ganze Gruppe Irgendwie 130 Geheilt Vitra Was eigentlich auch schon Recht viel Mana Weggenommen hat Und das bleibt ja Für immer gleich Viel Mana Und wenn wir dann Im Late Game sind Und die hat dann Irgendwie 2000 Leben Dann heilt die 2000 Das ist ja voll stark Und wenn das dann Irgendwie so eine Klasse ist Die halt wirklich dann Auf HP geht Wie so ein Monk Der dann wie keine Ahnung 5000 Leben hat Oder so Decker Halt einfach 5000 Leben OP Kommt Es gibt noch öfters Gegner Die Sachen wie Malstrom verwenden Und auf einmal alle Auf 2-3-P runter sind Ja ja Und deshalb dann ja Einer macht Elixier Und der Auf den Blue Mage Und der Blue Mage Macht dann Alle Folge halt Geht es euch gut? Gut, ja Chat Geht es euch gut? Jetzt schon, danke Das hat nicht Da hat nicht viel gefehlt Nun dann Lass uns zum nächsten Meteoriten aufbrechen Jupp Aber ich finde es nice Mann Es ist geil Es ist geil Wie viel du so Möglichkeiten hast Hier deinen Deinen Charakter zu bilden Ne Ist schon Ist schon geile Geile Sahne, Alter Jetzt schon, danke Irgendjemand hat gerade Mit meinem Account In den Chat geschrieben Na ja, genau Dein kleiner Bruder War es, ne? Habe ich recht? Ja, ja, ja Genau Chat, wo ist Der letzte Meteorit? Ich bin verwirrt Es gab noch einen? Wo gab es denn noch einen? Ich breche gerade weg Vor Panik, hä? Hast du auf eine Der Onlyfans Werbungen gedrückt? Was hast du? Aber mit der Kun War ich doch zuerst Hubble-Dubble Das war doch der erste Wo ich war Was hast du denn geschrieben? Du hast ein Smiley und ein Herz geschrieben Ich wollte doch nur Girls in der Nähe Also Ja Entweder Passwort wechseln Und dann PC verbrennen Ich glaube Aber wenn es ein Hacker ist Dann hat der Ist das kein böser Hacker Hier war ich nicht Chat Hier ist der Karnak Meteorit Hier war ich nicht Weil der hat Herzchen geschrieben Ist kein böser Ich habe einfach gesehen Wie in der Liste In der man schreibt Plötzlich Wörter stehen Was? Hast du vielleicht aus Versehen STRGV Oder so gedrückt Und hast dann irgendwie Das Letzte Reinkopiert Was du vorher kopiert hast Oder Pfeiltasten Genau Pfeiltasten Dann ist das Letzte Was du geschrieben hast Kommt nochmal Da wurde getippt Buchstabe für Buchstabe What the fuck Vielleicht ist eine Klassatur kaputt Aber waren das richtige Wörter Oder Random Knöpfe Richtige Wörter Vielleicht versucht jemand mit dir zu Zu kommunizieren Machine Gun war das Letzte Du machst doch einen Joke, oder? Sein PC ist von Geistern besessen Ich schwöre es Aber es klingt halt so Als würde ja jemand Live gerade Zugriff Auf deine Tastatur haben Also quasi Keine Ahnung So Remote mäßig Deshalb ich weiß nicht Ob das Passwort ändern Was bringt Jaja das klingt ja wie Das klingt ja wie Als wäre es nicht In deinem Account drin Sondern auf deinem PC Und wenn da irgendein Virus ist Der deine Tastatur benutzen kann Und sogar deine Tastatur Tracked Dann solltest du dich am besten Nirgendwo einloggen gerade Ich hab halt auch nie Was runtergeladen Was shady war Also nur bei Steam Mit EC Ja I don't know Wie weit so Popups Auf Webseiten sind Vielleicht irgendwo mal Auf dem Popup draufgedrückt Ein Decker oder so Ich war sorry Micky Du schon wieder Mann Alter Hau Degen Los mit Ja Du meine Güte Da steckt ein riesiges Monster Drin Ihr könnt gerne vorgehen Okay Was haben wir denn hier Für ein Monster Alter Alter Das ist ja Titan Was ist Was macht ein Titan hier Das ist kein Clown Volltreffer Ja Geiler Volltreffer Ging daneben Der hat bestimmt Angst vor Eis Wir machen Eis Erdstoß Wow Ich kann es eigentlich vorspulen Weil ich jetzt Jetzt sterben Der ist auch tot Okay Dann machen wir eine andere Strat I guess Ich bin genau falsch rumgelaufen Jetzt lass doch den alten Mann In seinen 40er Mit Halbglatze in Ruhe Was Achso den Ich sehe den Kampf fängt an Ich gucke mir den an Denk mir Holy shit Okay Wie machen wir das jetzt Schritt für Schritt Nicht zu viel Damage Weil ich glaube Er macht Bevor er stirbt Macht der Erdrutsch Deshalb müssen wir Vollgeheilt sein Wenn der finale Erdrutsch kommt Mag die Pose Er ist sehr angestrengter Mann Sehr angestrengter Mann Okay Hau halt daneben Du Opfer Ja okay Doppelter Angriff Oder was Reihe Geh mal nach hinten So Ich hab vergessen Den nach hinten zu packen So Erdstoß kommt Boah Okay Das war's Dann war ich gerade einfach Glaube ich nur mies Unlucky Dass er zweimal Erdstoß Eingesetzt hat Das ist genau Sie bei Servus Ja Sogar Titan Geschenk bekommen Direkt Nice Aber unser Beschwörer Beschwörer Ist auf einem anderen Planeten Junge Danke sehr Sehr verbunden Den Rest könnt ihr Jetzt getrost Uns überlassen Damit hätten wir Alle vier Meteoriten Abgehakt Jetzt werft mal Einen Blick Auf diese Karte Oh die sind jetzt Alle connected Ja So eine Insel Seht ihr Wo die Energieströme Der vier Meteoriten Sich treffen Das ist der Transportpunkt Dort müsst ihr hin Seid vorsichtig Danke für alles Ihr zwei Also Cryley und Garlof Schon dumm Oder Da sind schon Ein paar Dummies Oder Dass die jetzt Extra Die Meteoriten Genommen haben Und gesagt haben Das ist die letzte Energie Wir können das nie Wieder machen Wenn es hier einfach So einen Easy Einfach Aufgang gibt Zu deren Welt Da Zack Boom Let's go Das Licht wird schwächer Die Energie Die Meteoriten Ist so gut wie Aufgebraucht Jetzt gibt es Kein Zurück mehr Ah okay Das ist auch mit Energie Ich dachte es sei Einfach ein Portal Oder so In der Tat Seid ihr bereit Es gibt keine Garantie Auf eine Rückfahrkarte Das ist nebensächlich Diese Sache Ist viel zu wichtig Ei Wir ziehen das durch Bis zum bitteren Ende Hopper Auf geht's Dann heißt es wohl Abschied nehmen Von unserer Welt Okay Leb wohl Kanzler Was Was für Kanzler Digga Leb wohl Merkel Ich weiß Sie wird mit dem Plündern Und Brandschatzen Auch ohne Nicht zurechtkommen Sei ein braver Junge Solange ich weg bin Boko Mach keine Dummheiten Hörst du Wie sie Die einzige Bezugsperson Die sie hat Ist Einfach der Fucking Kanzler Aus ihrem Königreich Königreich Wie groß ist die Welt Du hast ja nicht besucht Da sitzt der Kanzler Du bist Prinzessin Und der König ist tot Der König ist tot Lang leben die Königin Das ist also Galos Welt Das ist Namek Er sieht ja alles aus Wie auf Namek Die andere Welt Poah Poah Chat Schaut euch das an A whole new world Und wir können hier nicht weg Wir können nicht schwimmen Sollen wir ein Zelt aufbauen Und weiche in Rast machen Die Geilbrücke Was für eine geile Brücke Lena Ich habe mich schon die ganze Zeit Über etwas gefragt Als wir auf dem Nordberg waren Okay Dann frage ich nochmal Was für eine geile Brücke Warum hast du da Deinen Leben riskiert Nur um diesen Drachen zu retten Mach Karte auf Den siehst du Okay Mach ich gleich Schwester Erinnerst du dich an Mutter? Ja ein bisschen Wenn ich Hirio sehe Erinnert mich das immer an sie Hirio ist der Drache Was meinst du damit? Jo Wir werden geradet Achtung Ein Monster Okay Dann nimmt Die beiden mit Lena Faris Mann Frauen Die werden jetzt nach Arna London gebracht Abduktor Holy shit Ist der cool Von dem möchte ich auch mitgenommen werden Game over Der Block war wichtig Boah der Block war wichtig Chad Ich spüre meine Beine nicht mehr Das ist ein Namigianer Ja Wo sind wir Ist das nicht schon irgendwie das dritte Mal Dass wir im Knast sitzen oder so Willkommen in meinem Schloss Boah der Song Ex-Daddy Lord Ex-Daddy Galuf und die anderen haben die große Brücke erreicht Wie gut sich das doch trifft Bereitet den Riesenspiegel vor Ja mein Lord Ihr könnt euch noch als nützlich erweisen Rikki sieh doch da oben am Himmel Was zum Das sind Unsere eigenen Spiegelbilder Opa schau Rikki Lena Faris Was hat das zu bedeuten Der lockt die jetzt Bis hierher und nicht weiter Galuf Noch ein Schritt Und sie sterben Bei den Trompeten von Baal Alle zurück Gilgamesh Da ist der Chat Zur Stelle Pass auf Dass sie nicht irgendwelche Tricks probieren Ex-Daddy du Er spinnt einfach Er spinnt einfach Und schießt einen Blitz Der hat einfach Einfach sich so auf den Boden gerollt Das ist wie wenn du Wenn du den hier machst Und dann versuchst du jemanden zu 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 schocken Oder wenn du so über die Haare reibst Und dann versuchst du jemanden anzufassen Damit er so einen Elektroschlag bekommt Den hat gerade Ex-Dev gemacht Er hat sich einfach so schnell über den Boden gerollt Dass er dann so Elektroschlag ihm geben konnte Cryley Ich leihe mir deinen Windrachen Rikki und die anderen brauchen meine Hilfe Leih den Windrachen Leih den Windrachen Los Jawohl Wir kriegen eigentlich unseren Weißmagier zurück Und jo Er springt drauf Kristallturm Guter Junge Und jetzt fliegt er zurück zu Cryley Ist er gerade mit so einem Dropkick reingeflogen Gut, ich bin drin Die Items sind Kristallspieler von Rikki Erhalten Rikki, Lena, fahre Seidig durch Ich bin unterwegs Oh, jetzt spiele ich ihn alleine Okay Verschlossi Wie das Emoji klingt Boah, SNES ist so stark, ne Einfach jeder Song Einfach jeder Song in SNES Klingt so viel geiler Irgendwie Junge Dieses Ist so geil Wer ist da? Gilgameji Okay Okay Titan Let's go Äh Wo ist Ramu? Die Lücke wurde nicht geschlossen Habe ich jetzt Ramu Verloren? Ich kriege den nicht mehr Ist Ramu Nicht einfach abgehauen? Nee Ich habe ein Item Zum Erlernen bekommen By the way Das ist Sprite Sehr sick Nimm das Volltreffer Ja, ich schau mal gleich In die Items Nee Ob er dabei ist Oder nicht Sollte gleich Egal sein Weil ich sammle Ja Zauber Und sowas Alles Fernab von den Klassen Tja Das muss es gewesen sein Genug eingesteckt Für heute Nächstes Mal Zeig ich's dir Junge Zweimal Titan Er hat gar kein Boot mehr Aber da ist auch So ein fucking 40-jähriger Mann Mit Halbglatze Gespawnt einfach Gegermisch Gar kein Bock Galuf Schön durchhalten Ich hole euch da Nullkomman nichts raus Danke alter Mann Tut uns leid Dass wir ihren Plan Vermasselt haben Wir wollten doch nur Schon gut Zum Rügen ist später noch Zeit Erst einmal müssen wir hier Lebend rauskommen Der Spin alter Okay Kurz in die Liste schauen Gibt es irgendwas zu holen Ich weiß nicht mal Ich weiß nicht mal Wie das Gebiet hier heißt Schloss Exdev Nee Nee Hab ich nix Hab ich nix Auf meiner Liste Stimmen die Items kurz Ramu Einfach so In der Tasche Nen Ramu in der Tasche gehabt So warte dich kurz mal Nach Nach hinten So Ja mal wieder tauschen So Ähm Ja Ramu einfach in der Tasche Ähm Galuf Stufe 5 5 Weiß Magier Äh Stufe 5 Äh Beschwörer Ja ich denke mal Wir bleiben auf Beschwörer Erstmal Maximieren das Und dann maximieren wir White Mage Und es könnte vielleicht Wirklich Darauf hinauslaufen Dass wir vielleicht Doch noch Eine dritte Klasse schaffen Zu maximieren So dass wir dann Wirklich als Old rounder Beenden können Die sollten uns Besser nicht entdecken Junge Der sneak Junge Einfach der tote Sprite Junge 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 Ah lol Wow Das war damals Safe Mind Blowing Ja bestimmt Oh das war's Oh neuer Song Ich hab kein Ich hab kein Flugzeug mehr Ach da ist die Brücke Da war der Finger Ich hab's nicht gesehen Was heißt das heißt Damals ist es jetzt Mind Blowing So Battle on the Bridge Battle on the Bridge Boah Die Musik läuft jetzt schon Junge Der Banger Boah 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 Da war das Echt geil Du 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 Chat hat da theoretisch Jetzt schon Beidhändigkeit Weil er Krieger ist Kann ich das hier so einfach wegmachen? Ist er jetzt beidhändig unterwegs? Weil das ist doch so eine Basisfähigkeit, oder? Dass er beidhändigkeit benutzen kann. Die muss man doch nicht erst lernen. Ähm, warte, hier nochmal den hier. Das OG. Du scheiß Boomer. Ja, du bist ein Boomer. Boah, die High Hat, alter. Guck, guck, guck. Boah, Junge. Boah. Krank. Krank. Äh, ja, wir testen einfach mal kurz. Teufelfisch. Auf Zweifel komm raus. So. 215 Jo, Jockersuchung. Ja, wir hören gleich auch schon auf. Jetzt hat er 460 gemacht. Ich meine, der Damage steigt nicht. Das ist, glaube ich, ein Zeichen dafür, oder? Dass er die Beidhändigkeit nicht beherrscht. Wenn ich das Schild weglege, steigt nichts. Naja, der hat vorhin auch 460 gemacht. Ich denke mal, er kann es noch nicht. Ich gessiere an der Stelle. Boah, kämpfen wir jetzt schon gegen Gilgameshi? Wir müssen uns unseren Weg durch wahre Monsterhorden bannen. Also größte Vorsicht ist geboten. Wer sind die denn? Nein, nicht beschützen. Oh, ich bin tot. Da! Riki hat 2-Händig gemeistert. So, wie viel die... Attacke 43. Und jetzt mache ich das weg? Attacke 43 bleibt. Hä? Hä? Ich sag's jetzt mal auf Paladin zum Beispiel. Ich mach jetzt... Zweihändig. Bei ihm geht's. Hä? Ich muss das doch nicht jetzt hier extra so machen. Das wäre ja dumm. Hä? Wenn ich ihm das nicht in den Slot reinlege, dann kann er das nicht. Ich dachte, diese passiven Sachen haben die ihm automatisch alle ausgerüstet. Hä? Jetzt bin ich verwirrt. Das ist ja mega dumm. So macht er jetzt Giga-Damage. Scheint so mit der Fähigkeit ist die linke Hand nur auch ausgegraut. War komisch. Bei den anderen Klassen waren ihre passiven Fähigkeiten durchgehend quasi aktiviert. Ha, ratet mal, wer die ganze Zeit hinter dieser Tür gewartet hat. Richtig, ich! Ihr habt euch ja ganz schön Zeit gelassen. Ich dachte schon, ihr hättet euch unterwegs verlaufen, Mann. Aber egal, jetzt geht's rund. Unterwegs verlaufen, Chat. Auf einer langen, geraden Brücke. Lol. So, wie viel Damage macht er gleich? Warum geht der Shit so hart? Ja, Mann. Das ist ein richtig geiler Song. Alter! 600 Damage! Wartet, genug! Ich hab' mich wohl verschätzt. Okay, bufft sich. Ich hab' mich wohl damit übernommen. Okay. Gegen euch vier anzutreten. Ha, vielleicht in euren Träumen. Junge. Er kann springen wie ein Dragoon. Jetzt macht er ernst. Wundermittel. Wundermittel. 1.000 Nadeln macht aber nur noch 1.000 Nadeln, 1.000 Damage, oder? Trotz seinen Buffs, ja. Arrk! Ich muss dringend weg, Mann. Man sieht sich. Ich zieh mich als erstes zurück. Aber ich komme wieder! Arschloch. Ich krieg' dafür keine, nicht mal Erfahrungspunkte. Michael vom Daumen nach. Yo! Fischling einfach! Junge, was für Fischling! Ja, man sieht, er macht auf jeden Fall noch einiges mehr Damage. Voll Träby. Yo, Neo Garula. Justin, Dankeschön für 23 Monate. ACDC-Konzert? Was für ACDC, Digga. Die leben noch? Cryley. Opa, die Barriere, Vorsicht. Ich glaube, nur noch ein oder zwei leben von denen. Crazy. Sagst du, war geil? TNT und so. Ich glaube nicht, wie oft auf dem Konzert, auf dem ich am Freitag war, Pyrotechnik gesungen wurde. Auch von der Band, die da waren. What the fuck? Was hat TikTok mit der Menschheit angestellt? Bei welchem Konzert war das? Opa! Opa! Ich frage mich, wie das gerade im Stadion ist, in den Stadien ist, jetzt während Fußball. Da singen die das, da singen die das doch safe auch alle, Pyrotechnik, oder? Ja, die singen das auch. Ist crazy, oder? Du machst so einen dummen TikTok, ne? Und das Ding geht so viral, dass Leute das auf Konzerten singen, Leute das in Stadien singen. Irgendeine Ahnung, wo wir sind? Ja, das muss das Grenzland Glossianer sein. Es wimmelt hier nur so vor Monstern. War ja klar, dass wir an so einem Ort landen würden. Halt wirklich EM-Song, ne? Vor ein paar Jahren gab es so Shakira, die kamen an mit ihrem WM-Song und so. Heute, heute EM-Song Pyrotechnik. Galuf, das alles tut mir so leid. Wir sind gekommen, weil wir ihnen helfen wollten. Ich dachte, ich hätte mich klar ausgedrückt, dass ich sagte, ihr sollt bleiben, wo ihr seid. Ihr seid mir vielleicht eine Truppe. Na, wir machen das schon. Wir machen das schon weg. Aber ich muss euch sagen, es ist schön, euch wiederzusehen. Ohne uns schafft er das gar nicht. Es sind halt alte Männer, die nach jedem Lied eine Minute Pause machen müssen. Echt? Als ob die dann jedes Mal Pause machen. Aber trotzdem geil. Vor allem der Gitarrist geht mit deinen 70 Jahren noch krass ab. Junge, einfach Opis. Einfach Opis auf der Bühne. Und wisst ihr, wer auch ein Opi ist? Ich bin ein Opi. Denn ich muss langsam ins Bett. Ne, ich muss nicht ins Bett. Aber wir hören für heute auf, Chat.